Ähm, ja, 14,5 Stunden Stream. Scheißegal, da kann man auch mal mit Oblivion anfangen. Ich bin nur dafür, dass der Stab sich jetzt mal ein bisschen beruhigt. Geht doch. So, wir haben beim letzten Mal die Liebesgilde abgeschlossen bei Oblivion. Und wir werden heute mit der Kämpfergilde starten. Ich glaube, wir haben uns beim letzten Mal um alles gekümmert, damit ich ein freies Inventar habe. Und ich glaube, ich werde jetzt auch aufhören, Sachen zu sammeln. Wir sind kurz vor den 100.000 Gold. Äh, ich denke, wir werden jetzt, äh, zumindest während der Kämpfergilde, mainly Megaprogress machen. 36.000 Gold, äh, wüsste ich sowieso nicht, wohin. Wir werden mainly Megaprogress machen. Und, äh, mal sehen, wie gut mir das gelingen wird. Ich habe nämlich hier, ansonsten wirklich, äh, keine Quests mehr. Lasst uns die Kämpfergilde durchballern. Ich weiß nicht, wie schnell ich es, äh, hinkriege. Aber, wenn es nach mir geht, schnell. Ähm. Das ist jetzt halb elf. Ich werde die Kämpfergilde wahrscheinlich nicht am Stück durchschaffen, aber... Wir versuchen Gas zu geben. Guten Tag, Herr. Ähm. Wo war denn nochmal... Ich höre euch zu, Bürger. Kann ich euch... Die... Die... Die verdammte Kämpfergilde in diesem, äh... Bereich. Oh, wait, du kannst mir was beibringen? Ich kann euch viel zeigen. Aber meint, Akrobatik kannst du mir tatsächlich nicht beibringen. Sorry, aber da hast du keine Chance. Oh, Kriegergilde, Kaiserstadt. Weiß das gerade jemand aus dem Kopf? Die dürfte die nicht gewesen sein, oder? Oh, Kriegergilde. Kriegergilde. Es gab keine Kämpfergilde hier? Ah, es gab hier gar keine? Das... Kann sogar sein. Das... Kann sogar sein. Ich überlege gerade, welche Stadt ich dann reise, um das zu machen. Bruma. Bruma ist... Äh... Das ist am einfachsten zu erreichen. Nee, es ist egal. Die ist... Hat jede... Jede kleine Stadt hat ne... Hat ne Kämpfergilde. Äh, hat ne Gilde. Aber die Kaiserstadt nicht. Da ist was dran. Wie geht es euch? Wie geht es hier? Äh, warum geht es hier? Boah, langer, das kann ich nicht sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier war. Äh, nicht das Haus hier drüben. Ja. Bruma-Kämpfergilde. Die ist nämlich leicht zu erreichen. Deswegen will ich das hier machen im Bruma. Guten Tag. Wir brauchen neue Rekruten. Wie sieht es aus? Ja. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr mit Velena Danton in Koroll, Hassan in Anvil oder Burz-Krokash in Chardinal sprechen. Äh, okay. Also es geht nicht in Bruma. Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr mit ihr... Koroll, Anvil oder Burz-Kam. Auf Wiedersehen. Na schön. Dann halt Koroll. Aber warum ging denn Bruma nicht? Wofür habt ihr denn eine Kämpfergilde? Das ist doch Quatsch. Außerdem ist es jetzt Nacht. Aber ich glaube, hier ist die Kämpfergilde schon, ne? Ja, easy. Ja, dann ist Koroll schon auch ein nicer Ort. Einfach nur Tor rauslassen. Hallo. Ein bisschen Gefahr schüchtert euch nicht ein, oder? Euch würde die Kämpfergilde sicher gefallen. Ja, dann würde ich doch ganz gerne mal beitreten, ne? Wenn ihr Mitglied werden möchtet, solltet ihr ein Koroll mit Wilena Donton... Wilena Donton, den Namen habe ich gesucht. Ein warmes Schwert und ehrlicher, harte Arbeit. Frau Milena, Frau Donton, sind Sie noch wach? Hallo. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Habt ihr vielleicht Interesse daran, zur Kämpfergilde zu gehören? See! Die Kämpfergilde kann immer neue Mitglieder gebrauchen. Wenn ihr keine dunkle Vergangenheit habt und kein Kopfgeld auf euch ausgesetzt ist, könntet ihr für uns von Nutzen sein. Möchtet ihr beitreten? Ich habe keine dunkle Vergangenheit. Tragt mich ein. Hervorragend. Ihr seid nun ein Mitglied der Kämpfergilde. Meldet euch wegen Aufträgen bei Asan in Anvil oder Burzkokasch in Chalinal. Okay. Koroll hat sich damit auch erledigt. Macht einfach eure Arbeit. Ja, Koroll hat sich erledigt. Also doch, Anvil. Der Fix. Ich habe versucht, das zu verhindern. Aber wir müssen nach Anvil. Es hilft alles nichts. Weiß ich nur leider nicht, von wo ich es am sinnvollsten mache. Vermutlich schon Haupttor. Mal gucken. Also ich habe die Kämpfergilde jetzt nicht so gut in Erinnerung. Das war die Magiergilde. Ist das dann direkt das die... Ja, dann ist das die Kämpfergilde. Mal sehen, ob mir die Mission hier heute gefallen. Einen wunderschönen guten Tag. Aber egal, was passiert. Wir müssen heute noch zu unserem Freund waschapptaten. Rano, bla bla. Die pennen hier alle. Stan, Horven, Vinicius. Wo ist denn die Chefin? Oder der Chef? Weiß gar nicht, wer das hier ist. Fakt ist... Mein... Ne Fackenwale. Hallo. Hallo Mojo. Ja, was die hier rumflacken haben. Und deswegen, Schaller, machen wir die auch zuletzt. Kompaniebüro. Von gestern? Also du meinst von vorhin. Ja, da waren lustige Sachen bei. Okay, hier ist keiner zu Hause. Kompaniebüro. Nein, nein. Jetzt sollte ich nicht mitten in der Nacht kommen, wa? Nur weiter. Ich höre zu. Ja, ich... Wow. Wow, wow. Warum sind die alle wach plötzlich? Ja, ich komme tagsüber wieder. Mal wieder in der guten alten Butze schlafen. Ich höre mit der Fackel in der Hand. Das akzeptiert, abhängig. So, jetzt aber. Ich will Champion werden. Da ist sie doch. Ne, das ist sie nicht. Aber selbst ich würde nicht freiwillig durch eines dieser Oblivion-Tore gehen. Gute Arbeit. Sehr schön. Was kannst du mir beibringen? Ich bin bereit zum Leben. Stumpfe Waffen. Kann sie tatsächlich. Let's go. Ich muss mit denen ja allen sprechen. Die können mir... Was es auch ist. Ich kann es... Können mir alle vielleicht was beibringen, oder? In den Gilden. Ja. Auf zum Training. Okay, Schwerkampf kann er mir nicht beibringen. Wiedersehen. Horowang. Horowang. Gut, dass ihr euch... Glocken kann sie mir nicht beibringen. Jeder nennt mich. Dann kann nix. Schönen Tag. Hey, der Ritchi ist ja auch wieder da. Äh... Kommandiebüro. Speisesaal. Speisesaal. Ich bin... Das ist der Vinicius. Na, Kampf habe ich auch schon gelernt. Auf Wiedersehen. Was kannst du, Athletik? Nee, du kannst mir definitiv nichts beibringen. Da ist der Chef. Da ist der Chef. Ihr wart Martins Freund, nicht wahr? Ihr könnt euch glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben. Äh, ja danke. Wie sieht es mit meinem Fortschritt aus? Beweist euren Wert und ihr werdet in der Kämpfergilde schnell aufsteigen. Ah, hier musste man sogar tatsächlich anfragen, ne? Immer wenn ihr Aufträge erfolgreich abschließt und eure Pflichten gut erfüllt, werdet ihr in den nächsthöheren Rang erhoben, der neue Pflichten und Aufgaben mit sich bringt. Ich erinnere mich. Vergesst jedoch nicht, dass ihr auch degradiert werden könnt, wenn ihr nicht gemäß den Regeln der Gilde handelt oder wenn der Gildenmeister es für richtig befindet. Bei allen anderen Gilden, wo es... Also bei den... Bei... Bei Divis Guild wurde es automatisch in der Story aufgewertet, aber hier ist es so, du musst anfragen, damit du einen höheren Rang kriegst. Hallo 1000E. Hey, sag dem 1000E doch mal, wie viele hier leben. Da ist richtig was los. Ein Auftrag für euch? Ich glaube, ich habe da etwas für euch. Arvena Telas hat Probleme mit Ratten in ihrem Haus. Ja, genau, da geht es mit Ratten los. Ja, Ratten. Ich bin mir sicher, sie kann es euch besser erklären als ich. Sie lebt hier in Arnwil. Sprecht mit ihr. Viel Glück. Äh, das ist natürlich jetzt keine Aufgabe für mich, aber... So geht die Kämpfergilde halt los, ne? Vertreibst du am Anfang halt ein paar Ratten. Normalerweise macht man die Kämpfergilde ja auch irgendwann mitten in der Story und nicht wie ich nach 60 Stunden Spielzeit. Wie geht es euch? Dann ist das mit den Ratten auch nicht ganz so schlimm. Bier? Ich habe Bier gelesen. Bin wach. Ich bin wach. Man könnte es aber auch keinem übel nehmen, wenn du tot bist. Fast 15 Stunden streamen. Jesus Christ. Hallo. Wo sind sie? So. Was habt ihr denn? Ratten im Haus, oder was? Ah, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Gut, ich habe ein Problem. Es hat mit den Ratten in meinem Keller zu tun. Guck mal mich. So ist es. Ratten. In meinem Keller. Und irgendetwas tötet sie. Es ist schrecklich. Meine armen Babys, ihr müsst etwas unternehmen. Ach so. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Ihre kleinen rosa Näschen, ihre schuppigen süßen Schwänze. Geht bitte in den Keller und findet heraus, was da los ist. So. So viel zum Thema. Klassische Kämpfergilde-Missionen. Erstmal die Ratten im Keller töten. Plot Twist. Sie liebt die Ratten. Aber die Ratten werden von was gekillt. So. Hat euch Oblivion schon wieder an der Nase herumgefüllt, weil es ein geiles, cleveres Quest-Design hat. Und nicht eben wie jedes andere RPG euch denselben Latz vor die Schnauze knallt. So nämlich. Bitte rettet meine kleinen Ratten. So nämlich. Die Schnauze müssen noch drin sein. Ach mal. Ist aber gut hier. Aber was tötet die Ratten denn? Yo. Yo. Ich habe einen Berglöwen in Avena-Telas Haus getötet. Und sie müssen irgendwo durch ein Loch in der Wand reingekommen sein. Ich sollte aber weniger davon erzählen. Guck mal. Die greifen uns auch nicht an, ne? Die Ratten. Hauptsache, die hat einen fucking Berglöwen im Keller. Was ist denn mit ihr? Junge. Ein Berglöwen im Keller. Da habe ich aber auch alles gesehen. Ja. Wie wäre es mit dem Loch? Sicher, Zotos. Vollgas. Content Offensive. Du kennst das. Irgendwas. Das merkt man doch. Na ja. Ja. Das ist noch nicht so genau. Nun, was habt ihr gefunden? Habt ihr euch um meine Babys gekümmert? Was war da unten los? Das war ein Berglöwe. Ein Berglöwe? In meinem Keller? Aber wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Was ist, wenn es mehrere sind? Was ist, wenn er nicht alleine war? Wo einer ist, da sind bald mehr. Findet Pinarus Invencius. Er ist Jäger und kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche. Er wird wissen, was zu tun ist. Alles klar. Machen wir so. Wie du findet Pinarus und diese Welt leben. Achso, clever gemacht, ne? Die Quest heißt Rattenplage. Dabei musst du die Hörten beschützen. Schon cool gemacht. Immerhin kein Drachen, ja? Hallo, Vince. Ja, immerhin. 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 Man muss sich über die kleinen Dinge leben. Was kann ich für euch tun? Yo, das ist eine nice Erissung. Achso, das wird eben Holz, ne? Ginarus Invencius. Jäger, Förster und Schütze. Zu euren Diensten. Bis auf Nase ziehen. Und der Mimor. Müssen sie einfach die Clips gucken. Berglöwen? Hier? Komisch. Wenn sie hier sind, werde ich sie finden. Folgt mir. Eine Jagd wird uns gut tun. Und vielleicht fühlt sich dieser alte Spinner dann ja besser. Der alte Spinner, sag mal jetzt. Sei doch nicht so zu der Frau. Auf zum Training. Schütze. Ich hab noch nie geschossen im Spiel. Ich hab noch gar nix zu zeigen. Auf geht's. Ja, dann mal los. Bin bereit. Wir töten jetzt ein paar Berglöwen. Wir haben alle so komische Häusern anwählen. Wirklich. Na, aber bis auf besoffene Asasinos und Bahnhofsreparatur haben wir nicht so viel erlebt. Eigentlich haben wir in den 14,5 Stunden eine Menge erlebt. Wir hatten eine ziemlich geile Zeit bisher. Ich denke, hab ich auch noch absolut Bock weiterzumachen. Das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass der Typ langsam ist as fuck. Pinarus, mach mal... Leg mal einen Gang zu, Junge. Off. Off. Der Typ hat die Ruhe weg, ne? Fack für Dank hab ich so lange da. muss man sich mal gemütlich machen ja ja die schwere rüstung ist klar ne oh Junge ey genau das Ritchie genau das genau so einer ist da so sie nun ganz frecher sehr nice ist der kaputt gegangen naja nach acht Jahren sagen wir es mal so starke Quote Alter die Quest ist ja wohl ein Witz was soll die Lauferei hier ja wir haben eine komplette MyClubs MyTeam Saison gespielt und dann noch 10 Community Liga Rennen er genießt die Natur das war wahrscheinlich das ist alles ganz entspannt wenn sie hier draußen sind dann in dieser Gegend ich kann mir nicht vorstellen dass es mehr als vier sind kümmern wir uns darum ja danke los geht's die haben ja gar nicht gerafft was hier los ist ich denke das waren alle kann mir nicht vorstellen dass da noch mehr sind ihr könnt Arwena mitteilen dass die Sache erledigt ist gute Jagd aber schön ne der Weg dahin hat ungefähr drei Minuten gedauert und die Quest drei Sekunden aber man muss es lieben man muss es lieben so da wird die Frau aber glücklich sein dass keine Berglöwen mehr in ihren Keller kommen berglöwe im Keller ey das passiert ja auch wirklich nur in Syrodil oder ach die armen kleinen Ratten ja ja die kleinen ihr müsst euch um diese Berglöwen kümmern ich hab die Berglöwen getötet ihr glaubt sie sind alle weg wirklich das stimmt nicht das ist gerade eine in meinem Keller schnappt sie euch du willst dich doch verarschen ey Alter die Ratten müssen echt schmackhaft sein reicht ich hab einen zweiten Berglöwen in ihrem Keller getötet die Quest ist schon witzig halt kein Inhalt aber sie ist halt doch witzig ich dachte in Göttern sei Dank dass ihr das Ding getötet habt das ist doch lächerlich jemand will mir und meinen armen Babys etwas antun ich möchte wetten es ist dieser Federweber von dem Mann was by the way wenn du die wenn du das Spiel frisch anfängst und du machst die Kämpfergilde dann ist das sogar relativ cool und tough wenn du dann plötzlich gegen vier Berglöwen kämpfst also eigentlich hat die Quest schon was wenn du die halt immersiv recht früh anfängst by the way hat sie die Lilien an der Wand sie ist sympathisch sie hat eine Lilientapete bisschen fake aber sie hat Lilientapete sehr 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 geil sie hat einfach fucking Lilientapeten ok warum ist der Federweber schuld warum ist diese Quest immer noch warum ist diese Quest immer noch nicht vorbei sie sie glaubt sie wäre so clever sie und all die anderen Frauen der werde ich zeigen ich will dass ihr ein Auge auf sie habt findet heraus was sie vor hat ok ich habe jetzt gerade einen Ticken zu schnell geklickt ne Awena glaubt dass ihr Nachbar Federweber verantwortlich sein könnte Awena sah sie abends um das Haus herumschleichen ach meinst du die Federweber hat nachts in ihren Keller Fleisch geschmissen oder was Alter die Federweber hat aber ein ganz schön krasses Haus zum Grafen Waffen das Grafen Waffen äh Herr Federweber oh ne da ist die Federweber achso ja Quatsch ist dass du Berglöwen in irgendwelche Keller schickst gut dass ihr euch ver- ich weiß nicht wovon ihr sprecht ich bin mir nicht sicher wessen ihr mich anklagt aber tut es nicht ohne Beweise äh erzählst du mir mehr wenn du mich mehr magst ich bin ganz froh Bewohner findet die toll Witsel nicht so wenn jetzt ihr seid abscheulich du bist abscheulich schau dich an bitte gut spart euch eure Worte oh nein nichts als leere Worte jetzt ist ach das ist nicht ich weiß nicht auf Wiedersehen hallo boah echt Beweise sollte schauen was sie treibt muss ich sie jetzt beobachten ok sie geht raus das treibt die Frau ja Abby Granger warum denn nicht wir haben hier ne super Zeit was treibt die Frau da was treibt die Frau da ja ich brauche meinen Schlaf und den hole ich mir auch aber halt erst später noch was macht denn die Frau da jetzt was macht denn die Frau da jetzt was macht denn die Frau da jetzt war mir ein erzählt weiter jedes kleine bisschen hilft ich weiß nicht passt gut schönen Tag ja ja schönen Tag muss ich sie jetzt echt verfolgen oder muss ich in dem Haus gucken vielleicht wir können natürlich nicht das ist ja klar da gibt ja überhaupt keinen Sinn ich glaube ich warte mal ne Stunde irgendwas 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 duckt hier ihr steht hier nicht ohne Grund irgendwas macht ihr hier sie steht hier nicht ohne Grund irgendwas macht ihr hier sagt euch seid gegrüßt seid gegrüßt seid gegrüßt ich habe aber auch actually nicht ganz verstanden wie sie ihre Nachbarin sein kann die treibt doch hier Bull die treibt doch hier Bull die treibt doch hier Bullshit die treibt doch hier Bullshit ich schönen Tag ach komm die steht vor ihrem Haus warte mal sie sie sagt ja sie schleicht abends ins Haus sie tut es offensichtlich auch schon um vier wo ist sie denn jetzt? vielleicht geht sie da jetzt gerade hin wir haben uns erst vorgesprochen als ob ich jetzt kurz geschlafen habe und wieder live gehe quatscht sie mit irgendjemanden und nicht gerade intelligent aber die Scheren sind messerscharf schönen Tag was macht die Alte denn? da jetzt schleicht sie sie schleicht Ja, diese Erztertapen will. Sie ist ja frische Tat. Das ist eigentlich witzig. Sie wird auf Berglöwen angesprochen. Am nächsten kommenden Nacht macht sie da drückt sie wieder Scheiße. Ich sah, wie Federbeber vor Avenatelas Haus Fleisch hinlegte. Told you. Das muss die Berglöwen in der Stadt, in die Stadt und in den Keller gelockt haben. Ich sah, die Fehler wieder zur Relle stellen. Sofort doof. Hey. Ich hab euch bei Avenatelas Haus gesehen. Wie bitte? Ich bin mir sicher, dass ich keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Ich würde mich niemals herumschleichen. Gut, wir stehen eine Meter vor deinem Fleisch. Hab dich überfragt. Ich dachte, wenn ich etwas verfaultes Fleisch liegen lasse, würden die widerlichen kleinen Biester herauskommen und dann könnten die Wachen sich um sie kümmern. Also sie hasst Ratten. Und was stören dich die Ratten in dem anderen... Also Roll, was weiß ich? Berglöwen? In ihrem Keller? Ich wollte nur ihr Ungeziefer nach draußen locken. Ich wollte niemandem schaden außer den Ratten. Bitte sagt es ihr nicht. Und wenn ihr unser kleines Geheimnis für euch behalten könnt, werdet ihr es nicht bereuen. Ich kann euch einiges über Akrobatik beibringen. Überlegt es euch. Ich sag's mal so, Mädchen. Ich hab Akrobatik auf 137 Punkte. Ich glaube, du kannst mir nichts über Akrobatik beibringen. Aber warum wollte sie die Ratten rauslocken? Was stört sie denn, die Ratten in einem fremden Haus? Die Ratten kommen doch nicht zu ihr rüber. Aber... Nee, ich mag die nicht. Seid ihr ihr also gefolgt? Sie steckt dahinter, oder? Berichtet mir, was ihr herausgefunden habt. Ja, die Löwen, die kommen nicht über die Mauer. Die haben sich unten durchgegraben. Ist ja völlig logisch. Ich wusste es. Clever. Ich hole sie. Wartet. Da muss jemand sehr überzeugend gewesen sein, um sie zu einem Geständnis zu bringen. Vielleicht kann ich euch etwas mehr darüber beibringen, wie man mit Leuten redet. Ja, Wortgewandheit ist wichtig. Wortgewandheit ist besser als Akrobatik. Aber sie kann mir überhaupt nichts beibringen. Sie kann mich überhaupt nicht trainieren. Bitte los schon. Verstehe ich nicht. Erzählt weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich habe keine der Schriften von Federweber gelesen. Sie sollen jedoch ganz gut sein. Ach so, Federweber schreibt. Das ist ja super. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war's. Sie brachte mir auch ein bisschen über Wortgewandheit. Ach, die hat mir das direkt geleert. Verstehe. Ich habe einfach so einen Punkt bekommen. Okay. Ja, der eine Wortgewandheitspunkt ist definitiv besser als der Akrobatikpunkt, weil der Akrobatikpunkt hätte mich nicht weitergebracht. Von dem her, perfekt. Genau. Und bei der Kämpfergilde war es so, wenn du eine Quest abgeschlossen hast, wirst du nicht automatisch zur nächsten gebracht, wie bei der Liebesgilde. Sondern da musst du dir deine Quest halt immer selber holen. Was dann dafür sorgt, dass du auch selber anfragen musst, Specs, ähm, Beförderung. Seid gegrüßt, Kaiji. Was für eine nette Person. Jetzt ist der wieder nicht da. Und genau deswegen hasse ich an Will. Wenn du mir sagst, um was es geht. Ich will jetzt erst mal wissen, ob ich jetzt befördert würde für die Rattengeschichte. So. So nämlich, Freunde. Und jetzt will ich meinen neuen Auftrag. Auf der Suche nach Arbeit, was? Gut, ich habe einen Auftrag für euch. Ich möchte, dass ihr mit Norbert Lellis hier in Anvil redet. Wer ist Norbert Lellis? Er betreibt Lellis Qualitätswahn hier in Anvil. Er hat zur Zeit allerdings Probleme mit Einbrüchen und er hat uns damit beauftragt, diesem Spuk ein Ende zu setzen. Der glücklose Ladenbesitzer. Mensch, klingt so, als hätte ich eine Bar aufgemacht. Das wäre traurig. Geht der Zapfhahn nicht, weißt du? Dann bist du glücklos. Stell dir mal vor, ihr kommt in meine Bar, bestellt ein Bier. Und bei einem Viertel des Schenkens des Glases geht der Zapfhahn kaputt. Er steht da, zuckt mit den Achseln und sagt, nie Glück. Oh, was ein trauriger Gedanke. Aber das wusstet ihr ja schon. Ihr müsst nicht darauf vorbereitet sein, dass es nie glücklich ist. Ich höre, ihr wisst euch in Leut. Nee, ihr hört zu viel. So, guck mal. Lellis Quality. Merchandise. Der hat aber zu, der Laden. Deswegen muss ich jetzt erstmal... ...15 Stunden warten. Und ich hole mir was zu trinken. Wieso hat denn der Laden immer noch zu? Wann macht denn der auf? 10 wahrscheinlich. Der führt ein Leben, ey. Immer noch. Wait, wo ist er denn? Ach, das ist der Hintereingang. Was? Wieso ist denn das der Vordereingang? Was ist denn das für ein... Was? Nee, ich muss über den Hintereingang rein. So läuft der Hase. Nein, Wahnsinn. Ich mag keine 24er. Ungesund. Grüße. Willkommen bei Lellis Qualitätswaren. Wir führen ein umfangreiches Sortiment, das sicher auch euren Wünschen gerecht wird. Das sehen wir ja dann. Oh, und vielleicht habt ihr ja das Schild draußen gesehen. Kleiner Irrtum, wisst ihr? Pech gehabt. Also, was kann ich für euch tun? Ach, der Irrtum ist, dass dein Laden nur hinten aufgeht? Jackson, danke schön für den dritten. Einen wunderschönen guten Morgen dir. Herr Lellis, was stimmt mit Ihnen nicht? Ich bin Norbert Lellis. Wie kann ich euch behilflich sein? Keine Ahnung. Du hast Einbrüche hier, deswegen hast du vorne deinen Laden zugesperrt. Ja, 18 waren in der Stasse. Spätestens um 14 Uhr ist mein 24-Stunden-Disconnect. Keine Ahnung, ob ich danach noch weiterstreame. In den letzten Monaten wurde mir schon einiges aus meinem Laden gestohlen. Ich ersetze es immer, aber sie stehlen es einfach wieder, trotz neuer Türschlösser. Sie kommen immer nachts, wenn ich schon im Bett bin. Vielleicht transportiert sie ja einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt ja über Nacht im Laden bleiben. Viel Glück. Okay, und im Laden bleiben. Wie gesagt, ich brauche euch, damit ihr diesen Einbrüchen in meinen Laden ein Ende bereitet. Es scheint immer nur nachts zu passieren. Okay. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Auf Nummer Wiedersehen. Und ich bleibe jetzt hier einfach... 16 Stunden stehen. Und drei Banditen in Glasrüstung. Das kam unerwartet. Ich habe mich der Gaune angenommen, die in Nomadless Laden eingebrochen sind. Ich sollte mit dem Ladenbesitzer selbst sprechen. Das kam ein klein wenig unerwartet. Ja, wenn ich schon mal in Anvil bin, dann kann ich das alles mitnehmen, damit ich es dir wieder verkaufen kann. Dann hat er jetzt ein paar nackte in seinem Laden, aber hauptsache nichts wird geklaut, oder? Zur schwimmenden Schüssel. Auf geht's. So viel zum Thema, es passiert immer nachts, wenn ich schlafe. Bloß weil du irgendwo rum säufst, bist du ausgeraubt. Konntet ihr mein Problem mit den Einbrüchen lösen? In der Tat. Ihr habt sie erwischt? Wunderbar. Aber... Ihre Namen klingen mir vertraut. Alle diese Männer haben hier gearbeitet. Oh. Erstaunlich. Ich ließ sie sogar morgens den Laden aufschließen. So sehr habe ich ihnen vertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie zu Verbrechern gemacht haben soll. Traurig. Tja, hier ist eure Bezahlung. Ach, das war's. Okay. Schönen Tag. Coole Quest. Ja, wer weiß, was sie zu Verbrechern gemacht hat. So, können sie sieben Stunden warten. Das war ne kurze Quest. Also gerade nach der langen Rattenquest gerade, kommt man da schon fast genehm. Hallöchen. Ich hätte ganz gerne meine 100.000. Wir verkaufen nur vom Besten. Was ist das? Holen so langsam mal. Und 102.000. 103.000, läuft. Selbststellig reicht. So, ich hoffe, der Chef ist auch gleich da. Gebäude ist halt kacke, weil du durch zwei Türen nimmst, was du musst. Es ist wirklich schön, euch kennenzulernen. Und das muss ich jetzt hier auch. War mir einfach... Ich bedauere, ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Fragt doch Burz Grokka... Okay, Schardinal, besser als dieses Bestgebäude. So, Freunde, mit Schardinal geht unsere Reise weiter. Morgen, Mr. Kroon. So, wo waren hier die Kämpfergelder? Hallo, Dr. Kroon. Ist noch das guten Morgen? Ja, schön. Bald haben wir schon wieder die Zeit rum, wo... Oh, guten Morgen wünschen kann. Haben wir gut überstanden. Krass aus, Mann, der Riesige. So, wo zannen die Gelden? Wer hilft einem alten Wälder? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ja, wunderschön. Ist das Kämpfergelder hier? Ne, das Flussblick. Wir lassen das Haus. Die Streamzeit steht, by the way, auch direkt unterm Stream mittlerweile, ne? Ihr braucht noch nicht mal mehr den Command. Also am Rande. Ich habe einen Nenwurz. Lul. So, Hallöchen. Oh, das fand ich die Kämpfergelder. War schon da nicht gerade, dass der Laden geschlossen ist? Schön, euch zu sehen, sehr gut. Ach so, das ist der Maler-Typ. Ich erinnere mich. Auf dem Handy kann man es nicht sehen. Technisch gesehen. Schon, weil es da oben auch nochmal steht. Aber dann kommt es auf deine Handygröße an. Aber du hast recht. Er ist, äh, nur auf dem PC. Das, was ich meine. Kämpfergelder ist hier. So. Mit dem muss ich nicht reden. Mit dem muss ich nicht reden. Da ist er. Brutz. Ihr sucht hier doch Arbeit, ihr nichts. Vielleicht möchtet ihr einen Auftrag. Ja, dann gib mir doch mal einen Auftrag. Ich denke, ich habe etwas für euch. Wir haben eine Waffenlieferung für die trostlose Mine. Das ist euer Auftrag. Hm, trostlose Mine? Habe ich die nicht schon gecleared? Beweg deinen Arsch, Stiefel. Ich habe das Gefühl nicht los, dass ich die trostlose Mine eventuell schon gemacht habe. Nope, habe ich nicht. Aber hätte sein können. Verlassene Mine, glaube ich, war es. Mäse peese. Bring mal schnell hin. Bring los, Katze. Whee. Immersiv. Elder Scrolls in. Third Person spielen. Nicht. Nicht. Okay, ich höre Gegner. Wow! Diese scheiß Goblin, ne? Die sind einfach viel zu stark. Mega unbalanced. Am besten noch zwei davon, ey. Freut mich richtig auf die Goblin-Höhle. Ey, die sind viel zu krass. Und ich freu mich viel zu viel aus, die Goblins. Einfach nur Brawl. Boah, ich loote die schon gar nicht mehr, Leute. Jetzt ist Progress-Zeit. Jetzt ist Progress-Zeit. Hi, Jungs. Ich habe eure Waffenlieferung. Gut, dass ihr es geschafft habt. Ihr solltet mit Rihanna sprechen. Hey, Rihanna. Ihr müsst die Verstärkung von der Gilde sein. Gut. Ich hoffe, ihr habt Waffen für uns. Ihr habt es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Wir haben hier Ärger mit den Goblins. Ich nehme den Bogen. Ihr gebt die Waffen meinen zwei anderen Männern. Üble Kreaturen. Ihretwegen ist es zu gefährlich, in dieser Mine zu arbeiten. Wir müssen sie erledigen. Seht euch vor. Ja, dann töten wir die halt. Was soll ich? Ich soll denen erst allen Waffen geben. Aber dann können sie sterben. Ich könnte die Hülle auch vorher clearen. Dann können sie nicht sterben, oder? Ach, witzig. Okay, sie müssen das aufschließen. Ja, du kriegst den Hammer. Und du kriegst... Das ist schwer. Man kann das auch falsch machen, bei der Weih. Lieferte Waffen an die drei Mitglieder der Kämpfergelder ab. Wir sollten jetzt die Mühle-Goblin-Frage machen. Also wenn du dem Typen sagst, an der Klinge will, gibst du den Hammer, dann kann der halt nix. Hallo Geos. Morgen. Ich wette, einer von denen stirbt. Weil das mega die Plebs sind. Und weil die Goblin nicht einfach viel zu stark sind. Und weil die Goblin nicht einfach viel zu stark sind. Und solange ich sie wegtanke... Haben sie Überlebenschancen? Fragezeichen? Ja, austricksen könnt ihr mich nicht. Nämlich keine mega fetten Waffen von uns. Okay, sie kämpfen auf jeden Fall noch wie die Wilden. Jetzt soll ich mal nach ihnen gucken. Da ist gerade eine Stimme, oder? Nee, sie leben noch. Aber die Frau ist safe nicht, oder? Nee, das ist nur ein Berg, Mann. Die schießt doch noch. Ich höre die doch schießen. Ja, ich höre die doch schießen. Die treibt doch hier irgendwo noch Schabernack. Jungs, wo ist denn die? Ich will mich verarschen. Was ist die denn? Hauptsache, die anderen Jungs helfen ihr halt auch nicht. Ich höre sie immer noch schießen. Okay, ich bin wenigstens in der Nähe des Kampfes. Am Eingang. Loy, wie viele Pfeile er drin stecken hat, Leute. Guckt mal, wie lange dieser Kampf schon geht. Oh mein Gott. In der trostlosen Mini ist jetzt kein Goblin mehr übrig. Ich sollte zur Burz zurückgehen. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Pfeile. Sie wurden ja inzwischen alle erledigt. Das war guter Arbeit, Soldat. Geht zurück zu Grokasch und holt euch euren Lohn. Das ist natürlich sehr immersiv. Sieht so aus, als hätten wir sie alle. Gute Arbeit, Soldat. Die Minenarbeiter können zurück an die Arbeit. Ihr solltet zurück zu Burz... Äh, Rina, du solltest echt mal an deinen Skills arbeiten. Der Typ hat elf Pfeile. Gut, von den elf Pfeilen ist einer im Herz, zwei in der Brust und 18 im Arm. Keine Ahnung, wie sie das hingekriegt hat. Sehr fragwürdige Situation. Ganz fragwürdige Situation. Nee. Magiergilde und Kämpfergilde. Schön, wie immer alle denken, dass ich nur wirklich besoffen war. Ah, so wie er gefahren ist, kann man das aber auch keinem Übel nehmen, oder? Habt ihr euch denn noch nicht um die Waffenlieferung gekümmert? Die Waffen liefern sich nicht von selbst aus. Spielt der Longcore eigentlich mittlerweile, Mama? Ihr hattet die Waffen geliefert und habt die Mine ohne Opfer geräumt. Besser, als ich es von euch erwartet hätte. Hier ist euer Lohn. Und ein kleiner Bonus. Danke. Ich würde gerne, äh, befördert werden. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Danke. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Weg, klasse. Ich habe, ich habe sechs Bahnhöfe gemacht, Herr Boy. Den Rest müssen wir beim nächsten Mal machen. Weil ich ja leider mit Maus und Tassadou spielen muss. Ich spiele mittlerweile nichts. Nee, ein Storncore. Haben wir ja, äh, gut hingekriegt. Ich hätte gerne noch einen Auftrag, Burz. Ihr werdet in Koroll gebraucht. Dieses Hin- und Hergeschick in der Kämpfergilde ist super. Koroll weiß ich wenigstens, wo der Hase läuft. Nordtorn direkt rechts. Gute Nachrichten, Bürger. Gute Nachrichten, Bürger. Die Chefin ist nämlich eigentlich hier oben. Aber die Chefin ist nicht da, weil sie... Vermutlich schläft um die Uhrzeit, I guess. Wo treibt sie sich rum? In ihrem Haus. Ja, wahrscheinlich schläft sie da. Das ist zu einfach. Ich darf sie wahrscheinlich nicht besuchen. Doch, darf ich. Um die Uhrzeit? Kurz vor vier? Darf ich schon mal reinkommen? Ah, okay. Und dann bleibt die Finn Haus. Aber hier darf ich nicht rein. Also wenn ich trotzdem reingehe? Ah, Longo, du suchst immer noch danach. Immerhin, tatsächlich sinnvoll. Muss man alle Häuser kaufen, restaurieren und dann mit der Auktion Häuser verkaufen? Äh, mit dem ersten DLC meinst? Nee. Das mit dem Verkaufen verkaufen war doch Hauptspiel. Außer die DLC-Aufgaben, DLC... Oder war das mit dem Garten, das mit dem Verkaufen? Dann ja, muss auf jeden Fall machen. Äh, die hatten den Wurz. Das ist jetzt meiner. Hallo, ich bin da. Raus hier jetzt. Nö. Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Ja, dann sag mal an. Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Mordrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück. Äh, danke. Unvollendete Angelegenheiten. Mordrin Oren. Alles klar. Äh, ja. Einfach kaufen. Kurz ein bisschen herrichten und wieder verkaufen. Das reicht schon. Das, 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 das reicht schon. Die fuck, die gehen uns heute schon wieder aus. Wo muss ich hin? Ganz fort. Ja, hier war der Graufuchs. Gehst du immer noch da und redest vom Graufuchs? Bitte, unbedingt. Ja, bitte unbedingt. Das sehe ich auch so. Hm? Bitte unbedingt. Das ist dein Haus. Ich darf hier eigentlich nicht rein. Warum darf ich mal nicht? Die sind mal echt alle komisch, Leute. Die wollen immer, dass man nachts nicht in ihr Haus kommt. Ich bin hier echt nervig, muss ich sagen. Kannst du mal in die andere Richtung gucken, damit ich hier einbrechen kann, ohne dass mich die Waffen, Wachen jagen? Danke. Ich meine, man darf einfach rein. Man darf ja nur nicht erwischt, äh, das ja nur nicht erwischen lassen. Hier, du hast, Alter, zieh dir mal was an. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, hm? Nee. Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Magli ihr Kontakt aufnehmt. Irgendwie ein Sprachfehler. Was ist mit Magli jetzt? Er ist ein Bruder der Kämpfergilde, aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Okay, notleidend. Erzähl, komm. Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Alles klar. Steht nicht nur so rum. Und zack, angezogen. Und mit der Rüstung liegt er sich jetzt wieder schlafen. Machen wir so. Und ab nach Skingrad. Ist halt echt eine richtige A-Nach-B-Reise, die Kämpfergilde. Hallo Maglia. Was gibt es, Bruder? Sie haben dich geschickt, mich zu finden? Ja, schon. Ich bin Maglia. Was wünscht ihr? Was ist denn jetzt mit dir? Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brinus Astis suchen. Wer ist Brinus Astis? Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfeldshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld. Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Ja, okay. Bin ich mal gespannt. Ist die Hülle wirklich so krass, dass man das gar nicht bezahlen kann? Ich schaue mir das sehr gerne mal an. Weißt du was? Ach, näher. Du kannst ja mal was essen. Ich bin noch nicht hungrig. Ich muss das DLC kaufen. Reden wir jetzt von Garden Flipper quasi? Ach, guck mal. Da hinten ist sogar noch ein kaputtes Oblivion Tor. Schau mal. Kann ich schnell erkunden für die Questmarker. There we go. Sowohl als auch. Bei Instant Gaming, by the way, für den Euro. Ich weiß nicht, ob Steam gerade günstiger hat, aber ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, Steam kostet 12. 7 Euro sogar. Mensch. Da kann ich nicht mithalten. So, was ist jetzt hier drin? Sind hier Geister oder was ist das Problem? Ich wechsle schon mal auf das Schwert. Ich befürchte Geister. Warum soll er sonst rumheulen? Skelette. Geister. Ja, okay. Ja, okay. Hier, Skelett. Skelett ist schon mal klar. Der Lux ist also Essen. Ich würde es machen. Ja, wenn ich jetzt esse, glaube ich, wäre ich müde. Das würde ich verhindern. Dead Rabeinschäden. Let's go. Sehr teuer. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das Handhabe heute. Ich weiß noch nicht, wie lange ich wirklich wach sein kann. Uff, das ist schon wieder ein Wirrwarr hier. Kämpfergelder und ihre Wirrwarren. Kann ich einfach gucken, wo der Marker ist? Ja, da in der Nähe. Leute, wir speedrunnen jetzt hier ein bisschen. Genug gesehen und erlebt. Wir haben beide bei euch schon... Ja, Geister, wie ich mir dachte. Genau deswegen hat er gesagt, ich habe keinen Bock. Er hat gesagt, ich muss auf meine Familie achten. Und er hat völlig recht, Leute. Die Kindverkehr schickt dich irgendwo hin, wo verdammt nochmal Geister rumschwirren. Ich verstehe es. Du brauchst das Gestell jetzt doch selbst, Lunker? Ja, mein Gott, wenn es nichts hilft, ne? Ich bin ein Kabel. Dann ist das halt so, ne? So, ich habe das Tagebuch gefunden. Ich sollte entweder mit Magier sprechen oder ihm sagen, dass der Auftrag ausgefüllt ist. Ja, das kann doch euch Magier machen. Ich nehme es ihm nicht übel. Ich bin da recht entspannt. Soll er den Auftrag ruhig abmachen. Okay. Ja, Lunker, ich verstehe das schon. Das will man dann irgendwie perfekt haben. Und dann... Na, wie du schon sagst, wenn man auch gerade dann in dem Bereich noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, dann muss halt wirklich alles perfekt sein. Dann muss das stimmen, so, ne? So was macht man ja auch nicht. Bei mir auch so. Also ich habe ein Problem auch. Nach einem normalen Schlaf noch mal eine Stunde schläfst, ist immer scheiße. Ja, genau. Kommt nie was Gutes bei rum. So ist das. Ach shit, jetzt... Warte mal. Bin ich in Chardina... Ne, ich bin richtig. Ja, ich gebe ihm das jetzt. Wie geht es euch? Was habt ihr eigentlich immer in eurem 24-Stunden-Stream? Ist das so wichtig, wo es das ist? Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr... Ja, ja, ich hasse es doch. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut. Dann geht zurück zu Urain. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt. Ich werde ihm sagen, dass er die Aufgabe gemacht hat. Danke. Ich möchte mich nicht vor meiner Verpflichtung drücken. Aber früher wurden zwei oder drei Männer auf Missionen geschickt. Ich mag die Gilde, aber ich muss auch an meine Familie denken. Ne, Makle, ich bin voll auf deiner Seite. Kein Stress, ne? Alleine in der Höhle mit irgendwelchen Geistern, irgendwelchen Lichtlords. Ich bin voll auf deiner Seite. Kein Problem. Ich schütze ihn. Ich bin voll der Ehrenwurz, Mann. Ne, also... Na, die Tante mit der Ratte, die habe ich verraten, weil das einfach eine Bitch war. Aber er sorgt sich für seine Familie. Ne, ne. Das ist schon okay. Kann ja nicht hier so ein krasser Typ sein wie ich. Skinny, guten Morgen. Danke für den Verlust. Warum spricht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglir aufspüren? Ja, Maglir hat sich doch gekümmert. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? Er hat keine Not gelitten. Er hat das nicht getan? Hm. Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gut. Na, wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hoffen wir mal, dass euer Freund Maglir seine Lektion gelernt hat. So. Achso, hast du noch mehr Pflichten, bei der Weih? Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Bin Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde. Wer macht Ärger? Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Betrunkener Ruhestörer. Assassino, bist du es? Hahaha. Vom Gefühl her war Assassino heute ein betrunkener Ruhestörer. Auf der Strecke. Das ist ein Leia Bin. Let's go. Hahaha. So. Ich muss nach Leia Bin reisen und dort rausfinden, weshalb drei Mitglieder der Kämpfergilde Ärger gemacht haben. Hallo, Ewera. Nichts gefunden. Na gut. Hi. Könnt ihr mir helfen? Ich bin Aitar. Sagt, habt ihr gehört, was dieser Argonier sagt? Er sagt, ich glaube... Halt die Schnauze. Es gibt Probleme mit ein paar finsteren Gestalten. Begebt euch zur Fünf-Klauen-Unterkunft. Ihr werdet schon sehen. Das ist doch mal eine Ansage. Danke. Dieses Wreckfest, ne? Müssen wir das mal spielen? Da sind sie doch alle. Jetzt. Wäre besser für euch, wenn ihr euch hier raushaltet. Warum? Ärger? Ärger? Ihr habt verdammt recht. Aber unsere Schuld ist das nicht. Die, die hier Ärger machen, sind die Jungs von der Dunkelforstrotte. Die sind das Problem. Was für eine Dunkelforstrotte? Sie sind Söldner, die eine Niederlassung hier in Leia Bin aufgemacht haben. Vantus kann euch mehr erzählen. Vantus! Kümmert euch... Es empfiehlt sich nicht, uns mitten im Gespräch zu unterbrechen. Erzähl mir mal was von der Dunkelforstrotte. Ich pfeife auf die. Söldner des Kaisers erheben in Schwarzmarsch Anspruch auf Landflächen. Nach ihrer Niederlage kamen sie zurück und sind hier ins Geschäft eingestiegen. Sie unterbieten uns schamlos, um an Aufträge zu kommen. Und sie haben keine Skrupelaufgaben anzunehmen, die kein ehrenwertes Gildenmitglied akzeptieren würde. Ihr und eure Männer müsst aufhören. Ich muss euch mit Arbeit beschäftigen. Hört doch jetzt einfach mal auf. Nein. Ähm. Ihr müsst euch ja mal mit Arbeit beschäftigen. Eine brillante Idee. Aureen schickt heutzutage nur seine besten Leute. Passt mal auf. Ihr sucht uns bezahlte Arbeit, dann erledigen wir sie auch. Okay. Arbeit wäre großartig. So dumm, dass uns heutzutage keiner mehr welche gibt. Wenn ihr Arbeit für uns findet, erledigen wir sie. Pff, ob ich das wohl schaffe, äh? Ab tausend... Äh, guter Powernap, Hope. Willkommen zurück. Der Sonntag kann starten. Ich soll Arbeit finden. Ich habe mich einverstanden erklärt. Arbeit für meine Kollegin. Vielleicht könnten ein paar Ortsunsässigen hier helfen. Wie wäre es mit dem Typen, mit dem ich gerade schon gequatscht habe? Hast du Aufgaben? Aufträge für die Kämpfergilde? Hm. Versucht es bei Margarte. Wenn sie nicht zu Hause oder im Fünf-Klauen ist, findet ihr sie wahrscheinlich bei der Suche nach Alchemie-Ingredienzien. Und nein, die suchen die Ingredienz. Hier, ihr ge... Scheiße. Seht euch vor. Ich bin auf der Suche nach Ingredienz. Ha, 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 ha. Ah, die Ingrid. Hallo. Mein Name ist Margarte. Ich bin von Beruf Handelsberaterin. Ich biete zum Beispiel Unterweisung in Feilschen für Fortgeschrittene an. Aber meine Leidenschaft ist die Alchemie. Ich liebe es, neue und interessante Tränke zusammenzubauen. Ja, ich auch. Nur so zum Spaß. Ich weiß. Schade, dass meine Arbeit als Beraterin und Ausbilderin mir so wenig Zeit zum Sammeln von Zutaten lässt. Brauchst du Aufgaben? Ich habe Aufgaben. Würde auch keine Minute opfern, um mir beim Sammeln von Zutaten zu helfen. Das ist ihr Mann, der Typ da draußen? Anstatt wieder Streit zwischen Kajiten und Agonien anzuzetteln, um mir beim Auffinden von Zutaten zu helfen. Hauptsache, der Mann schickt mich zu seiner Frau, weißt du denn? Sehr produktiv, Longo. Sehr gut gemacht. Du nimmst es auch richtig hart ernst. Kann das sein? Junge, Junge, ey. So, dann gib doch einfach mal Aufgaben an die Kämpfergelder weiter. Es gibt da etwas, wofür ich die Hilfe der Gilde brauchen könnte. Ich benötige Ogrezähne und Minotaurenhorn für mein Alchemie-Experiment. Diese Ingredienzien sind schwer zu bekommen. Die Ingredienzien sind schwer zu bekommen. Und ich bevorzuge sie frisch und zahle gut. Diesen Leuten von der Dunkelforstrotte traue ich nicht zu, sie aufzutreiben. Ich bin mir eurer auch nicht so sicher. Ich mache euch einen Vorschlag. Bringt mir fünf Portionen Ektoplasma und ich werde mit der Gilde Geschäfte machen. Das ist mein Angebot. Witzig. Habe ich die dabei? Eins. Okay, ist aber kein Problem. Die will Ektoplasma. Das ist absolut kein Problem. Denn wisst ihr, wo ich Ektoplasma im Überfluss habe? Richtig. Zu Hause. In Schkingrad. Was gab es in Final Switchy? Erzähl mal. Erzähl mal uns von deinem schönen Frühstück. Rennhandschuhe und Rennsport. Rennhandschuhe und Rennsportschuhe. Junge, Junge, ey. Geh mal aber in die Vollen. Aber gut. 100% Rennen müssen halt auch immersiv gefahren werden. Nicht wahr? Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt ernsthaft 5 Ektoplasma auftreiben. Würde mich mega nerven. Und würde auch vermutlich ein Weilchen dauern. Aber wir sind Ingredientschmeister. Und deswegen haben wir 5 Ektoplasma für die Tante. Griffbereit ausliegen. Oh, die könntet die Nervo jetzt auch machen. Easy Spiegelei. Easy Spiegelei. Easy. Ganz easy, der Richie. Siehst du mal, wie praktisch wir sind? Zu Hause ist alles da. Können wir richtig schnell Gas geben hier in the game. Lenkregel mögen, wie ich gelesen habe, Hautkontakt nicht so wirklich. Ah. Aber haben wir schon festgestellt am Lenko. Einmal dann gescheit, ne? Margret. Ich hab dir deine Ingredientschmeit gebracht. Habt ihr mir Ektoplasma gefunden? Alter, wie sie... Okay. Alles klar. Überhaupt nicht gruselig, wie sie in der Tür steht. Ja, hier, komm. Machen wir so. Mal sehen... Nun, ihr habt das Ektoplasma. Ihr Kerle von der Kämpfergilde könnt wohl doch was leisten, wenn ihr nur wollt. Sagt euren Leuten, ich zahle für Minotaurushörner und Ogerzähne. Die Kämpfergilde wird mein Exklusiv-Zulieferer sein. Ich freue mich auf weitere Geschäfte. Es hat Eltzer steht in der Tür und sagt, komm, mein Kleiner, ich hab noch was ganz Süßes hinter der Tür. Schönen Tag. Tag. Habt ihr... Nun, ihr habt das Ektoplasma. Ihr Kerle von der Kämpfergilde könnt wohl doch was leisten, wenn ihr nur wollt. Sagt euren Leuten, ich zahle für Minotaurushörner und Ogerzähne. Ja, das habe ich doch gerade schon geklickt. Ich weiß gar nicht, was sie will. Oh ja, lau und Gott, dann musst du mir ganz viel von deinen Fortschritten berichten. Da wir jetzt aktiv jetzt erstmal nicht mehr selber spielen, hier. Muss ich zumindest auf dem aktuellen Stand sein. Ja, hier. Soll mir recht sein. Ich sage es den anderen Männern. Die werden sich freuen, wenn sie Oberjagen gehen. Und Uren wird sich freuen. Easy live. Geht und fügt ihr... Kein Problem. Kornproblem. War Koroll? Ach so. Easy kommt man... Naja, das vor der Tür. Im Wirkel, ich gehe mal hinten rum ein. Ich warte auf eure Ergebnisse. Was habt ihr herausgefunden? Die Schwarzwaldrotte hat den Leia wie ein Fuß gefasst. Dieser ehrlosen Bass. Nun denn, ihr habt eure Aufgabe erledigt. Hier ist euer Lohn. Danke, ich brauche Arbeit. Momentan habe ich nichts für euch. Sprecht mit Asan oder Grokasch. Würzt es noch ein wenig, dann nehme ich vielleicht etwas. Vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine Beförderung. Was, er labert? Ich befördere mich halt. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Taten tragen euch den Rang eines Schwertkämpfers der Kämpfergilde ein. So, nämlich. Momentan, vielleicht... Asan oder Grokasch. Seht euch vor. Ich habe es ja befürchtet. Probieren wir es mit Asan. Asan. Grokasch hat so eine breite Nase. Burz. Hallo. Guten Abend. Hallo. Abend. Ja, ja. Ich habe gehört, dass wieder eine Menge Schlammkrabben unterwegs sind. Ich weiß. Ist bestimmt nicht zu Hause, oder? Das war so klar. Es war so klar. Beckeres. Wann hast du mich zuletzt vor 12 Uhr mittags und Streamer machen sehen? Ich meine... Das sind Fragen, die sie selber beantworten, ich glaube. Was habt ihr zu berichten? Wie geht es euch? Pennt er hier irgendwo? Asan! Grüße. Ihr braucht noch mehr Arbeit, oder? Richtig. Schön zu sehen, dass ihr hart arbeitet. In Anvil gibt es noch mehr Diebe, um die ihr euch kümmern müsst. Diebe. Morgen, Guy. Hier in der Gegend hat es einige Fälle von Diebstahl gegeben und Zeugen glauben, dass sich die Diebe in der Nähe verstecken. Seht euch um. Mal sehen, was ihr herausfinden könnt. Keine Ahnung, mit wie vielen ihr es zu tun haben werdet. Daher sende ich euch mit einem anderen Rekruten raus. Maglir. Ich glaube, ihr seid euch schon einmal begegnet. True. Maglir kenne ich. Lustiger kleiner Kerl. Los jetzt. Ihr müsst diese Diebe loswerden. Hey Maglir, was geht? Ja, ihr seid's. Sieht ganz so aus, als ob wir zusammenarbeiten. Maglir will sterben. Wir müssen uns wohl in Anvil nach Hinweisen erkundigen. Glaubt, dass wir einen Auftrag ohne weitere Anweisungen bekämen. Ich folge euch. Ach, ich will gar nicht, dass ihr mir folgt. Hallo, Keldi, WB, du hast alles verpasst. Alles. 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 Den unschuldigen Assasino hast du verpasst. Das glaube ich nicht. Aber Keldi war doch die komplette Saison dabei. Wir sollen uns in Anvil umhören. nehmen wir diese Umhörer rein. Wisst ihr was über irgendwelche Diebe? Das sehen wir ja gleich. Okay, das findet der soweit ganz nice. Das ist wirklich komisch. Ja, ich weiß, ich bin schon ganz witzig. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul. Ihr macht der gute Arbeit. Mir so viel Honig, wie ich will. Weder jetzt Oh, bitte. Nichts als leere Worte. Was für ein Gut. Oh, der ist klasse. Das ist wirklich witzig, ne? Ihr braucht Ach, das ist nicht kann nicht sagen, dass ich selbst viel wüsste, aber es heißt, dass Neuheim dem rundlichen einige Sachen gestohlen wurden und er fragt jetzt überall danach. Fragt ihn. Im Wachgeld nicht im Monster sogar. Ah, just saying. Schönen Tag. Ja, Kai war so länger nicht mehr da. Das ist wohl richtig. Äh, pfff. Die Leute in Anvil schlugen mir vor, mit Neuenheim den Rundlichen zu sprechen. Er besitzt offensichtlich Energie von den Dieben gestohlene Gegenstände. Äh, das ist jetzt ein bisschen kompliziert hier einzubrechen. Das heißt, wir müssen vermutlich mal warten. Ja, auch wieder so ein Hintereingang. Natürlich hatte das. Was frage ich eigentlich und warum warte ich eigentlich? So, wer hat hier gestohlene Sachen? machen? Wo zum Teufel ich soll jetzt hier rausgehen? Wo ist denn der Typ? Das steht ja da draußen. Ich brech bei ihm ein, damit plötzlich nicht zu Hause. So, Freund Schnürschuh, was machst du da hinten? Ich weiß auf jeden Fall jetzt, warum er der Rundliche heißt. Das ist genau. Wo ist die? werdet ihn nördlich von Anvil finden. Viel Glück! Da steht zwar westlich, aber oh Gott. Hoi Meise! Hab meine Flasche geklaut, haben die. Hab ich von meinem Vater Rulf geerbt und der von seinem Vater Torbald. Es ist eine Wundertasse, hält Dunkelbier kühl und süß. Die Tasse brauche ich. Ich denke seitdem aus einem lausigen Humpen aus Holz. Es ist einfach nicht das gleiche. Wenn ihr sie findet, ist euch der Dank von Neuheim dem Rundlichen gewiss. Klingt einfach so, als wäre das die beste Bierflasche der Welt. Muss ich selber haben. So, ist gleich da oben die Hülle. Los geht's. Kommst du hinterher? Kleiner Mann? Was ist das für ein Freund? So. Ich brauche eine Tasse, die Bier immer schön kühl hält. Leute, die Berglöwen sind zurück. Alter! Jetzt haut er mich. Nice. Ich hoffe, er ignoriert mich jetzt. Greift mich nicht weiter an. Ich hasse es, wenn das passiert. Wenn du deine NPCs hüttest. Auszusehen. Und die dich dann angreifen. Weißt du was? Okay, hier sind eine Menge Sachen markiert. What the fuck? Why? Was kommt jetzt? Ach, die Bosma. Bah! Das Bogen. Tutte nicht mehr, habe ich gesagt. Wow. Wait, hier ist ein Totenbeschwerer. Da hinten. Unsichtbar, weißt du? Das sind die allerletzten, ey. Ich habe gesagt, ich lute nicht mehr. Gibt es die bald im Shop? Die Biertasse, das wäre geil, ne? Ich hätte ja tatsächlich mal geplant gehabt, eine Biertasse zu kaufen. Es gab sogar einen Prototyp. Aber ich sage es mal so, es ist schwieriger umzusetzen, als man glaubt. Was ist da immer noch mitzetten? Wie er Glasschienen hat. What? Ach, Magli greift mich immer noch an. Oh, KI, please. Siehs. Claymore des Infernos. Na gut, die muss ich mitnehmen. Die klingt halt schon ein bisschen sick. So, ich habe alle Diebe getötet. Und du? Ich will von allen, ne? Ich sollte zu Azamaya rückwähren. Okay, alles klar. Läuft er mich immer noch an? Ach, Magli, ja. Ich bin dein Freund. Was? Dürfen wir, wenn die 16 Stunden voll sind, dann Bier trinken? Dann ist es 4 Uhr Wolfpackzeit? Was? Was ist das für eine Logik? Also, wegen mir? Mir ist das eigentlich völlig hübsch. Also, wer bis, wer mit mir die Nacht durchgemacht hat, kann sowieso sowas machen. Aber, wer jetzt erst aufgestanden ist, sollte vielleicht nicht, aber ich weiß es nicht. Ja, ja, oai. Fuck. Wenn das genau so ein Freund wie Mick ist, tut er mir leid. Oh, wow. Ja, kann ich mir einen Wolfpack trinken eigentlich immer? Was ist denn jetzt? Wo rennt er denn hin? Ich glaube, er greift wahrscheinlich Magli an oder so. Weil Magli mich angreift. Was weiß ich. Hey, warum rennen die denn alle? Warum rasten die denn? Warum rennen die denn alle aus der Stadt raus? Hä? Verstehe ich nicht. Die wollen wahrscheinlich alle Magli töten. Magli ist eine arme Familie, ey. Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Immer noch Kampfmusik. Belassen. Also, habt ihr euch schon um diese Diebe gekümmert? Hey. Ihr habt sie erwischt, ja? Gute Arbeit, ihr zwei. Ihr werdet in der Gilde euren Weg machen. Hier ist eure Bezahlung. Hm. Vor allem Magli, ja. Ich bedauere. Ihr seid noch nicht bereit. Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Oh, da muss ich wieder zu Burt. Seht euch vor. Du Krokasch. Oh, schön. Ich habe Magli quasi nicht einmal ins Gesicht geguckt. Wie geht es euch? So, also wieder rüber nach Chardinal. Vom Osttor kam ich am schnellsten. Ne, vom Besttor, ne? Wenigstens habe ich damit die Kampfmusik resettet und den Kampf mit Magli. Der arme Magli. Was ist denn? Ich habe ihn beschützt, Mann. Und mich wäre er schon längst tot. Warum der arme Magli? Er hat mich die ganze Zeit angegriffen. Magli wollte mich töten. Mann, der war richtig verwirrt. Er hat aus Versehen mein Schwert an den Kopf gekriegt. Und dann riecht durch, der Junge, ey. Burz. Wo bist du denn schon wieder? Burzi. Also. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich schätze, ihr werdet euch nicht blamieren. Warum auch? Es ist von Bien Amelion aus Stade. Sie benötigt etwas aus ihrem Familiengrab. Vermasselt es nicht. Wenn ich Familiengrab schon wieder höre, ne? Ihr findet sie in Stade. Das ist auf eurer Karte gekennzeichnet. Alles klar, danke. Ich weiß jetzt schon, dass ich mein anderes Schwert ausrüsten muss, weil... Ne? Oder Inferno des Chaos, ey. 23 Stärke. Not even bad, dude. Macht euch... Hallo. Reist euch mal am Riemen jetzt hier mit dem Mig. Und dem Magli. Zu dem Dorf auf, ihr Lama-Esel. Lama-Esel. Guck mal, so komme ich hier direkt ans Büro rein. Aber wo müssen wir hin? Pfff, Stade. Ja, da habe ich doch actually... einen recht nahen Punkt. Finde ich gut. Mick hat also eine Chance. Will nix mehr darüber hören. Grüße. Was ist denn hier? Grüße. So, Stade. Familiengrab. Freu mich schon. Zeit für euch zu gehen. Das sehen wir ja gleich. Hallo, ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich brauche eure Hilfe, um gewisse Schulden zu begleichen. Okay, erzähl mal von deinen Schulden, Biene. Ich fürchte ja. Mein Vater hatte ein kleines Problem mit der Spielerei. Leider war er hochverschuldet. Als er gestorben ist, habe ich seine Schulden geerbt. Wie hoch sind die Schulden? Eine Menge. Über 1000 September. Mein Vater war ein ziemlicher Spieler. Ein ziemlich schlechter Spieler. Kann ich einfach die 1000 Centime bezahlen und die Kräste ist vorbei? Wo ist euer Vater? Fort, aus unserem Hause verschleppt in der Nacht. Ich würde gerne Schwert und Rüstung meines Großvaters verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Sonst bin ich die Nächste. Erzähl mir mehr über dich, Biene. Ich bin Bien Amelion. Sie waren eine Grabbeigabe für meinen Großvater. Das Schwert und der Panzer sind viel wert, da sie verzaubert waren. Sie sollten meine Schulden decken. Holt sie doch bitte für mich. Nimm das Geld und lass mich in Ruhe. Seid ihr sicher? Ich kann euch gar nicht genug danken. Bitte doch. Wenn ihr euch entscheidet, Schwert und Rüstung zu bergen, behaltet sie. Zumindest bis ich euch auszahlen kann. Easy. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel mir eure Hilfe bedeutet. Nochmals danke. Fast, oder? Ich bin so dankbar. Easy. Leichteste Quest, EU-West. 1000 Septime sind halt eigentlich verhältnismäßig viel. Aber wenn wir ehrlich sind, nach über 60 Stunden Spielzeit, ist mir das einfach egal. Ich werde Biene nicht daten. Gehört aber zu den attraktiveren Frauen in diesem Land. Das mag sein. Nein, man kann nicht heiraten. Ah, die Biene. Lustige. Hey, Boris, was machst du hier draußen? Ihr müsst den Auftrag für Bienna Melion in Stade erledigen. Die heißt Biene. Ihr selbst habt ihre Schulden beglichen, oder? So werdet ihr wohl kaum reich werden. Oh nein. Aber der Auftrag ist erledigt. Hier ist eure Bezahlung. Easy. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Ich erinnere euch hier zum Protektor der Kämpfergilde. Oh, schön. Bin ich Protektor. Ich soll euch nach Korol schicken. Ich hasse diese Schickereien der Kämpfergilde. Die Rüstung ist toll. Das ist richtig. Ähm. Aber. Naja, wie gesagt. Wenn wir mal auf den Tacho gucken. Ich glaube, nach über 60 Stunden Streamzeit sollten wir so langsam auch sicher mal Richtung Ende blicken. Und das heißt, ich versuche, so viel wie möglich jetzt zu sparen an Zeit, wenn es geht. Nee, das meine ich nicht. Ich meine allgemein, das Projekt Oblivion geht schon echt lange. Oha. Der Danton. Ihr begleitet ihn und sorgt dafür, dass er es schafft. Er braucht etwas Zeit draußen im Feld, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Sonst wird er nie ein guter Krieger. Wilena verhätschelt den Jungen zu sehr. Möchte ihn nicht in Gefahr wissen. Ist ja auch kein Wunder nach dem, was mit Vitellos passiert ist. Wilena Dantons ältester Sohn. Guter Mann. Wir haben ihn vor kurzem bei einer vermasselten Mission verloren. Ihr habt wahrscheinlich die anderen Verwundeten gesehen. Wenn ihr schlau seid, erwähnt ihr die Sache nicht vor dem Gildenmeister. Vielleicht haben wir später Zeit mehr darüber zu sprechen. Seine Mutter hält ihn zurück, um ihn zu beschützen. Geht mit ihm zur Nonville-Höhle. Galtus Previa wird dort vermisst und ihr sollt ihn finden. Und kein Wort darüber zum Gildenmeister. Geht und findet ihn. Er ist wahrscheinlich bei den Dantons und bringt ihn in einem Stück zurück. Der Auftrag kam von seiner Tante. Er war ein Nonville auf der Suche nach irgendwelchen Edelsteinen. Man hörte nie wieder von ihm. Ihr und Viranus sollt ihn finden. Ne, wir sind eben nicht mal ansatzweise fast durch mit dem Game. Deswegen muss ich ihm ein bisschen Gas geben. Die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Er sagt es. Er sagt es. Der Monat ist bald rum. Und ich bin noch nicht mal ansatzweise mit dem Spiel fertig. Hallo. Seid gegrüßt, Gildgenosse. Was kann ich für euch tun? Du kommst jetzt mal mit mir mit. Ne, du bist Viranus, Danton. Hallo. Ich bin Viranus, Danton. Was kann ich für euch tun? Ja, mein älterer Bruder. Er fiel während einer Mission. Vitellus ist heldenhaft gestorben, wie wir es alle erwartet haben. Er war der Beste von uns. Unsere Mutter ist sicherlich sehr stolz auf ihn. Sicher, apropos Mutter. Eine Mission? Gut, natürlich. Ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Ihr sagt, Orain selbst gab den Auftrag? Nun, vielleicht sollte ich erst mit Mutter sprechen. Nein. Oh, natürlich bin ich vorbereitet. Ich bin mir sicher, dass es nicht nötig ist, überhaupt mit Mutter zu sprechen. Auf geht's. So nämlich. Ich bin dabei. Auf geht's. Der Sohn des Meisters. Ach, Blondie. Als ob ich um so eine Uhrzeit anfange. Los geht's, Herr D'Anton. Gibt es nicht einen Louis-Definez-Film mit irgendwelchen D'Antons? Kommt mir so bekannt vor. Ist er überhaupt da? Ist er gar nicht da? Kann die Quest bestimmt auch ohne ihn machen, oder? Soll er zwischendurch auch mal wieder speichern. Ist schon wieder lange her. Wo kämen der D'Anton sowieso nicht nach? Keine Katze, ne? So, da ist die Höhle. Ich hoffe, er postet sie gleich einfach zu mir. Jupp. He dead. Wir rennen aus D'Anton und ich sind in der Höhle angekommen. Wir müssen herausfinden, was mit Previa passiert ist. Okay. Der D'Anton. Ist er französisch, oder nicht? Boom! Okay, und erst mal 80 Trolle. Sehr schön, der stirbt mir gleich weg. Uff! Woher habe ich jetzt den D'Anton, ähm... Irgendein Film, safe. Safe-Film, irgendein Film. Die D'Anton. Ich meine halt eben, dass es französisch ist und irgendwas deswegen mit Louis Definet zu tun hatte. Das Einzige, was mir so einfällt. War es nicht? War es nicht Phantomas? Gab's... Doch, schwöre, Phantomas... ...ist sein... ...sein Kumpel... ...der... ...der Reporter nicht D'Anton? Ich will hören, dass ich ein Genie bin und das weins. Ich bin mir sicher, es ist D'Anton. Huch! Und Ogre. Und Ogre. Ist da nicht D'Anton? Neee... ...aber ihr Freund. Oh! D'Anton ist bewusstlos, er kann also sterben. Aber er kann nicht sterben. Wie heißt er? Hondor, aber mit Vornamen. Neee, da ist nicht D'Anton von Hondor. Neee, nee. Nachdem ihr sie tagelang und wochenlang getragen habt, fühlt sich eure leichte Rüstung jetzt wie in der zweite Haut an. Ihr habt gelernt, euch darin im Kampf leichtschwürdig zu bewegen. Als Meister der leichten Rüstung werdet ihr feststellen, dass eure Ausrüstung im Kampf nicht mehr so schnell beschädigt wird. Ich bin Meister? Erstmal muss ich was drängen, weil ich verstorben bin. Meister der leichten Rüstung? Tatsächlich! Mein erster Meister-Tramut. Interesting. Er kann nicht sterben, aber er kann anfallen. Ja, dann habe ich aber auch gar keine Sorgen. Entspannt. Oh, Thor war also nicht Phantomas. Muss ich selber schnell was gucken, das lässt mal keine Ruhe. Gibt überhaupt gar keinen Sinn, dass da steht? Akku ist alle, weil erstens ist es am Strom angeschlossen. Zweitens muss ja dann die ganze Zeit der Akku aus sein, weil ich habe es ja gerade wieder an und ausgemacht. Irgendwas ist ganz komisch. Akku möchte ich schlafen oder so. Hallo, Emily. Guten Abend. Hier, pass auf. Das lässt mich jetzt keine Ruhe. Pass auf, pass auf, pass auf. Welche, welche... Welche Filme von Louis de Venise habe ich jetzt gerade im Kopf? Der Film heißt Danton, Mensch. Danton. Interessant. wirklich. Viktor Bunschbecht. Wirklich Viktor Bunschbecht. Gerardougement hieß sein Laden vielleicht so? Schwierig. So was lässt er dann wieder keine Ruhe, ey. Das mit der Kamera macht keinen Sinn, wie gesagt. Wenn hier der Akku gerade leer ist, ich habe sie gerade an und aus gemacht, dann müsste jetzt die ganze Zeit der Akku leer sein. Also, ich glaube, meine Kamera buggt. Es ist einfach Zeit, dass alles hier mal runtergefahren wird. Alle müde, alle durch. Ich bin nicht froh in die Bude hier. Ja, dann kann man einfach umfallen. Nichts. Vor allem das Problem hatten wir noch nie. Also, irgendwann scheint hier hier wirklich zu stemmen. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber es wird auf jeden Fall Donthor ausgesprochen. So viel steht fest. Okay, und Minotauron. Ich bin ja eigentlich aus, weil... ...die besiege ich in der Arena immer regelmäßig. Äh, wo ist mein Ziel? Natürlich in der anderen Richtung. Natürlich ist hier eine Sackgasse. Natürlich, 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 natürlich. Ich bin froh, dass er nicht sterben kann. Wir haben das Geld meistens. Ansonsten hätten wir hier echt ein Problem. Wir haben die Leiche von Previa gefunden. Wir sollten zurückkehren. Das ist natürlich nicht so. Ich bin froh, dass wir nicht mehr tun. Ich bin froh. Ich bin froh. Was ist froh? Werdet ihr müde? Rip. 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 Na komm, gehen wir zurück. Morgen schon. Gehen wir zurück. Das hat ja alles keinen Tauk hier. Okay. 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 Sobald ich rausgefunden habe, wo. Sobald ich rausgefunden habe, wo. Äh, wie geht's denn hier raus? Da. Kackhöhlen. Das ist richtig, oder? Nein. Da komm ich hin. So, stimmt's. Äh. Nee, tut's nicht. Was ist das denn für ein, für ein, für ein wirres Bien hier? Oberirdisch, unterirdisch. Katastrophe. Da. Ja. 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 So. So. Wie geht es euch? Ihr seid zurück. Was habt ihr über das Verschwinden von Galtus Previa herausgefunden? Sie ist tot. Tot? Verflucht. Was hat ihn erwischt? Tja, ich würde sagen, Oga Trolle. Ich denke, das ist dann alles. Komisch, dass da keine Kreaturen bei der Leiche waren und dass sie nicht gefressen wurde. Ich verstand ein Troll über seinem Gesicht. Und für euch habe ich dies hier. Gute Arbeit, ihn wohlbehalten zurückzubringen. Vielleicht kann ich euch doch noch zu einem echten Soldaten machen. Troll über seinem Gesicht, Mann. Ich brauche euch, um Maglia zu finden. Dieser kleine Handlanger. Ach, Maglia. Ich wünschte, ich wüsste, was passiert ist. Er hatte einen Auftrag für einen einheimischen Magier in Bravil. Schien nicht unbedingt eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. Er hat dem Kunden noch keinen Bericht abgeliefert. Macht euch auf nach Bravil und findet Maglia. Stellt sicher, dass sein Auftrag erledigt wird und schickt ihn zu mir. Irgendwas sagt mir, dass Maglia noch ein sehr tragisches Schicksal wiederfährt. Aber ich versuche, es zu verändern. Äh, Bravil, ne? Braviel. Ja, alles hast du verpasst. Offensichtlich. So. Hast du Maglia gesehen? Bitte. Bitte. Ich möchte mit meinen Gedanken alleine sein. Dann mach halt. Proloce. Hallo. Es tut mir leid, aber ich bin niemand, der gerne Gespräche führt. Geht jetzt bitte. Okay, und in Bravil hat keiner Bock zu reden. Da will ich wohnen. Bravil, ey. da seh ich mich. Kämpfergelder. Haben die Maglia gesehen? Hallo. Hallo, hast du Maglia gesehen? War mir ein Ver... Maglia? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Tatsächlich. Versucht es in der Unterkunft der einsame Freier. Der einsame Freier. War ja klar. Lass mich mal... Dabei ist Maglia eigentlich glücklich verheiratet. Ja, hallo. Kurze Session halt, ne? Kennen wir noch. Hallo. The Lonely Sute Lodge. So Magli, da ist er doch. Hier schon wieder. Ich kann mir vorstellen, weshalb ihr hier seid, Gildenratte. Hallo. Rätst'n du mit mir. Maglia? Nicht erfüllt? Ist das alles, worüber ihr reden könnt? Ich gehöre nun zur Dunkelforstrotte. Viel Arbeit, gute Bezahlung und ich muss mich nicht ständig mit Orain herumschlagen. Maglia? Uncool. Ihr habt gar keine Ehre, Mann. Ehre? Hm? Meine Familie durchbringen ist mir wichtiger. Ich schätze, ich schulde euch was, weil ihr mich gedeckt habt. Also lasse ich euch gehen. Geht schon, bevor ich mich vergesse. Wie geht es euch? Danke, gut und dir? Ja, also, ähm, hätte ich Magli, by the way, damals verraten, hätte er mich jetzt versucht zu töten. Ihr schon wieder. Ja, und jetzt? Ihr verschwendet euer... Ich habe keine Zeit für eure armseligen Plauderversuche. Ja, ist ja okay. Magli sagt, dass er es nicht länger mitgliedert. Der Kämpfer gelesen ist, er ist, äh, das Battle in so einem Arbeit über 2 Sekunden, hat sich der Schwarzheirotter angeschlossen. Ja, und das bringt mich jetzt wohin weiter. Hi, Seewolf. Ja, und nun? Hallo? Wollte ich das berichten? Problem ist halt, äh... Problem ist halt, äh... Muss ich wahrscheinlich auch, wenn... Ich grüße euch. Oder wie der Typ heißen... Melden, oder? Einen Wunder... Naja, ihm nicht. Seht euch vor. Das war der Koroll-Typ, ne? Ja, da fehlen einfach nur schon wieder Questmarker. Ja, ich nehme an, ihr habt mit diesem Flegel Magliar gesprochen. Richtig. Der Hundesohn. Wir haben ihn aufgenommen, als kein anderer ihm helfen wollte. Und so dankte er es uns. Spricht mit Ariari in Brarill. Sie ist unsere Kundin. Erledigt die Aufgabe. Boah, dieses Hin- und Herreise in der Kämpfer gelesen. So ein Quatsch. Super nervig. Das ist ja gar nicht, die Kämpfer geht so schlecht in Erinnerung. Nicht mal wegen den Quests per se. Sondern weil die Reisen so nervig waren. Das esse ich ihn jetzt gleich. Jetzt 20 Nuggets, ey. Können wir denn nicht entscheiden? Varon Vampori. Äh, Vamori meine ich natürlich. Schatten mögen euch verbergen. Äh. Warum sind wir denn in der Ma... Ach so! Die Tante von der Magelgilde. Magelgilde spähre ich schon mal auf. Ich werde denen eh beitreten irgendwann. Reisegilde, ja. So ungefähr, ey. Hallo. Es wird langsam Zeit, dass sich jemand von der Kämpfergilde hier blicken lässt. Ich habe etwas Arbeit für euch. Ich brauche Koboldgalle für meine Studien. Lumina, bist du's? Was? Äh, Koboldgalle. Okay. Habe ich, glaube ich, zu Hause. Sehr viele. Ich benötige Koboldgalle für meine Studien. Zehn Portionen, um genau zu sein. Da ich die Kämpfergilde angeheuert habe, erwarte ich auch, dass es erledigt wird. Und bitte, sorgfältig. Wo guckt die eigentlich hin? Ihr könntet in der Räubertalhöhle nach Koboldgalle suchen. Dieser Ort ist bekannt dafür, dass es dort Kobolde gibt. Ich werde genau hier... Ja, wird genau hier warten. Das machst du mal? Ich sehe, ihr folgt ebenfalls dem Gabal. Ich habe... Ich habe zehn Koboldgalle zu Hause. Ich kümmere mich. Ja, jetzt gehen nicht mal aus dem Kopf. Richtig schrecklich. Was? Es gibt bei Hausfubber Garset, die genau gleich heißen? Na ja, Garset ist Garset. Ich habe safe zehn Koboldgalle. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich sogar 20. Nein! Ich habe actually nur noch eine Koboldgalle? Shit! Wow! Ich hatte echt nur noch eine Koboldgalle über. Wow! Okay. Ich hätte echt gedacht, dass sie mehr hat, aber dann habe ich die Koboldgalle wohl beim letzten Mal tatsächlich für irgendwas verbraucht. Nee, ich kann überhaupt auf den Kogler. Ich brauche Kobolde. Wo geht denn die Kobolde? Nein! Kobolde sind ganz so lange nicht so schlimm. Was für eine Anwesenheit, Mann! Oh Gott, hat er mir nicht. Morgen, Lasergoogle. Okay, und One-Shot. GG. Natürlich, Beckos, man merkt es immer zu spät. Ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst, wenn du mich richtig erinnern zu können. So, Koboldgalle hier, Koboldgalle da. Aber es ist eingepennt. Ja, ich habe auch garantiert nicht erwartet, dass jeder mit durchmacht. sehr angenehm Gegner, die One-Shot sind. Sehr angenehm. Ich kann nicht mehr davon. Gerade ist es dir vorgenommen. Naja, der Wille zählt. Okay, und einen Minotauren-Fürst als Boss der Höhle. Ja, der ist vielleicht quickly. Basisring der Vergeltung und eingekauft. Der war stark. Ähm, that's it. Wie viele Koboldgalle habe ich? Neun. Are you fucking kidding me? Ah, es gibt noch ein Abschnitt, wo ich noch nicht war. Ja. Ich habe jetzt zehn Portionen. Jetzt habe ich sogar elf. Skuma! Eingekauft. Die ersten offiziellen Drogen, die wir beide beim Spiel gefunden haben. Wir haben, äh, zweimal Skuma geklaut von irgendwelchen Junkies. Ähm, wir haben aber noch kein einziges, kein einziges Mal öffentliches Skuma gefunden. Geht mir crazy. Kriegshammer der Belastung. So schön, weil er es ist. Wo bin ich gelandet? Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Sieht gut aus. Yeah. Und zurück. Zurück. Skuma ballert. Aber hallo, ey. Was musst du? Das kenne ich. Ui. Bitte, keine Verzögerungen mehr. Ich bin auch da. Und, habt ihr schon Koboldgalle für mich gefunden? Ich muss meine Studien weiter fortführen. Ja, natürlich. Och, ihr habt es. Und es sieht frisch aus. Ich weiß, ihr werdet von eurem Vorgesetzten bezahlt, aber nehmt auch dies an. Vielleicht könnt ihr es bei eurer Arbeit gebrauchen. Ähm, danke. Ring der Ägidie. Ne. Zeig mal, was der Ring der Ägidie kann, solange es nicht der Ring der Ingredient ist. 18 Schild. Oh, das ist eigentlich nicht so schlecht. bad. Erstes Mal, seid ihr bitte pünktlich. Die Schnauze, Mann. Und dankbares Pack, ey. So, Freunde, zurück nach, äh, Roll. So, Essen. Okay, Bekochen. Los geht. Bekochen. Guck mal, 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 Dafür, dass was weg muss, ne? Was ist los mit Magli und seinem Auftrag? Schon gar nicht von so coolen Ringen, ne? Ich kann nicht glauben, dass wir noch einen an diese Bande verloren haben. Ihr habt den Auftrag aber gut zu Ende gebracht. Wir können es uns heutzutage nicht leisten, auch nur einen zu verlieren. Hier ist euer Lohn für die Erledigung des Auftrags. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns über die Dunkelfurt für die Dunkelforstrotte unterhalten. Das machen wir. Sie waren nicht immer eine Bedrohung. Sie boten Söldnerdienste im kleinen Stil an, bis Risa K. die Führung übernahm. Dann kamen die dicken Aufträge vom Kaiser. Die dicken? Nach einer Mission in Schwarzmarsch haben sie sich in Leia Winn eingenistet. Rücksichtsloser als je zuvor. Das muss untersucht werden. Zuerst müsst ihr jedoch etwas im Rang aufsteigen. Kann ich das nicht? Bin ich das nicht schon? Eure Leistungen im Dienst der Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an tragt ihr den Titel eines Verteidigers. Tragt ihn mit Stolz. Da. Bin jetzt Defenderman. Ich habe etwas für euch, aber wir sollten nicht hier darüber sprechen. Ich will, dass ihr nach Sonnenuntergang zu meinem Haus kommt. Dann reden wir weiter. Später. privat ins Haus. Naja, ich weiß ja nicht. Leute, ich weiß ja nicht. Nach Sonnenuntergang. Ja, okay. Ich habe da ein kleines Angebot für euch, was die Familie Jemane betrifft, der ihr kürzlich beigestanden habt. Was? Jemane? Es war gütig von euch Jemanes zurück nach Weatherly zu eskortieren. Der ursprüngliche Eigentümer von Weatherly hat ihnen indes ein noch größeres Erbe hinterlassen. Ihre Familiengeschichte birgt mehr in sich, als es auf den ersten Blick scheint. Erinnere mich. Wollt ihr davon hören? Erzähl mal. Hervorragend. Neugier sollte stets befriedigt werden, nicht wahr? Und wer weiß, womöglich erweist sich meine Geschichte für uns beide als nützlich, wenn sie erst zu Ende ist. Meine Erzählung beginnt mit dem Vater, Albert Jemane. Er war einst in meinem Dienst, oder sollte ich sagen, im Dienste meiner Organisation. Er war sehr geschickt darin, sich Dinge anzueignen, von denen sich jemand nicht trennen wollte. Er war, schlicht gesagt, ein Profidieb. Er war angewiesen, mir ein sehr wertvolles Stück zu beschaffen. Es gelang ihm, doch er beschloss, es selbst zu behalten. Eine unglückliche Entscheidung. Er floh mit seiner Familie aus Koroll und war nie mehr gesehen. Man fand nur seinen Sohn Reinhard, der allein durch die Wildnis irrte. Natürlich dachten meine Komplizen und ich, er sei umgekommen. Die Wildnis ist schließlich eine gefährliche Gegend, keine Gegend, in die man seine Familie führt. Und dann, all diese Jahre später, voilà, der Bruder taucht wieder auf. Es scheint, der Rest der Familie ist gar nicht in der Wildnis umgekommen. Ich erinnere mich an die zwei Brüder. Was soll ich jetzt für euch tun? In der Tat. Was ich mit dieser Geschichte sagen will? Nun, Albert Jemana hat Weatherly mitten im Nirgendwo gebaut. Er war ein Dieb, kein Bauer. Der einzige plausible Grund für so einen Wohnsitz ist, sich den Augen der Korollwache zu entziehen. Ich glaube, dass der Gegenstand, den Albert gestohlen hat und der rechtmäßig mir gehört, in der Weatherly-Siedlung versteckt ist. Leider sind die berüchtigten Oger des Rotwardonentals dort eingefallen und haben die gesamte Beute mitgenommen. Solltet ihr in den Besitz dieses Gegenstandes gelangen und ihn mir bringen, würde ich euch fürstlich dafür entlohnen. Ich kann euch nur sagen, wo die Oger leben. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Ist ja verrückt, dass jetzt so eine Quest hier auf einmal kommt. Ich freue mich darauf, mir eure Beute genau anzusehen. 1.500 habt ihr. Spannend. Seht euch vor. Spannend. Die Oger aus dem Rotwarden war momentan. Ah, wie seltsam. Wie ist das Werte befinden? So. Dann gehen wir mal in sein privates Haus um die Uhrzeit. Einer? Gut, ihr seid hier. Wir müssen unseren Verpflichtungen nachkommen. Also, die Dunkelforstrotte. Ich habe sie mir genauer angeschaut. Einige beunruhigende Dinge gehört. Wir wissen, dass sie eine Gefahr für uns darstellen. Und wir wissen, dass sie gut sind. Und warum sind sie so effizient? Gute Frage. Ich habe Geschichten gehört, aber es lässt sich nichts beweisen. Vielleicht arbeiten sie mit einem Magier zusammen. Vielleicht sind sie auch nur gut ausgewildet. Was ich weiß, ist, dass sie jeden Auftrag annehmen und dann alles tun, um ihn auch auszuführen. Und das ist ihnen egal, wer ihnen in die Quere kommt. Warum haben wir sie nicht aufgehalten? Belena ist seit der Schwarzherz-Mission vorsichtig geworden. Sie hat Angst, dass man uns umbringt. Aber so sterben wir einen Tod auf Raten. Also, jetzt erzählen wir doch mal was von der Asani-Schwarzherz. Diese Mission war erst der Anfang. Das war, als Vitellus umgebracht wurde. Wir wurden von einem Magier namens Argot engagiert, um etwas von Schwarzherz zu bergen. Ich bin mit 20 Männern hineingegangen und mit 5 wieder heraus. Vitellus war nicht dabei. Er starb, während er unseren Rückzug deckte. Und die Dunkelfuss-Rotte? Ich habe mich umgehört. Anscheinend haben sie den Auftrag für uns zu Ende gebracht. Ich bin mit 20 guten Männern hineingegangen. Ich kann nicht glauben, dass die Bande alles schon erledigt hat. Und das ist nicht alles. Argot, er ist tot. Das Artefakt ist verschwunden. Hört sich wie ein abgekatertes Spiel an. Vielleicht hatten sie eine Absprache mit Schwarzherz. Ich weiß nicht, aber das finde ich heraus. Also was jetzt? Jetzt finden wir heraus, was tatsächlich passiert ist. Und wir machen es öffentlich. Ich möchte zeigen, wie die Leute von der Dunkelfuss-Rotte wirklich sind. Ich kann euch nicht befehlen, dieses Mal mit mir zu kommen. Es ist gefährlich. Und Vilena darf nichts davon erfahren. Es ist eure Entscheidung. Ja komm, ich bin da. Wir gehen sobald ihr bereit seid. Ich möchte mir Schwarzherz Festung in Arpenien genauer anschauen. Trefft mich an der Gildenhalle in Leia Winn. Von dort gehen wir los. Alles klar. Wir müssen herausfinden, was mit ihm geschehen ist. Das kommt mir alles verdächtig vor. Das Geheimnis um Asani Schwarze werden wir auf jeden Fall lösen. So, äh, Sünden des Vaters. von Neuheim erwählte, dass die Flasche in der Familie öffnete. Wenn ich sie zurückbringe, werde ich sie entlohnen. Ach shit, ich habe in der Höhle vergessen zu looten, ne? Ups, da war ja was. Ich habe die Höhle geklärt, aber vergessen zu looten, ne? Das, äh, war doof. Lass mich das mal schnell nachholen. Genau, war das denn? Irgendwann in der Mitte und ich habe vergessen zu looten. Hier Gegner respawnt. Wow, das ging fast in die Hose, ey. was zum Richtig nichts. Hi, Joel. Ja, ja, das ist ne respawn. Kann ich wieder mal ein Glasschwert haben? Warum ist denn da hinten ein Irrlicht? Nein, Joel. Alter, diese, diese Dinger sind so selten. Holy shit, man. Hallo, Glühstaub. Hau wieder nah. Noch mehr Tauben. Da ist er. Das Erbstück. Haben wir gerade vergessen, diesen, äh, krassen, diesen krassen Bottich mitzunehmen. Wir haben doch extra davon geredet, dass Bier das ewig kühl bleibt in diesem Ding, ne? Das will ich vergessen. Ja, warte kurz. Ich gehe gerade zu. Wow, Streitkolben, das Infernus auch noch gefunden und zu schwer belastet. Get wrecked. Die Terso müsste es in echt geben, gell? Die hätten wir alle gerne. Ja, da ich gleich noch mal eine kleine Verkaufsrunde mache, nehme ich jetzt hier nochmal alles mit. Da wir sowieso noch an will reisen. Deswegen lohnt sich das. Aber erst machen wir noch mal ein ganz immersives Erlebnis und gehen zu Hause damit die Katze auch mal wieder zum schlafen kommt und ich bin kurz pingel bin kein bug Tag, okay? Also bitte. Hallo. Guten Morgen, Ludi. Sagen wir einfach mal so. Wir tun einfach mal so, als wäre es ein guter Morgen. So, weiter geht unsere Reise. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen und ich habe übelst was im Auge an. Na ja. Hey Bromain, grüß dich. So, was haben wir gesagt? Ach stimmt, wir bringen dem Typen jetzt hier seinen Bierkrug, der jedes Bier der Welt forever kühl hält zurück. Der wird sich freuen. Der wird sich freuen, das sag ich euch, ne? Hi, Nevermind, grüß dich. Auf 17 Stunden bald, so fühle ich mich hier aber langsam auch. So, Servus, wo ist er? Wo ist der, wo ist der Runde? Da ist der Runde. Jeder Freund von Martin ist auch mein Freund. Hier, ich habe das Erbstück. Ah, ihr habt es, den Göttern sei Dank. Endlich bleibt mein Med kühl und schmeckt nicht nach Goblin-Pisse. Nehmt dies und meinen Dank. Goblin-Pisse. Leb wohl! Spezialgebräue bekommen. Was kann das denn? Entzug Intelligenz, Entzug Willenskraft, Ausdauer wiederherrschen, festigen Stärke, festigen Persönlichkeiten. Naja. So, nächste Quest. Layer Bean. Könnte ich nicht diese Höhle zuerst machen? Das würde ich ganz gerne fix machen. Ich habe nicht 17 Stunden Oblivion gespielt. Wir haben sehr big kreativen Content heute geliefert. 9 Stunden Formel 1, 4 Stunden Bahnhöfe renoviert. Keine Ahnung, wie lange ich wieder Oblivion 2, 2, Zeitgefühl komplett verloren. Morgen, Luke, grüß dich. Hallo, Bär. Aber lang kann ich tief nicht mehr machen. Wach bleiben ja, aber das konzentrierte Spielen und versuchen euch niemals zu unterhalten geht langsam doch ein bisschen an die Grenzen. Yo. Ich habe den Eingang der Rotwachhöhle entdeckt. Ich sollte ins Innere gehen. Hat er nicht irgendwas von Organ erzählt? Das sind Goblins Kriegswürsten. Just insane. Was mich zu nervt, dass die wahnsinnig viel Leben haben. Wir hatten All Alone heute schon. Irgendwann ist es mal gut hier, ne? Zaubern? Nein, nein, ey. Geben die Gas. Das sind die Kämpfer mit zwei Fürsten. Ne, komm. Puff. Puff. Das wird ätzend, wenn das hier lauter Goblins werden. Das wird richtig ätzend. Riesenhöhle incoming. Meine letzte Fackel. Okay, hier sind wirklich Ogre. Ork Anführer. Na, der war schnell tot. Der kann nix. Okay, sind alle Anführer. Ogre sind aber echt okay, man. Die Goblins sind viel zu overpowered. Der Balancing ist so broken, dass ich mich nur glücklich schützen kann, wenn hier ganz viele Ogre sind. Was geschehen hier eigentlich schon machen schaffen den dead. Ganz schwer rech. Ja, ich laufe so ein bisschen im Kreis aber mich interessiert das, ne? Hallo, Ogre. Ah, der Hauptmann. Das ist der Ogre Hauptmann, ladies and gentlemen. Die Ehrenklinge von Koroll. Oh, sorry, was stand da gerade? Ich habe die Ehrenklinge von Koroll vom Ogre Hauptmann erlangt. Dies muss das Schwert sein, nachdem Fathis gesucht hat. Wie der Name andeutet, ist auf Schloss Koroll bestimmt jemand brennt daran interessiert. Ich muss mich nun entscheiden, ob ich die Waffe Fathis verkaufe oder sie aufs Schloss bringe. Das ist eine gute Frage. Ehrenklinge. Keine Ahnung. Ehrenklinge von Schloss Koroll. Eigentlich muss das ja aufs Schloss bringen, ne? Anführer Hauptmann jetzt eine komische Randordnung hier bei den Ogre haben wir ganz off. Nicht zu schwer beladen wegen einem Zahn. Rip. Rip. Machen wir einfach so. Dann geht's auch wieder. Der Patrick alles muss. Muss Kampf? Hier ist kein Kampf. Ehrenklinge Schloss Geroll. Nein, nein. Das wird auf jeden Fall aufs Schloss gebracht. Nicht diesem einen komischen Dude da gegeben. Yay, Akku alle. Passiert jetzt was? Jede Stunde oder was? Scheiß. Los jetzt. Schnell jetzt. Das ist so ermüdend. Scheiß. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen beschissenen Wackelkontakt. Wer weiß. Ich werde das bis Montag hoffentlich klären. Also bis morgen. Hallo Frau Gräfin. Hallo Frau Gräfin. Willkommen zurück. Was? Ich freue mich Ich habe hier einen geschollenen Gegenstand. Vor vielen Jahren, als der Graf noch lebte, stahl ein dreister Dieb die alte Ehrenklinge von Koroll aus dieser Burg. Wieso? Naja, weil ich sie habe. Das ist unglaublich. Ich hatte das Schwert auf immer verloren geglaubt. Wie habt ihr? Egal. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich danke euch im Namen der Bewohner von Koroll dafür, dass ihr unserer Stadt dieses Schwert und ihre Ehre zurückgegeben habt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit verleihe ich euch ein Symbol der Ehre und Tapferkeit das Wappen von Koroll. Ihr habt Koroll einen großen Dienst erwiesen. Darauf könnt ihr stolz sein. Gerne doch. Lebt wohl. Ich glaube das Wappen von Koroll Sünden des Vaters By the way ein unique Schild noch mehr wert als der Zauber Brecher 35% Schaden reflektieren an sich selbst und 10 Konstitutionen das definitiv besser als Zauber widerspiegeln guck mal da ist das Wappen von Koroll und es ist einfach ein übelst geiles Schild also ein übelst geiles Schild oh Jesus ich hab die scheiß Inferno Waffe zweimal crazy crazy sie legt euch hier mal den Deidra Streitkolben hin ne viel Spaß damit er bleibt jetzt hier einfach liegen bis ich ihn abhole irgendwann mal hallo na ja das Schild ist actually insane hat sich sowas von gelohnt das Wappen von Koroll oh boy so er will jetzt natürlich äh nicht erfreut sein ihr habt mir etwas über meinen Vater zu sagen ja mir mir fehlen die Worte ich habe bereits gehört dass die Ehrenklinge sich wieder im Schloss von Koroll befindet und das Wappen von Koroll in eurer Hand ist mir Beweis genug mein Vater hat uns erzählt er habe etwas für uns versteckt um uns für die Zukunft abzusichern aber ich hatte keine Ahnung dass es das ist es tut mir leid dass ihr dieses Unrecht gut machen musstet für das mein Vater verantwortlich war ihr habt wieder einmal den Hals für uns hingehalten wieder mal wohl mal viermal große Seelenstein Quest beenden Ehre passt zu euch mögen eure Reisen immer sicher verlaufen ich habe einfach nur einen Seelenstein bekommen wow ja Pauli manchmal muss man halt auch mal reinhauen ne egal Quest beendet das ist wichtig so jetzt müssen wir nach Leia Wien das wird die letzte Quest für heute aus Oblivion sein by the way weil dann bewegen wir uns gleich im Rahmen meines äh 24 Stunden Disconnects und äh wenn dieser kommt werde ich definitiv kein Oblivion weitermachen wo muss man hin ui Athletic dann wollen wir ja ein Level abmachen so Chef wo sind wir grüße guten Abend was habt ihr zu berichten es scheint als habe das Reich aufgegeben den wir müssen in Arpenien suchen los jetzt ich folge euch alles klar wenn das Kaiserreich den Skogen perfekt dann können wir mit einem Level-Up sogar das äh für heute beenden darf ich darf ich schnell reisen oh lol da war ich schon drin Leute GG GG das war eins dieser Quest-Dungeons die ich gemacht hatte den habe ich schon gecleart aber da sind jetzt natürlich wieder Gegner drin aber ist egal schon gecleart damit zumindest die Karte aufgedeckt um ein bisschen wo wir lang müssen nope die Karte ist nicht aufgedeckt warum auch mal äh interessant sehr interessant nein Madman eigentlich nicht oh shit das ist eine Falle war noch ein Glück gehabt ja das meinte ich mit Falle aber unser Kollege war hoffentlich schnell genug und schlau dürfte eigentlich ja nicht sterben können eigentlich keine Ahnung wo er ist sollte man wieder speichern äh ich denke nicht mehr gespeichert Tag 120 in-game nicht schlecht nach was genau suchen wir achso Dunkelherz das kam unerwartet so viel Schlammgraben war der immer noch nicht der leisesten Pile an der Ahnung wo ich hin muss ich versuche das einfach hier durchzuklären da ist er nichts ich wusste es Azani Schwarzherz ist nicht hier weder tot noch lebendig und du diese Bastarde es gab keine Schlacht Azani muss eine Absprache mit der Dunkelforstrotte gehabt haben ich denke ja dass sie ihn dafür gezahlt haben sie holen die Waffe für Argot streichen den Lohn ein und sagen Azani wo der Magie ist für Schwarzherz ist es einfach das Geld für die Waffe zu bekommen was machen wir jetzt wir finden Schwarzherz und holen uns diese Waffe wir erfüllen diesen Auftrag und dann lassen wir alle in Cyrodyll wissen was hier passiert ist Schwarzherz ist von den Ruinen der Eyelight fasziniert es gibt eine nordöstlich von hier namens Atatar ich wette er hat seine Basis dorthin verlagert ich gehe voran die Atatar waren wir definitiv noch nicht das ist eher so all weekend long richtig das ist doch klar äh okay was ist der schnellste Weg zurück ja ich weiß auch mega unnötig ja Luca man muss mal halt äh reinhauen ne ob das für den klar geht wenn ich jetzt hier einfach runterspringe muss er muss damit klarkommen so wo muss ich lang ich muss auf ihn warten ach du scheiße kommt er mir jetzt überhaupt nach ach du scheiße wo er hängt fuck ich hätte ganz normal gehen müssen ne weil er mir folgen muss fuck ja rap das ist der Nachteil wenn du als Katze zu schnell bist was zum ach das ist der Ding ja jetzt kommt wie gesagt gleich irgendwann mein Disconnect da hat sie sich eh ausgewickelt oh shit ich bin so was von gleich tot dann ist meine Uploadtime eh für den Arsch dann denkt eh dann fragt mich wenigstens keiner mehr wo ich ein 24er mache boah gehst du vielleicht bitte noch langsamer aus der Höhle gut weißt du wie lang die Höhle ist wir haben keine ja wir haben keine Zeit zum reden richtig wir werden es Ihnen zeigen ach er muss vorausgehen okay und Eskorte also wenn jetzt gleich irgendwann ich kann euch nicht sagen innerhalb der nächsten 55 Minuten gibt es ein Disconnect ich komme dann nochmal okay und wie geht er dadurch ohne ohne zu sterben indem er so super langsam ist ja das dachte ich mir wie er da durch geht er ist einfach der übelste Chiller man wurde nur einmal gehittet was für ein krasser Typ richtiger Profi man muss gar nicht schnell gehen man kann einfach chillen der Junge ey au bei ihm ja sein motto ist in der Ruhe liegt die Kraft richtig genau das ist sein motto ich habe aber wirklich keine Kraft mehr wenn er so langsam weiter marschiert naja Lukas wird super we did it das war eine schwere Geburt muss ich ihm jetzt ernsthaft zu der nächsten Höhle auch noch folgen muss ich ihn wirklich weiterhin eskortieren is this a thing was ist jetzt los yo Leute jetzt ist hier wieder spannendes Gameplay wo ist er hin oh man ist verblutet yo liegen bleiben alter er hat ein pfeil eieieiei eieieiei ich wette ihr seid ein famoser Akrobat ich bin in der Tat sehr famos so gleich werde ich was essen und dann werdet ihr das äh die Weltpremiere des my best of szenen das kennst selbst du noch nicht super witzig super witzig boah ich hoffe das ist nicht mehr weit das ist ja wohl echt ein Witz das heißt Spazierquest ey soll ich die kacke an ey so laufe ich normalerweise Das ist genau die richtige Quest für nach 17 Stunden streamen, weißt du? Genau das Richtige. Aber dann ist das wirklich eine halbe Spaziergang durch ganz Tyrodil, ey. Ja, ich bin da, geh weiter. Ja, Otzel, unschwer erkennbar, diese Quest können nur zur Kämpferkille gehören. Ne, guck, sonst geht er nicht weiter ohne mich. Sehr schöner Mondschein, ne? Ja, ist ganz toll, ganz toll. Holiday, Ray. Gott, wir haben es offensichtlich, offensichtlich geschafft. Und das ist witzig, bei Atata war ich auch schon. Spaziergangssimulator. Geile Friseiter-Typ, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Ob die jetzt geil ist oder nicht, aber ich habe auf jeden Fall über so eine Frise nachgedacht. Nicht bitte wenigstens da drin jetzt eskalieren und Gas geben. Können wir das machen, bitte? Hallo. Er ist hier irgendwo, ich weiß es. Solange er ist irgendwo, heißt, äh, ich darf durch das Ding sprinten und fertig ist. Ich mach das wieder. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne... Hey, Bob! Okay, Jungs, äh, wo seid ihr? Deine Anwesenheit wurde bei deiner Geburt schon nicht geduldet, trotzdem bist du da. Kein Grund, sich schlecht... Ach, ganz schweres. Der sagt zu mir, ich soll sterben, dann kann ich ihn ja wohl auch beleidigen. Nee, ich hab grad das Glas, ich werd nicht aktiv. Aber er hat richtig Bock auf Glas. Aua. Ach so, stinken kann ich auch noch. Es reicht, Jungs. Oh, und ich hab offiziell kein... ...ne Fackel mehr. Ich glaube, das sieht scheiße aus. Äh, tatsächlich muss ich mir mal gestehen, dass ich, äh, keine Fackel mehr habe. Und da ich jetzt nichts mehr sehe, muss ich leider genau besagt, äh, besagt, äh, lichtdönes machen. Soll ich noch an? Elementar ring. Hopp. Da ist die sonst nix. Hallo, Pinguin. Immer noch da. So, wo bin ich? Wo ist er? Richtung stimmt. Hier rein. Wer sagt da hinten? Aber ich glaube, ich kann auch hier rein, oder? Ja. Oh. Ey. Oh. Oh. Banditen Battle Magier hat das nicht alles gibt, schweigsam bin ich auch noch. So, da ist er, der Chef. Haben wir ihn. Er ist down. Schwarzherzring, meiner. Orion und ich haben ein Dunkelherz gefunden und besiegt. Ja, geil, ne? Gute Arbeit. Habt ihr seinen Ring gefunden? Ich möchte ihn als Beweisstück, dass es nicht die Dunkelforstrotte war, die ihn besiegt hat. Ja, ja, ich hasse ihn. Ihr habt es. Gut. Damit kann ich beweisen, dass wir ihn umgebracht haben und nicht die Dunkelforstrotte. Das habt ihr gut gemacht. Nun hebt euch hinfort. Ich gehe zurück nach Koroll. Wenn es mehr zu tun gibt, werde ich es euch wissen lassen. Gott sei Dank hat er sich dahin geportet, ey. Ihr habt Beeindruckendes geleistet. Deshalb sollt ihr den Rang eines Wächters der Kämpfergilde erhalten. Dankeschön. Bleib dran. Ich muss kurz warten, bis mein Last, äh, links weg ist. Ich hab mich nämlich leider recht dumm verzaubert. Gut. Gut, dass ich ihn auch nicht mehr rauseskortieren muss. So. Äh, ja, nettes Versteck habt ihr hier. Was wurde da versteckt? Eine dädrische Claymore. Nee, nicht mitnehmen. Will ich auch gar nicht. Ich will mich eigentlich nur hier hinsetzen und ganz kurz so tun, als wäre ich Schwarzherz. Danke. Reicht. Tschüss, Herr Schwarzherz. Ich muss hier raus und wenn es geht... ...Zone dann leider. Naja, natürlich eher als Fast as Possible. Scheiße, ich hätte hier nicht runterfallen dürfen, ne? Fuck. So hoch kann ich nicht springen, ne? Verdammt! Wo mach ich denn jetzt aus diesem Dilemma hier wieder raus? Hinsichtlich hier. Okay, man muss hier auch erstmal verstehen, wie es hier... ...wie es hier lang geht. Wenn man hier runterfällt, ist man ja komplett im Arsch. Warum sind denn die Wege so schön wieder hochzukommen? Sag mal, jetzt ist aber genug. Okay, ich muss mich hier mit Dreck 17 hocharbeiten. Oh, das geht doch schief. Okay, es geht nicht schief, Gott sei Dank. Oh, actually, könnte ich gerade sterben, weil ich nicht vollgeheilt bin. Das ist Leben am Limit hier. Okay, wir können die Höhle verlassen. Gott sei Dank. Also. Das war's. Ja, nice. Achso, das ist vorbei. Perfekt. Ich kann mich jetzt einfach wieder irgendwo hinporten. Wer wohl die nächste Aufgabe für mich hat. Das ist Anwählen. Ich muss sowieso noch Anwählen. Also gehe ich auch noch Anwählen. Aber. Ich habe, was das angeht, alles erreicht. Ich bin jetzt Wächter. Ich glaube, es gibt hier nur noch zwei Titel. Es gibt hier nur noch zwei Titel, glaube ich. Wir sind also recht weit gekommen heute. Wie spät ist es? Alter, super spät. Wenn ich bedenke, ich bin um 9 Uhr losgereicht. So, warte mal, kann ich hier ein paar coole Sachen einfach so reparieren? Naja, natürlich. Schön. Schönen Tag. Ich kann fast alles retten. Für euch? Wir verkaufen nur vom Besten. So, ich würde ganz gerne verkaufen. Die Slaymord, den Pfeil, den Pfeil, den Klaasbogen. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ups. Das war auszusehen mein Schwert. Das verkaufe ich selbstverständlich nicht. Das ist ein gutes Angebot. Ja, ist ganz nett, ne? Aber jetzt bleibt man das mal nicht tot. Lebt. Und dann beenden wir unsere Oblivion-Session mit... Seid gegrüßt. Mit einem Level-Up. Das klingt ziemlich gut. Das klingt ziemlich gut. Vier auf Stärke. Wow. Insane. Nice. Das war ziemlich gut. Und damit können wir hier einen Speicherstand setzen. Gute Nacht, liebe Hope. Schön, dass du so lange da warst. Ich grüße euch alle. Schön, dass ihr da seid. Ich bin in Top-Form. Und habe Bock auf einen geilen Abend mit euch. Ich frage mich zwar, warum hier diese ganzen Sachen schweben. Ah, jetzt schwimmen sie nicht mehr. Ich musste sie offensichtlich mal ganz kurz zärtlich berühren. Ähm, wir haben beim letzten Mal die Kämpfer-Gilde fast zu Ende gebracht. Ähm, was war denn hier der letzte Stand der Dinge? Ähm, wir haben die Schwarzherz-Geschichte auch noch gemacht. Äh, richtig. Eine Kämpfer-Gilde gedöhnt. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie es weitergeht. Müssen wir uns gleich hier mal in Anvil einfach mal schlau machen. Ah, und es wird, glaube ich, auch Zeit, dass ich mal den Zauberbrecher ablege, ne? Ich glaube, da wird es auch langsam mal Zeit. Wir haben aktuell keine, keine Fackeln. Huch! Ne, ablegen wollte ich das nicht. Das heißt, wir müssen, ich will diesen Kack-Ring nicht tragen. Das ist einfach so schrecklich. Ein paar Sachen wollte ich mal auch ablegen. Aber jetzt lassen wir mal kurz gucken, wo die, wo die Quads weitergehen. Mega viel Grüße! Guten Abend. Mal gucken, wo die weitergehen. So, Kämpfer-Gildos. Ich bin voll langsam unterwegs. Da bilde ich mir das aber auch nur ein. Musste ja mal ein bisschen gewichtlos werden. So, wir hatten hier die nächsten Aufgaben für mich. Ich muss mal einen Chef fragen. Äh, wie der Stand der Dinge ist. Nee, nicht mit dem Vinicius. Auch mit dem Chef persönlich. Ist der überhaupt da? Huch! Neun Uhr morgens, halb zehn morgens, kann er mal ein Knoppers hier essen, oder? Da ist er ja. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ja, ich brauche Aufträge. Schön zu sehen, dass ihr noch mehr Arbeit sucht. Es gibt sicherlich noch etwas zu tun. Ich brauche euch, um Elante von Alinor zu helfen. Oh, du hast sogar eine Quest. Das ist ja Weltklasse. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Stumpfe Waffen. Ja, bringen wir mal stumpfe Waffe bei. Oh Gott, beschützen. Geht schon wieder los. So, Dädra-Schrein. Okay, Dädra-Schrein ist grundsätzlich schon mal nicht verkehrt. Was macht sie hier? Oh wait, sie kann mich auch noch was beibringen? Naja, Athletik. Der Zug ist abgefahren. Hallo, Sarius. Grüße. So, schön, dass er direkt noch eine Quest hat, wenn wir hier eh schon in Anvil sind. Und eine Frau möchte einen Dädra-Schrein sich näher angucken. Ist gar nicht so unpraktisch, denn wir wollen Dädra-Schreine ja auch noch machen. Kommt uns also nicht ungelegen. Bruchfelshöhle, die ist am Arsch der Welt. Da habe ich ja nicht mal einen Marker. Das ist ja literally am Arsch der Welt. Off. Off. Na, dann werde ich mich kurz mal nach Hause begeben. Um meine schweren Sachen abzulegen. Dann bin ich nämlich schneller unterwegs. Naja, Florian, du musst schon gut zuhören. Ich kann Fragen nicht mehrfach beantworten. Und du kannst auch nicht mehrfach Fragen schreiben. Aha. I'm watching you. Hallo, Longquai. Wunderschönen guten Abend. Guten Tag, der Herr. Ja, guten Tag auch. Sorry. Ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte hier nur so ein paar Sachen noch ablegen. Und zwar würde ich sehr gerne ablegen die Claymore des Infernos und den Zauberbrecher. Jetzt muss ich doch kurz den Ring anziehen, weil ich halt hier sonst gar nichts sehe. Na, warte mal. Die Dädra-Waffe. Die können da unten hin. Weil da passt sie eigentlich ja auch ganz gut hin. Das ist ja eine Dädra-Waffe. Das kann ja alles hier drüben sein. Gucken wir mal. Wie kriegen wir die dann noch irgendwie dazwischen gequetscht, damit das hier hübsch sortiert ist? Ja, aber guckt mal, was für ein Sortiermeister ich bin. Meine Güte, ey. So, und der Zauberbrecher hat uns lange treu gedient. Aber man muss halt jetzt auch einsehen, dass wir etwas noch Besseres haben. Weltklasse. Mehr wollte ich aber nicht los. Wir haben so viele Tränke bei, ne? Ne, die haben wir alle abgegeben. Warum? Au, Oga-Zähne, um die Tauren höher. Das erklärt das natürlich auch mal so ein bisschen. Hallo, Shalom, moin, moin. Wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin? Naja, im letzten Video, die haben wir die Kämpfer-Gilde gestartet. Also, würde dir der komplette Kämpfer-Gilden-Progress fehlen. Und die Kämpfer-Gilde werden wir jetzt auch beenden. Genau, guck mal, wie schwer die scheiß Zähne waren. Oh, wait. Hier habe ich ja noch eine Dädra. Noch eine Dädra. Noch eine Dädrische Waffe. Ja, das ist ja voll unsinnig. Dann kann ich die ja verkaufen. Guten Tag, der Herr. Ja, guten Tag auch, die Dame. Ich freue mich. So, hier auf den... Ohne dieses Lichtding, ne? Bist du auch einfach im Arsch. Ich würde ganz gerne die Spezialbräu und die Skuma weghauen. Dann kann ich hier auf den Schreibtisch... Nehmen wir hier, mir hier was zu trinken hinlegen. Ich habe rausgesetzt, ich kriege das wieder hin. Erstmal Housing, Leute. Das ist wichtig. So, erstmal hier. Und dann meine ersten drei legalen Skuma. Huch! Ich komme mich da wieder dran. Okay. Okay, und Schleichen verbessert. Wie kann ich das Schleichen verbessern? Wegen meiner Haushälterin? Das ist irgendwie weird. Aber hey, ich nehme den Skillpunkt mit. Auch wenn er mir natürlich overall nichts bringt. So. Dann steht hier auch noch ein Skuma rum. Of course, why not? Dann habe ich wieder... Ne, dann habe ich wieder sehr viel Platz. Das passt. Ich gebe kein Skuma aus. Hallo? Reißt euch im Riemen. Ich gebe kein Skuma aus. Keine Macht in Drogen. Das meine ich ernst. Keiner gönnt sich hier Skuma. Was? Aber genau das stört mich wirklich. Ich bin auch ein komischer Mensch. Dem Spoiler nichts ausmachen, weil ich es immer selber erleben will. Wait. Die machen Spoiler nichts aus, aber du willst es selber erleben? Weiß dich das nicht? Was zum... Jesus Christus, ey. The war is on. So, ich wollte eigentlich nur noch schnell was verkaufen. War doof geschrieben. Richtig. Nehmen Sie mir schon wieder meine Sonne weg. Und Rapsonne. Ach Leute, nie kennt man mir irgendwas. Ich habe die besten Waren zu dem kleinsten... So, und jetzt haben wir nämlich viel Platz. Okay, wir müssen jetzt eine echt große Distanz zurücklegen. Okay, und Skuma-Challenge. So, mal hat man euch allen ins Gehirn geschossen. Ich glaube, es hackt, ey. Akrobatet schon wieder rauf. Mensch. Kann ich gar nicht verstehen, dass man hier nichts gönnt. Okay. Okay. Nix kriegt man hier. So, Goldküste. Ich habe es ein bisschen weiter. Was ist hier für ein Gebräu? Verkauft ihr hier Skuma? Herberge zum Brinnerkreuz. Ich kann leider das Brinnerkreuz nicht betreten. Aus dem einfachen Grund, ich kriege garantiert eine Quest. Unsere Reise geht also weiter. Kurz gesagt, Spoiler stören dich nicht. Also, dich stören Spoiler nicht, aber du erlebst es trotz Spoiler noch gerne. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine, du kannst doch nicht gespoilert werden. Das sind... Die Kämpfergelde baut ja nicht auf den letzten Quests auf. Das ist ja... Jeder Quest ist ja abgeschlossen. Von dem her... Du ver... Du erlebst ja nichts, was dir das Erlebnis fürs Nachholen des Viodies zerstören würde. Also, selbst da musst du absolut keine Sorge haben. Naja, wer braucht schon Sonnenlicht? Davon bekommt man nur Sonnenbrand und Hautkrebs. Aber wie du siehst, mach bitte nochmal auf. Ich demonstriere ihnen ein sehr gutes Argument, warum ich das gut heiße. Okay, sie ist weg. Danke für nichts. Die Sonne hat mir gerade quasi ins Gesicht geschien, ohne dass sie mir ins Gesicht scheint. Und dementsprechend ist es nur Licht und keine Sonne. Und das ist gut. Auf der anderen Seite simuliere ich ja hier gerade Sonnenlicht. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Was ist das hier? Bodianlager. Ja, der Bodian ist hier schon mal... Ist schon mal nicht hier. Was bewahrt er in seiner Kiste hier auf? Nur Müll. Nur Müll. Okay. Machen wir jetzt schon wieder irgendwelche... Warte mal, lass mich mal... Lass mich mal pennen. Ich hab keine Lust, dass wir nachts unterwegs sind. Nicht, nicht in Ordnung. Der Arturo ist wieder da. Der Mann, der nur in Emotes kommuniziert. Oder maximal in einzelnen Worten. Und dann kann er noch nicht mal unsere Emotes nutzen. Was für Blasphemie. Lichtblendet eh bloß. Alter, du glaubst gar nicht, wie geil es ist, ohne die scheiß Studio-Lichter zu zocken. Tja. Wäre ich mal kein Greenscreen-Streamer geworden, wa? Hi, Japony. Grüß dich. So, da ist sie. Die Bruchfallshöhle. Wo ist die Tante denn? Lebt die in der Höhle? Oh. Hallo. Ist das dunkel. Ja, das Wetterbefinden ist super. Aber... Ich muss was sehen. Was, bezeichnest du gerade sein einziges Sub und gut als Müll, der arme Dude? Er war nicht mal da, er hat sie nicht gehört, ne? Ihr gehört sicherlich zur Kämpfer-Gilde. Sehr gut. Ich freue mich schon auf die Untersuchung. Faszinierend, diese Daedra. Ja, echt faszinierend, Mann. Erzähl mal was von dir. Warum untersuchst du Daedra-Schreine? Ich bin Elan T. Nee, du hast ja recht, die sind echt schlimm. Wow, danke für den Beitrag. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass in diesen Höhlen ein Schrein zu finden ist. In diesen Höhlen? Ich brauche euch als Begleitung zum Schrein, um eventuelle Schwierigkeiten zu bewältigen. Ja, dann reden wir aber nicht von einem Daedra-Schrein per se. Machen Mund zu beim Reden. Äh, nee, das macht gar keinen Sinn beim Atmen. Äh, dann geht es, handelt es sich nicht um die Schreine, die man selber, äh, aktivieren kann, quasi. Ja, fangen wir an. Und seid leise. Okay. Bitte bleibt in der Nähe. Na, Leute, ihr dürft jetzt einfach mal nicht so schreien, okay? Bitte nicht so viel Lärm machen. Ja, es ist gefährlich in der Höhle. Und ich hoffe sehr, dass in dieser Kiste eine Fackel ist. Scheiße. Aber Versuch war es wert. Klingt gut, Slayer. Das lohnt sich vermutlich auch viel mehr. Oh Gott, Spinnen, ich bin raus. Oh Gott. Oh, die Daedra-Spinnen sind wieder da. Naja, macht dein Mund zu beim Reden, kann es theoretisch schon auch funktionieren. Du musst halt nur Bauchrednerei lernen, ne? Man muss es halt nur, nur lernen. Okay, es gibt zwei Wege. Gehen wir zuerst den. Da sieht mir nicht so aus, als würde der eher weniger weitergehen. Kommt schon, ich brauche mal wieder Fackeln, Leute. Ich meine es ernst. Hier geht es schon mal tiefer. Ne, hier ist nur eine Holztür. Ja, dachte ich mir, hier geht es nicht weiter. Das ist ja ungefähr das, was ich wollte. Hier ist allerdings auch wirklich gar nichts. Okay, die andere folgt mir nicht mal. Alles gut. Da sind die Spinnen in Skyrim viel gruseliger. Das liegt daran, dass es tatsächlich echte Spinnen sind und keine Frauen. Daran könnte es liegen. Aber nur so eine Vermutung. Geh wieder leise. Da ist einer. Oh Gott. Oh, der war schnell tot. Ja, wir nehmen mal noch ein paar Sachen mit, ne? Früher oder später wollen wir ja... Folgt ihr mir jetzt eigentlich oder ähnlich so? Wollen wir ja nochmal Archemie machen, glaube ich. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Hey du. Was kann ich für euch tun? Naja, mir folgen. Bitte bleibt in der Nähe. Ja, so muss man halt auch mit solchen Leuten umgehen, ne? Oh boy. Da sind sie. Aber die können nichts. Da sind wir ganz entspannt. Eieiei, die Dädra-Sachen. Aber Leute, es ist vorbei. Ich loote nichts mehr. Wir spielen das Spiel jetzt durch. Das Ding ist hier einfach echt gegessen. Das Ding ist hier gegessen. Muss es halt einfach einsehen. Wir haben... Wir haben halt 65 Stunden schon in dem Spiel. Ich kann es langsamer abschließen. Wir haben 100.000 Gold. Wir werden das niemals ausgeben. Alles ganz entspannt. Ich muss dementsprechend nicht mehr jeden Scheiß aufheben. So, hier ist irgendwas zusammengebrochen. Ist das Merunes Dagon? Könnte sein. Sag niemals nie. In Bezug auf Gold ausgeben? Und wahrscheinlich. Was sollte man denn kaufen wollen, was... ...so insane viel Wert hat? Ja, ich muss offensichtlich zurück. Die folgt mir nicht wirklich. Die folgt mir nur, wenn ich einen Meter neben ihr stehe, glaube ich. Wir haben keine Hauptkust mehr. Nein, nein. Wir sind mit der Hauptkust durch. Ach, die geht voraus. Das ist das Problem. Warum geht sie eigentlich voraus? Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber Hälfte next. Ich muss ja, ne? Ich muss sie ja begleiten. Sollen wir gehen? Ja. Bist du jetzt wirklich in die Sackgasse gelaufen? Ist das dein Scheißernst? Wofür erkunde ich ihn das schon vorher? Ach, so eine Hausquest. Äh, doch. Gäbe es. Könnte ich aber nicht sagen, ob ich sie machen werde. Ja, Pick hat uns alle an der Nase rumgeführt. Zweifelskerl. Ja, ich muss mal schauen. Ich will bis Freitag durch sein mit dem Oblivion-Projekt. Wie gesagt, 65 Stunden ist das längste Projekt, das wir in den letzten Jahren, Singleplayer-Projekt, das wir in den letzten Jahren je gemacht haben. Und ich will Freitag fertig werden. Wir machen heute ganz normalen Stream. Wir machen morgen einen super langen Stream. Ich rechne mal mit zwei Stunden. Und am Freitag soll dann das Finale sein. Mal gucken, ob wir das schaffen. War tatsächlich recht lange, Longhorn. Bis Viertel nach zwölf sind wir gefahren. Und mach dich nur lustig. Du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Dann verlierst du ein Haus. Hervorragend. Ein schönes Beispiel für einen Daedra-Schrein. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit, hierher kommen zu müssen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ja, dann machen wir das halt. An mir soll es nicht scheitern. Ich lese nur im Augenwinkel. Ich bin entschuldigt. Oh Gott, da kommt einer. Dach einmal. Okay, und Feuersturm. Warte mal, wenn ich da lang gehe, dann geht sie eh nicht voraus. Dann kann ich das hier noch erkunden. Irgendwer klimpert hier rum. Hä? Ich denke, ich nehme mir diesen Schrein noch etwas länger vor. Ihr könnt schon gehen. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Bitte nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Das war's? Das passt sehr gut zu meinen Nachforschungen. Vielen Dank für eure Hilfe. Interessant. Small, Dankeschön für den 48. Dankeeschön für vier Jahre Support, man. Vielen, vielen Dank. Und nein, wir haben nicht sicher 100 Striker, sondern den Daedra-Schlüssel, der mir alles öffnet, was ich möchte. Hä, das ist ja... Das war jetzt irgendwie nicht so spannend. Dafür gibt sie mir ein Buch und das lehrt mir noch nicht mal was. Danke für nichts. Und die Höhle ist noch nicht mal fertig. Ich will mir den Rest der Höhle auch angucken. Wie es geht. Dankeschön für den zweiten. Schön, dass du bei uns bleibst. Vielen lieben Dank. Ich meine, ich kliere das mal lieber. Am Ende stirbt die noch und dann sagt Azan, ich bin schuld. Da bin ich nicht scharf drauf. Da bin ich ja gar nicht scharf drauf. Ah, Galasson, grüß dich. Guten Abend. So, tja, mal, mal. Irgendwer, irgendwas kreucht und fleucht hier noch rum. Oh, das da hinten wäre sogar eine Sackgasse gewesen. Ne, scheiß drauf. Hab ich hier oben geguckt? Ich muss sowieso nochmal zurück. Oh, jetzt wird's riesig. Oh, nein. Hm, da war ich ja gar nicht mal so scharf drauf. Das wäre so geil, dass diese Typen nichts aushalten, ey. So ungesfährliche Dead-Raw-Typen halten nichts aus. Wasser. Ja, geh mal schwimmen. Guck mal, wie er planscht. Hört Spaß am Leben. That's it? Das ist die Höhle? Ne. Ich ja ein Fisch, oder? Ja. War ja klar, dass da unten was drin ist. Schuppen und ein Dietrich. Naja. Das war's wahrscheinlich nicht wert. Guck mal, wie er planscht mit seinem Schwanzi. Ja. Hat Spaß. Ach, hier geht's raus aus der Höhle? Wow, okay. Ja, dann kann sie ehrlich gesagt ja nicht so viel erkunden, to be honest. Ja gut, dann hat sie das Thema erledigt. Und wir gehen zurück zur Kämpfergelde. Damit kann ich leben. Ja. Moment. Moment. So. Ab dafür. Warst du beim Friseur? Nein, ich hab über Nacht meine Haare verloren. Jesus Christus. Na, du fragst doch Leute, die gerade einen Apfel essen, ob sie den Apfel essen. Striker, ich bitte dich. Was soll denn sonst gewesen sein? Hallo, hallo. Aber keine Sorge, Striker, du wirst wahrscheinlich nicht der Letzte gewesen sein, der das fragt. Schönen Tag. Ihr seid fertig? Sehr gut. Gute Arbeit, Gildenfreund. Hier ist eure Bezahlung für diesen Auftrag. Danke. Genau, ich hatte wegen meines Albtraums heute Nacht sind mir alle Haare ausgefallen. So. Fox, ich bin da. Ich grüße dich. Unkontrollierte Rasenmäher sind in der Regel sehr gefährlich, aber Bubi, man soll das Haus ja nicht verlassen, also kann es der Rasenmäher nicht sein. Ich bedauere, ihr seid noch nicht... Ach, bedauere wir am Arsch. Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Ah, Burz, ich muss wieder zurück zum Burz. Hallo, Tottos, grüße. Burz. Hier ist ein Weg, ich muss zu Burz. Was ist Windows Hello? Was ist Windows Hello? Hast du dich verschrieben, oder ist das irgendwas Neumodisch, was ich nicht kenne? Ich bin schon zu alt für den Scheiß. Anmeldung per Kamera, Fingerabdruck, PIN. Ach, das ist wirklich eine Sache. Also, ich würde mich ja... Ich würde mich ja meinem PC auch echt gerne mit einem Fingerabdruck anmelden, aber... Brauche ich vermutlich ein Gerät für, wa? Burz! Wo sind Sie, Herr Burz? Ach, Käse. Käse würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich bin ziemlich froh, dass mein Handy diese Funktion hat. Ich finde das ziemlich praktisch. Ja, das ist genauso wie mit Gesichtscannen. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich finde es einfach ziemlich praktisch. Okay. Ich habe etwas für euch. Könnte hart werden. Ihr müsst ein paar entflohene Sträflinge einfangen, ihr Anfänger. Okay, und Gefängnisausbruch. Aus dem Gefängnis in Bravil sind ein paar echt harte Fälle ausgebrochen. Seitdem terrorisieren sie die Bevölkerung. Die Stadtwache taugt nichts. Also übernehmen wir das. Auf geht's. Auf geht's. Anscheinend sind es drei oder vier. So richtig übel, wie man so hört. Ihr kümmert euch um sie. Vielleicht habt ihr Glück und sie geben auf. Das werden sie vermutlich tun. Dankeschön. Findet die Flüchtlinge. Macht euch nützlich. Gesichtsgänge finde ich Mist. Fingern supi. Also, ich würde auch eher Finger nehmen als Gesichtserkennung. Okay, und DNA scannen. Von mir aus? Wait, ich muss erst mal irgendwelche Informationen finden, oder? Ja, natürlich. Okay. Also, ich finde alles besser als Code. So, wir müssen bestimmt hier wieder die die Obdachlosen fragen. Aber die werden vermutlich gerade alle schlafen. Deswegen schwierig. Wie weit ist es denn? Drei Uhr morgens. So, jetzt müssten sie doch schon wieder auf den Straßen sein, oder? Na ja, vielleicht weiß er was drüber. Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. True. Äh, wissen sie was über die Flüchtlinge? Mal sie. Was? Ich kann... In der Blutdingsbumshöhle. Ich verstehe, ich könnte euch mehr... Na, das reicht uns doch eigentlich schon, oder? Das reicht mir doch schon. Ja, und Minotaurus. Bleib mal ruhig, Junge. Irgendwer zaubert hier. Was da? Ist das ein Ehrlicht? Was ist denn wieder ein Ehrlicht? Lol, Leute. Jetzt ist das das dritte Ehrlicht, das wir finden. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Crazy. Können wir nicht einfach beim Fingerscanen bleiben. Der ist doch super. Und wenn... Und... Und ganz ehrlich... Wenn ich meine... Wenn ich meine... Wenn ich meine Konten und so per Fingerscan schützen könnte, würde ich das sofort tun. Mein Passwort ist nämlich ähnlich lang. Äh... Wie das so ein Fox? Äh... Würde ich sofort aus Komfortgründen machen. So, Blut... Meine... Meine Höhle. Ja, dann gucken wir da mal rein. Sag mal, Jungs. Ihr seid ja entflohen, ne? Soll ich euch verhaften oder soll ich euch töten? Habt ihr euch da schon entschieden? Ich meine, ich frag einfach mal so, ne? Äh... Hier platziert nix. Du hast bei deinem Online-Banking, äh... Fingerscan? Ja, aber ich hab kein Fingerscan-Gerät. Also ist das doch völlig hinfällig. Die wollen mich doch hier schon wieder verarschen. Natürlich am PC. Was denn sonst? Ich hab das doch schon hier gedrückt. Ah, die muss ich beide drücken. Ah! So, nehmlich. Ja, am Handy... Davon rede ich ja die ganze Zeit, dass ich das am Handy nutze. Und ich aber sehr gerne auch für meine... Für... Website-Anmeldungen nutzen würde. Okay, Holfka will nicht mit mir reden. Ist er gerade gestorben? Ist er gerade gestorben, weil er gegen mein Schild geschlagen hat? Ich wette, man kann die auch... Man kann die auch retten. Wenn da... Wenn da die Quest-Nachricht steht, ich hab ihn gefunden und getötet, kann man die bestimmt auch retten. Aber... Wisst ihr, wie egal mir das ist? Das sind irgendwelche Flüchtlinge. Also im Sinne von... Die sind aus dem Gefängnis ausgebrochen, ne? Außerdem verhandeln wollte der nicht. Der hat mich sofort angegriffen. Vielleicht hätte ich nicht mit Waffe auf ihn zu rennen sollen. Oh, wir könnten by the way mal wieder speichern, das ist ja schon wieder ewig her. Das ist ja schon wieder ewig her. Genau, ausgebrochen und direkt eine Glasrüstung. Der weiß offensichtlich, wie es läuft, ne? Let's gucken, was passiert, wenn ich ohne Waffe zum nächsten gehe. Ob die quasi mit sich reden lassen? Oh, zwei Fackeln, endlich. Endlich wieder. Nö. Hallo? jemand da? Oh nein, ohne Schwert. Da bin ich jetzt reingelaufen. Hm, wenn sie so reden wolltet ihr mit mir nicht, warte mal, was macht das Schild nochmal? Schaden reflektieren? Läuft 35% Schaden reflektieren? Ist ja mega krass. Die stirbt ja indem sie mich einfach angreift. Ich bin ja übelste MVP Leute. Das geht euch gar nichts an. Ashanta gefunden und getötet. Das tut mir voll leid, aber was macht ihr denn auch mit mir? Ich finde das sehr witzig, dass die alle sterben, denen die mich angreifen. Und dabei wird noch geskillt, richtig? Das ist natürlich sehr geil. Vor allem 35% ist halt auch noch echt viel an Schadenreflektionen. Okay, und hier geht's ins Labyrinth. Das geht euch gar nichts an! Was bist denn jetzt so? Ja klar, weniger Schaden kriege ich auch noch. Logisch. Ich wäre irgendwann sogar unsterblich, wenn ich Blocken auf Maximum geskillt hätte. Wäre ich literally unsterblich und könnte trotzdem Gegner damit töten. Verrückt, oder? Okay, und ein Bär in der Höhle. Schön, wenn auch der Bär dadurch stirbt. Ne, das mag ich. Das finde ich super. Hallo! Okay, und unsichtbar. Yo! Oh, unsichtbar, ne? ne? Richtiger Schmutz. Nenryona ist auch tot. Bam! An die Wand gefetzt. Reicht dann auch. So, das waren alle vier, ne? Da ich nun alle Flüchtlinge getötet habe, sollte ich mir meine Belohnung holen. Ja, das macht Sinn natürlich, ne? Hallo, Doktor. Guck, es muss man machen. Das macht natürlich Sinn. Und das Tollste ist, wir dürfen gleich wieder mit... Wow, 453 Gold. Mit einer Fackel rumlaufen. Die ich hier mainly suche. So. Haben wir hier oben mal noch. Ein Reparaturhammer. Ich werde nämlich gleich Trivia betreiben. Die gute alte Trivia-Stunde für euch. Achso, hier geht's direkt wieder raus. Die Flüchtlinge. Da gibt's bestimmt Trivia zu der Quest. Nope. Keine Trivia. In der Höhle findet man Flüchtlinge. Es sind vier Personen. Sie müssen getötet werden. Fertig. Ja, sie greifen bei sich Kontakt an. Keine, 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 keine Trivia. Ich hab alles richtig gemacht. Ja, warum auch nicht? Kurz und schmerzlos. Ich hab mich gekümmert. Damit können wir, glaube ich, ganz gut arbeiten. Naja, der englische Wiki sagt da, sagt er auch doch nur, geht ein bisschen detaillierter auf die Höhle ein. Und welche Fallen du beachten musst, etc. Ändern tut sich an der Quest ja nix. Das, das funktioniert. Das läuft einfach so ab, wie es abgelaufen ist. Herr Buritz! Wo sind sie? Herr Buritz! Hallo, Herr Buritz! Herr Buritz! Ihr habt da einen Auftrag zu erfüllen. Warum sprecht ihr mit mir? Weil er fertig ist? Ihr habt sie alle erledigt, oder? Und ihr seid noch am Leben. Fantastisch. Ihr überrascht immer wieder. Hier ist eure Bezahlung. Gute Arbeit! Gerne. So, darf ich jetzt mal aufsteigen hier? Ihr habt gute Arbeit geleistet, obwohl ihr unter großem Druck standet. Man hat mir die Genehmigung gegeben, euch zum Wächter zu befördern. Gute Arbeit! So, jetzt bin ich Guardian. Ich glaube, Orain sucht Orain. Alles klar, Korol. Seht euch vor! Moment, was? Man hat mir gesagt, dass ich mich für die Zuternanerpflichten bei Orain melden soll. Was hat Trolls in der Verpflichteten mit einer Mine zu tun? Okay. Der DLC kommt noch. Ich mach nur einen. Ich mach nur die Zuternaner Insel. Shivering Isles. Der andere interessiert mich nicht. Weil ansonsten sitzen wir nämlich bis August hier noch dran. Und wir müssen mal langsam, aber sicher Gas geben. Der DLC wird, wenn alles gut geht, morgen starten. Morgen kommt der große Mega-Oblivian-Stream. Das große, letzte Mega-Stream quasi. Ähm, wo ist sie denn? Höh! Gar nicht mehr in der Gilde. Ich finde Oblivion bis Ende August in Ordnung. Naja, also wir können ja schon wieder abwechslungsreichen Content machen. Und bevor ich Oblivion totspiele, würde ich dann lieber nochmal Nerim machen. Aber Nerim ist im Voting aktuell nur Platz 4. Dementsprechend wird Nerim nicht passieren direkt. Guten Abend. Guten Abend. Da Nerim nämlich eine ähnliche, eine ähnliche, äh, Qualität aufzuweisen hat wie Oblivion selbst, ist das, wäre das gegeben. Ja, ich bin auch schon mal hier eingebrochen. Bin ich mir schon fast sicher. Ey, aufwachen. Jaja, bei dem sind wir schon mal eingebrochen. Der zieht sich hier nämlich gleich an. Zeit für euch zu gehen. Nee. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Es ist Zeit, mir zu sagen, was wir machen sollen. Ich habe einen weiteren Auftrag für euch. Eine schwierige Angelegenheit. Ihr müsst Viranus Danton für mich finden. Es ist wieder so weit, Leute. Der Danton! Ich hatte ihn auf eine Mission zu verlassenen Miene geschickt. Er und ein paar andere sollten die Gegend von Trollen befreien. Ich habe seit Tagen nichts von ihnen gehört. Ich möchte, dass ihr herausfindet, was passiert ist. Ich muss euch ja nicht sagen, wie heikel die Angelegenheit ist. Geht schon! Und berichtet mir, sobald wie möglich. Wo ist die verlassenen Miene? Wir wurden engagiert, um die Gegend von Trollen zu befreien. Es war harte Arbeit. Aber ich wusste, dass meine Männer es schaffen könnten. Ich will wissen, was geschehen ist. Okay, verstehe. Ihr könnt es schaffen. Bist du? Angezogen. Und mit dem Angezogen wieder ins Bett gegangen. Easy Life. Abseits, das was ich wollte, ist gefühlt immer letzter. Oh, Filme. Wollen wir mal erst mal gucken. Was ist denn aktuell letzter? Dead Rising. Bin, by the way, schwer schockiert, dass Burn of Paradise so niedrig gewartet wurde. Aber gut. Tja, Longcore, wie gut, dass du das einfach bald selbst in die Hand nehmen wirst, habe ich gehört. Oh, die vergessene Mine. Da waren wir schon mal drin. Easy peasy. Dann muss nämlich nichts mehr gewartet werden. Hallo, Jimmy. Wie immer gut. RIP? Wer ist RIP? Nein, hallo? Wir sind alle da. Ist das praktisch, dass wir in der Hülle schon waren? Jetzt wissen wir nämlich genau, wohin und können hier durchbrettern. Ja, ein paar Monster sind respawned, aber da kacken wir uns jetzt nicht ins Hemd, ne? Boah, ich bin schon verbeulen. Klingt so scheiße bescheuert, Alter, ne? Was zum? Sind mir die Spriggan von draußen hier reingefolgt? Sag mal, was stimmt denn mit der nicht? Oh. Und ne Gabel. Fox, dankeschön fürs Weiterführen des Subs. Ja, aber was soll man sagen? Am Ende kann es halt passieren, dass wir im September sehr viel Ratchet & Clank gesehen werden. Das, äh, ohne, ohne Wohnding. Hallo Lightning, ich grüße dich. So, wo müssen wir lang? Ei, 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 ei. Ja, wie gesagt, das hat einen wunderbaren Vorteil, dass wir die Hülle schon erkundet haben. Ich weiß jetzt nämlich, wo ich hinwoll. Ich denke mal, ach, das war aber der Rückweg. Never mind, wir können nicht abkürzen. Ist nicht drin. Es ist so schlimm, dass ich es alles schauen werde. Fair enough. Was ist da? Wo ist denn jetzt der Kollege? Er ist tot. Ne, toll. Der letzte Don Ton ist tot. Der Viranus Don Ton tot aufgefunden. Ich sollte hier nach Hinweisen suchen, was geschehen ist. Ach, Don Ton. Was hast du wieder getrieben? Blöde Frage, warum, als im September fiel Ratchet & Clank? Ja, war Lonko, das sagt. Das ist die simpelste Erklärung, die du kriegen kannst. Nein, das ist mein Dank an Lonko für's Supporten. Ich hab ihn gefragt, was er sich wünscht und er hat gesagt, Ratchet & Clank. Also kriegt er das. Was für Hinweise wollen sie denn, dass ich jetzt hier finde? Ja. Das Ding ist jetzt offen, aber ich hab einen Hinweis wohl noch übersehen. Ach so, vielleicht sollte ich, oh ne, mein Blut muss ich nicht interagieren. Oh, das Blut ist schon verdächtig auffällig. Muss bestimmt dem Blut folgen, oder? Okay, und ne Krabbe hat sie hier. Ah, ein blutiges Tagebuch. Ich sollte ihn einfach mal looten, wa? Viele Seiten dieses Tagebuchs sind zerrissen oder zu sehr mit Blut befleckt, um noch mehr zu lesen. Es sind nur zwei Wochen seit Viranus Tod vergangen und ich fürchte, Mutter wird die Tatsache, dass er nicht mehr ist, niemals wirklich akzeptieren. Besucht sein Grab jeden Abend, doch ich glaube nicht, dass sie weiß, dass ich das bemerkt habe. Dort spricht sie mit ihm und bittet um Vergebung dafür, dass sie ihn auf seine letzte Mission geschickt hat. In meinem Herzen weiß ich, dass er sich genau dieses Ende gewünscht hätte. Besser im Kampf für die Ehre der Gelder zu sterben, als in einem Leben relativer Sicherheit dahin zu kümmern. Ein neuer Tag und schon wieder Kasernendienst. Es ist ein voller Monat vergangen, seit ich einen Vertrag hatte. Irgendeinen Vertrag. Ich verbringe meine Zeit mit dem Polieren von Waffen und dem Training mit den neuen Rekruten. Eduard und ich haben lange darüber gesprochen. Seine Argumente sind stichhaltig wie immer. Mutter fürchtet für meine Sicherheit und die Sicherheit der Gilde. Das ist eine schreckliche Bürde für sie. Wenn unsere Zahl wieder gewachsen ist, macht sie sich vielleicht weniger Sorgen, wenn ich meinem Pflichten nachkomme. Danke den Göttern für Eduard. Ohne ihn würde ich glatt verrückt werden. Seine stetige Gesellschaft lässt mich weiter hoffen, dass ich eines Tages wieder in den aktiven Dienst zurückkehren werde. Bis dahin haben wir einander. Er hat freiwillig für lukrative Verträge verzichtet, auf lukrative Verträge verzichtet, um mir durch die Tage zu helfen. Einen besseren Gefährten kann man sich nicht vorstellen. An manchen Tagen frage ich mich, ob ich wirklich würdig bin, ein Gildenmitglied zu sein. Vielleicht sorgt sich Mutter nicht wegen Viranus um meine Sicherheit, sondern aufgrund meiner eigenen Fähigkeiten. Bin ich in ihren Augen ein Versager? Glaubt sie, dass ich ein geringer Mann bin als Viranus? Frechheit! Endlich! Äh, Freiheit! Endlich! Ein Vertrag! Ich bin mit einem unserer neueren Mitglieder ausgeschickt worden, um einen Verschwinden in der Nonville-Höhle zu untersuchen. In der waren wir ja drin. Nichts Aufregendes, doch ich freue mich über die Gelegenheit, äh, mal wieder in Aktion zu sein. Ich bezweifle jedoch, dass Mutter überhaupt von diesem Vertrag wusste, da der Befehl direkt von Orin kam. Gut zu sehen, dass sie immer noch an meine Fähigkeiten glaubt und daran, dass ich den neuen Rekruten am Leben halten werde. Wieder nichts. Meine einzige Hoffnung ist wohl, dass Orin einen neuen Vertrag für mich findet. Obwohl es immer schwieriger wird, Verträge zu bekommen aufgrund zunehmender Präsenz der Dunkelforstrotte in Syrodil. Eduard und ich sprachen heute Morgen beim Frühstück über sie. Er hält sie lediglich für eine kriminelle Söldnerbande. Ich fürchte, äh, ich fürchte, er ist ebenso naiv wie schön. Man sollte die Dunkelforstrotte im Auge behalten. Datum verschmiert, ich habe einen neuen Vertrag erhalten, ich soll eine Patrolle ausräuchen, die den Bergleuten Ärger machen und Eduard soll mich begleiten. Ich kann mir keine bessere Nachricht vorstellen, das ist genau das, was ich brauche. Eduard ist tot, so wie alle anderen. Ich fürchte, ich werde bald folgen. Der Kampf mit den Trollen war hart, doch unter Kontrolle. Dann erschien die Dunkelforstrotte. Trolle und Menschen fielen unter ihren Klingen. Es war unsäglich. Dunkelforstrotte so schnell verschwunden wie gekommen. Eduard kämpfte tapfer, so wie wir alle. Ruht nun. Ich höre Trolle, verzeih mir Mutter. So, Eduard ist tot, beide Dontons sind tot. Das ist ja auch reine Selbstmord-Mission sind das hier, oder? Hallo Henning, hallo Kenway. Also, Sino wünscht sich natürlich den Rest von allen Assassin's Creed-Teilen. Leider wird also erst nächstes Jahr kommen, wenn dann überhaupt. Ich habe ein Tagebuch gefunden, das Viranus und Thor während seiner letzten Tage geführt hat. Darin beschreibt er, dass die Mission bis zur Ankunft der Schwarzwald-Rotte gut gut verlaufen ist. Beim Kampf mit ihnen hat er schwere Verletzungen anlitten, an denen er schließlich gestorben zu sein scheint. Ich sollte dies berichten. Ja, RIP. RIP, mein, mein guter. RIP. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hallo Lani und liebe Killerin, danke schön für den 12. Auch hier ein Jahr schon. Dankeschön. Hoffentlich auch viele weitere schöne Monate. Das hoffe ich natürlich auch. Ich werde dafür sorgen, dass es passiert. Dankeschön. Und es stehen so gute Monate an. Oh boy, alleine das restliche Halbjahr wird. So geil. Und nach diesem fantastischen Halbjahr kommt ein mega geiles Jahr. Next Gen. Weitere viele Klassiker, die ich spielen werde. Ach Leute, das wird ein Fest. Also wirst du dieses Jahr nicht mehr glücklich? Ich dachte, Ratchet & Clank macht dich glücklich. Jetzt entscheide ich mal. Hallo Mardy. So, und wir treten die Rückreise an. Ich denke mal, so in zwei Stunden sind wir mit der Kämpfergilde durch. Wenn überhaupt, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich gar nicht einschätzen jetzt. Man kann ja nicht jeden mega glücklich machen, T-Sipi. Das funktioniert ja nicht. So, hallo. Ihr seid zurück. Was habt ihr herausgefunden? Alle tot. Tot? Tot? Was ist passiert? Ein Auftragsbuch? Zeig mal her. Von der Dunkelforstorte. Hunde. Elende Amateure. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie Velena diese Kunde aufnehmen wird. Ich trug die Verantwortung für ihn. Ich muss es ihr sagen. Ihr haltet euch besser für eine Weile still. Sprecht mit Asan oder Grokash. Lasst mich mit Velena sprechen. Ihr habt noch eine Karriere vor euch. Ich nicht. Off. Off. Wiedersehen. Wiedersehen. Es tut mir auch echt leid, Mann, aber so ist das Leben, ne? So, wie spät haben wir es? Ja, komm. Hier, wie ich kurz mein Zeug habe, was ich schon wieder zwangsgelootet habe, weil ich wutsüchtig bin. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Syrodil. Was du nicht alles hast. Können wir jetzt mal eins hochgehen? Nein, mal nicht. Muss ja mal hier ein bisschen feilschen mit dem Kollegen, ne? Drei Fackeln. Das muss gleich mal reichen. Wir haben nur die Diebeskilde bisher fertig, aber gleich noch die Kämpfergelder. Hi, Promer. Du bist dich. So, und weil ich diesen Kackring jetzt leid bin, wird es wieder Zeit für unsere geliebten Fackeln. Denn Fackel is life, Fackel is life. Hallo, Mensch. Kaiserlicher. Grüße. Wie geht es euch? Ihr sucht noch mehr Arbeit, nicht wahr? Einen letzten Auftrag habe ich für euch. Zunächst habe ich jedoch schlechte Nachrichten. Oren hat mit Wilena über eure letzte Mission gesprochen. Sie hat die Neuigkeiten nicht sehr gut aufgenommen. Oren wurde ausgestoßen. Und es tut mir leid, aber ihr wurde zum Verteidiger degradiert. Aber ihr werdet damit klarkommen. Du willst mich doch verarschen, oder? Ich habe nur noch eine Sache für euch, aber die ist sehr wichtig. Der Stein der heiligen Alessia wurde aus der Kapelle in Brumar gestohlen. Off. Ich habe nur noch eine Sache für euch, aber die ist mega buggy, die Kämpfergilde. Ich weiß nicht, ob ihr religiös seid, aber viele Leute sind es und der Stein ist wichtig. Sprecht mit Ciroc in Brumar. Er wird euch über die Einzelheiten aufklären. Alles klar, müssen wir uns wieder nach oben arbeiten, wurden degradiert. Mit der Diebiskele sind wir schon lange fertig, actually. Die haben wir im letzten Stream beendet. Okay, und ab nach Brumar, da waren wir lange nicht mehr. Mein kleines, geliebtes Brumar. Die Diebiskele haben wir am Anfang des letzten Streams beendet. In der Kapelle, alles klar. Ich hätte ganz gerne meinen Segen. Danke. Seid gegrüßt. Ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Also, der Stein von Sankt Elysia wurde geklaut. Man sagt, der Stein wurde von Alessia selbst gesegnet und solange er sich in unserem Besitz befindet, kann unserer Kirche nichts passieren. Die Reliquie wurde uns vor gar nicht langer Zeit gestohlen. Ein paar Männer wurden gesehen, wie sie am Abend, als der Stein gestohlen wurde, die Kapelle verließen. Wir nehmen an, es waren Banditen. Natürlich. Mal sehen, ob wir euch nicht ein paar Dinge beibringen können. Nope. Banditen. Soweit ich weiß, waren es vier oder fünf und sie wurden zuletzt auf der Straße in Richtung Osten gesehen. Bitte findet den Stein von Sankt Alessia. Soweit ich weiß. Ja, okay, und die Alessia. Bitte findet den Stein. Ich kümmere mich. kümmere mich um den Stein von Alessia. Ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Ach, die haben hier wahrscheinlich ein Lager oder so. Ah, da ist doch schon einer. Hallo. Aha. Erzähl mal. Wir haben ihn gestohlen. Ich versuche gar nicht erst, das zu verleugnen, außer mir ist niemand übrig. Wir haben den Stein vielleicht gestohlen, aber wir waren nicht die Letzten. Wir wurden von einem Haufen Ogre überfallen, offensichtlich wegen der schönen Steinchen. Ich bin der einzige Überlebende. Wenn ihr den Stein wollt, müsst ihr nach Sedur. Okay, und Sedur. Das ist nicht weit von hier. Hier, ich zeige es euch auf eurer Karte. Und jetzt, lasst mich einfach allein. Okay. Das ist mir. Jo. Aber da waren wir schon drin. Lul. Easy. Easy life. Ja, wir hatten ja so den ein oder anderen Dungeon, wo man genau gemerkt hat, oh, der ist für eine Quest aufgebaut. Sedar war offensichtlich einer davon. Für uns gut. Spart uns wieder ein bisschen Zeit. Wir wissen nämlich dann am besten gleich, wo es lang geht. Und hier sollte dementsprechend eigentlich Ruhe sein. ach, das war ein Shortcut, ne? Wahre Weg war da drüben. Aber da wir hier eben schon waren, ist hier alles easy peasy. Aber halt im wahrsten Sinne. Ich habe den Stein von Sand Elysia in Sedar gefunden, ich sollte ihn nun zurückbringen. Ja, könnt ihr euch erinnern, als wir genau sowas mal aufgemacht haben und da war rein gar nichts und ich dann meinte, hä, es kann nicht sein, dass da gar nichts ist. Und dann meinte, es muss einfach damit zusammenhängen, dass irgendwo irgendwann mal eine Quest damit in Verbindung gebracht wird. Zack, das war's und wir haben, da wir den Lanschen gekleert haben, jetzt wirklich nicht lange gebraucht, waren super schnell. Und das ist mega praktisch. Ich danke dir für den dritten. Ah, ist das nicht schön. Seid gegrüßt, Kaiji. Oh! Leute, es ist neun Uhr, vielleicht ist er da. Vielleicht ist er da. Göttlich, da ist er. Ihr wisst ganz genau, was ich möchte. Mein Lieblingskunde, was habt da denn? Ah, was habt da denn? Ah, ich liebe ihn. Was habt da denn? Bester Mann, ey. so, Kollege, hier. Habt ihr ihn gefunden? Habt ihr den Stein der heiligen Alessia zurückgebracht? Ja, quasi gespeedrunnt habe ich das. Ah, ihr habt ihn gefunden? Ich kann euch gar nicht genug danken. Eure Arbeit wird sehr hoch angesehen. Ihr nehmt das. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Seid gesegnet. Danke. Ey, der eine segne ich mich, der andere sagt, seid gegrüßt und der andere seid gesegnet. Entscheidet euch mal. Vor vielen Jahren verlor sie ihren Gatten. Ja, falls der Graufuchs ist. Hören wir uns das einmal an. Hi, Smolny, grüß dich. Ihr habt einen Auftrag. Solltet ihr nicht in Bruma sein? Ne, ich bin nämlich fertig. Se. Gute Arbeit. Ihr habt gute Arbeit für mich geleistet. Ich würde euch gerne noch mehr anbieten. Momentan ist alles ein wenig knapp, wie ihr sicher wisst. Hier ist eure Bezahlung. Danke. Der neue Besitzer hat Haus Beniros von Grund auf verändert. Es ist nun ein willkommener Teil unserer Stadt. Ich habe mich auch gekümmert. Burz Krokash in Schardinal kann euch sicher Aufträge erteilen. Ich kann noch schön Na gut ihr wisst ja wir gehen jetzt wieder zu meinem guten alten Freund Burz Burz So ab dafür Also als ich vorhin meinte wir brauchen noch zwei Stunden ich denke aufgrund der Tatsache dass wir auch gerade sehr viel Zeit in dem Dungeon gespart haben kriegen wir es dann noch schneller hin Viel ist es nicht mehr ähm Burz wo bist du Burz 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 wieder da hinten in der Ecke Burz Das richtig Hallo guten Abend Wie war das gerade Fürst Ruckdumpf Er ist ein Adliger der Orks ein guter Mann Unsere Familien kennen sich schon eine Weile Wie dem auch sei Seine Tochter wird vermisst Geht zu seinem Anwesen und sprecht mit ihm Findet seine Tochter und achtet auf eure Manieren Ich möchte nicht dass ihr mich blamiert Ja ist ja gut Fürstling Bogboot Eine Vorzeige Orkfrau Jetzt los und findet sie und seid nett zu ihr oder sie reißt euch die Ohren ab Ist ja gut Mann Ah wie praktisch Da haben wir einen Pot in der Nähe Noch mehr Zeit sparen Perfekt Hallo hallo und ja die haben hier natürlich ein schönes Häuschen kannst du sagen was du willst Fürst Ruppdumpf Anwesen Junge Junge Richtig Hübsches Haus hier sexy Ork Dame die will ich erst noch kennenlernen die ich sexy finde Flashbacks von diesem Minotaur Horn an der Mann Flashbacks das wird geil voraussichtlich wird das Freitag passieren das ist sogar ähnlich aufgebaut wie das an was ich gerade denke Fürst Druckdumpf Grosch 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 nicht von Diensten sein Fürstling Rockbord ja die Fürstin erzähl mal ich befürchte dass sie bei der Steinchensuche entfahren wurde einfach weg meine Vermummung ist dass die Ogre sie entnommen haben bitte sucht östlich meines großzügigen Anwesens sie sind bekannt dafür dass sie diese Grundstücke heraussuchen ich bin sehr berührt und wirklich denkbar was er labert die Tochter des Edlen Ogre sagt er der Ork also ich frage mich ja eher wer baut denn sein Anwesen in dem Gebiet wo Ogre rumlaufen und selbst wenn Ogre da rumlaufen warum hat man sich nicht schon längst drum gekümmert man what the fuck ja dann musst du dich halt nicht wundern dass plötzlich deine Tochter verschwindet wenn du in einem Ogre Gebiet lebst ja sorry aber na naja da sind sie sie kämpft mit guck ihr im Faustkampf hey wenn du schon gegen Schlammkrabben gekämpft hast die gefährlicher waren dann frage ich mich warum ich hier eigentlich kommen muss ne ist doch so oder ich habe die Orga getötet die Fürstin Rockboot entführt haben ich sollte sie jetzt zurück zum Anwesen bringen guten Tag freut mich dass ihr diese Dinge erledigt habt ich hätte es ja selbst getan aber offensichtlich gehört sich das für eine Dame nicht naja lasst uns zu meinem Vater zurückkehren also soviel zum Thema sexy Ork Dame warum sieht sie älter aus als ihr Vater bitte nun macht schon ja komm jetzt hello backers wir müssen erstmal das Eingang und den Eingang zum Anwesen finden nächstes folgen die mir folgen geht schneller als hinterher wackeln 2 Meter vom Haus ist nicht gerade ein 4 das ist alles total lächerlich wegen 3 Orga jetzt ne Kämpfergilde schicken weißt du das ist halt auch so ne Sache es freut einen sehr auf Seste ihr habt meine beschwerte Tochter gefunden ich werde Bootsgrokasch von euren teuren Abenden berichten nehmt dies es ist ein Erbsstück meiner Familie seit vielen Generatoren ok und seit vielen Generatoren der Typ hat ganz schön viel falsch erzählt gell rockdumm schwärz was kann das absorbieren Wortgewandheit Stille für 5 Sekunden ok auf gut Deutsch es ist komplette Scheiße ok das einzige was sehr geil an dem Schwert ist dass es halt mega unik ist es ist halt ein unik Schwert das sieht schon ziemlich geil aus aber die Fähigkeit hat einfach kompletter Müll leider hat das seine Tochter gerade fett genannt der hat Probleme sich zu verständigen ok der sagt einige Dinge falsch ich habe ich habe eine Frage äh wieder drei Tage wach hier eh nicht aber egal das Erbstück kaufst ihm nicht ab er ist ne unique Waffe das ist schon ok ich kaufst ihm ab hey Burz Burz ich bin fertig Burz bin fertig hatte ich euch nicht zu Fürst Ruckdumpf geschickt ja Ruckdumpf ist erledigt ihr müsst Fürst den Rockboot finden warum steht ihr hier rum und sprecht mit mir weil ich fertig bin Burz Kackbratze Burz Gro Kackbratze nicht Kasch Gro Kackbratze ihr habt sie heil zurückgebracht gute Arbeit ich mochte dieses Mädchen schon immer ich sollte mal nach ihr sehen hier ist eure Bezahlung fördere mich mal lieber mit euren guten Leistungen verdient ihr einen höheren Rang als den jetzigen ich mache euch wieder zum Wächter Glückwunsch Zeit mehr Aufträge bitte ich habe noch etwas für euch Freundchen ich denke ihr könnt das erledigen ich brauche euch um etwas über die verschwundenen bei Harlons Wacht herauszufinden was ist denn was für verschwindens Dinger holt ihr gerade die GTA 5 Streams nach oder die Grafik ist geil da kriegt man leichten Orgasmus aber nicht vergessen das habe ich gemordet das Originalspiel sieht nicht so aus was der Gro Kack ist nicht der was nein der Vater war der im Anwesen Robert vier Jahre sind voll vier Jahre schon wieder mein Gott wie die Zeit rast danke für 48 Monate in Harlons Wacht werden ein paar Leute vermisst wir sollen herausfinden was passiert ist sprecht mit Rarana Telis über die Einzelheiten los jetzt alles klar Mysterium auf der Harlons Wacht ist ja gleich hier hinten das ist doch das ist doch entspannend aber ja Bekkos sieht in der Tat sehr insane aus sah so gut aus dass ich sogar tatsächlich am Ende traurig war dass das Projekt irgendwann durch war weil es unglaublich krass aussah ja ich bin ja auch ein sehr geschmeidiger so schauen wir mal was bei der Wacht abgeht die haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt ja Kämpfergelder ist auch ziemlich lame deswegen habe ich hier das irgendwie so versucht zu timen das ist was kann ich für euch tun passt Vorfälle erzähl mal ihr solltet Rarana Telis danach fragen ach so bitte helft uns nein 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 bleib hier Mädchen Frau Telis bei dem Hallo ihr seid von der Kämpfergilde nehme ich an gut dass ihr hier seid wir brauchen eure Hilfe mehrere Leute sind verschollen erzähl mal man hört man hört dass einige seltsame Lichter in der Nähe der alten sumpfigen Höhle gesehen wurden wir haben ein paar Männer dorthin geschickt aber sie seitdem nicht mehr gesehen wir brauchen Hilfe ja was was sind so mal Lichter denn vor ein paar Nächten sind sie das erste Mal aufgetaucht komische flackernde Lichter am Morgen war nichts zu sehen aber in der Nacht waren sie da klingt nach ihr Lichtern theoretisch auf Bekkos viel Erfolg oder soll ich sagen viel Glück ich weiß noch nicht genau ja gut dass wir solche Quests wieder nachts erledigen ganz toll da ist eine Höhle unten in der Nürnwurz da nicht dass ich noch welche brauche aber irgendwas irgendwas ist hier los da ein Ehrlicht da ist es es scheint bei dem seltsamen Leuchten sich um ein Ehrlicht zu handeln aber es gibt auch keinerlei Spuren von den verschwundenen Städtern die Ehrlichter waren allerdings alle um die Höhle gruppiert ich sollte dies näher untersuchen in der Tat nehmen wir doch mal auf dumm oder Fliege im Gesicht okay das Schwert macht keinen Schaden oder was Jo wie er mir meine Magie entzieht okay man merkt ich bin kein Zweihänder man merkt ich bin kein Zweihänder make friends mein lieber ich danke dir vielmals für die drei Gift Subs dankeschön noch so ein Ding ja sieht der Schaden vielleicht ganz anders aus sieht der Schaden mal gleich ganz anders aus äh erinnert mich nichts daran dass ich fast tot bin machen wir das mal so hm äh sumpfige Höhle oh in der Nähe wäre wäre der eine Schrein wir wollten ja auch noch die Deadra Schreine machen ne ah vielleicht machen wir davon heute noch ein paar je nachdem wie schnell wir in der Kämpfe ich muss gucken ich muss gucken vielleicht machen wir es auch nicht vielleicht konzentrieren wir uns auch reicht auf die Gilde jetzt erstmal Merci wieso denn Merci an mich das Merci geht doch an dich raus man danke dir doch den ganzen Support alles klar alles klar kann ich mal bitte hallo hallo warum ist meine Fackel nicht an wahrscheinlich weil jetzt hat so hallo John grüß dich Fackeln das geworden das wärs ja ne wenn man auf so wenn das Spiel so immersiv wäre dass ich darauf aufpassen müsste wär an sich geil aber irgendwie auch absolut zum Kotzen um es mal schnell zusammenzufassen ich weiß by the way was man mit seinem ganzen Gold anstellen könnte wenn man wenn man seine ganzen verzauberten Gegenstände immer wieder aufwerten würde dann würde man das Gold recht schnell sogar loswerden können by the way genau zu viel Realismus kann auch nerven ne in der Tat viele viele Spiele leiden sogar daran dass sie zu immersiv sind ganz klare Sache ich muss hier gar nicht hin schade na gut hast viele Fackeln in einen Raum geworfen ne das hab ich nicht gemacht mal abgesehen davon passiert doch nichts die leuchten doch nicht ja richtig Leute du nimmst schon mal vielleicht ein Ticken zu immersiv im Inneren der sumpfigen Höhle habe ich die Leichen der vermissten Stadtbewohner gefunden es sieht so aus als ob Trolle von den Ehrlichtern geschwächte Menschen angegriffen haben und verspeist haben ich sollte all der verbleibenden Trolle in der Höhle erledigen alles klar alter aber mal so richtig verspeist Jesus Christ ei 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 unangenehm ja Slayer wie gesagt Dreaded Redemption 2 ist denke ich schon ein ganz gutes Beispiel das ist vielleicht ein Ticken zu immersiv zumindest was Umgebung und Welt angeht ansonsten bin ich auch der Meinung dass auch Spiele wie GTA 5 unter Immersion gelitten haben weil halt so solche Spiele einfach naja die müssen die müssen wie ein Arcade Spiel wirken ohne dass sie ein Arcade Spiel sind wenn du irgendwie verstehst was ich damit meine so GTA ist einfach kein Spiel das sich realistisch anfühlen sollte verstehst du Skyrim ist zu immersiv Skyrim ist deswegen zu immersiv weil man zum Beispiel aufgrund der Immersion so Sachen wie in Morrowind nicht machen konnte okay ein Helm der Darstellung das ist mein erster Glashelm by the way aber will leider lieber wieder mit Leben entdecken was heißt dass ich zum Beispiel die ganzen Levitationsgeschichten nicht machen konnte etc. pp das ist ja schade weil das hat Morrowind so einzigartig und besonders gemacht okay Blue Black Dragon interessant das habe ich noch nie gehört hallo Felix moin moin richtig oder das Zauber selber erfinden oder verschiedene Zauber kombinieren konntest um einen mächtigen Zauber zu machen das hat das Spiel tatsächlich broke gemacht aber es war halt auch super super besonders und ich finde es auch total schade dass das weg ist ich meine war es auch nicht ganz so einfach das herzustellen so wenigstens das blieb dabei das war noch war noch recht tough herzustellen weil du dafür heftig geskillt sein musstest aber es war auch noch war noch teuer im Game und so weiter und by the way gleich tot und drei Trolle ja kein Wunder dass die alle gestorben sind die Leute das bekommst du heute nicht mehr balanced es ging nie darum dass das balanced sein sollte Morrowind wollte glaube ich nie balanced sein ich meine du hattest den Morrowind Zauber da konntest du mit einem Sprung über die komplette Welt fliegen springen springen nicht fliegen springen das war verrückt und witzig und halt alles aber nicht immersiv ne warum alle Trolle töten sagt dem Pappen einfach dass sie vom Sumpf wegbleiben sollen ja vielleicht wollen sie im Sumpf schwimmen was weiß ich vielleicht wollen die sich andere Krankheiten noch einfangen hier ist schon wieder fast tot dieser Schaden von den Trollen ist abartig geht immer jaulen wenn man die killt hat man schon fast mitleid aber nur fast mehrere Wege ach okay früher war es egal ob es balanced war ja das ist tatsächlich das könnte man nicht so leicht beantworten ob wenn ein Spiel darauf ausgelegt dass es nicht balanced sein will ob es dann Kritik hakeln würde dass es nicht balanced ist ist eigentlich eine gute Frage irgendwer irgendwer würde sich bestimmt darüber beschweren aber wie gesagt wenn das Spiel halt darauf aufbaut es nicht zu sein ist ja eigentlich die Kritik dumm ja Menschen im Jahr 2020 sind sowieso schwierige schwierige geburt deswegen wer weiß was da wohl wäre wie groß ist denn diese höhle sag mal oh wenigstens geht es hier im kreis irgendwo muss ja noch ein troll oben leben aber aber was zum Beispiel halt das Hauptproblem an an immersiven Spielen ist halt die Grafik wenn die Grafik zu realistisch wird kannst du kannst du ja nicht mehr nicht immersiv so ungefähr sein das ist halt immer ein bisschen kompliziert okay hier unten gammelt der Chef oder was ne zwei andere gammeln hier oh das ist ein Sumpftroll der kann mehr ja die Menschen sind halt einfach so verwöhnt und so luxusbesessen dass sie sich halt ihre Gründe zum meckern suchen müssen das ist halt einfach ein Luxusproblem das ist das ist wie dass sich Menschen ein künstliches Drama suchen müssen weißt du ich habe alle Trolle in der sumpfigen Hülle getötet ich sollte meine Erkenntnisse melden gut Gott sei Dank Gott sei Dank ist hier ein Shotgun aus der Hülle raus diese Fliege auf meinem Licht macht mich absurd wahnsinnig ich höre noch einen in Wards überragend so ich habe mich gekümmert trifft sie ja hier ich habe die Trolle alle getötet bitte versucht unsere verschwundenen Freunde zu finden tja die sind tot oh nein ihr glaubt also Trolle brachten sie um das ist erschrecklich aber gut dass ihr alle Trolle getötet habt bitte nehmt dies wir sind euch zutiefst dankbar kein Problem ne gut mehr auch voll leid um euch Ring des Körpers was kann der Ring des Körpers Schaden reflektieren an selbst und festigen Stärke oh mein Gott Leute wir verzichten auf zwei Punkte Stärke dafür haben wir jetzt auch noch Schaden reflektieren der Ring des Ring des Körpers und Geist ist halt komplett insane let's fucking go geile Belohnung einfach nur geile Belohnung unglaublich geile Belohnung bin großer Fan so Burz ich hoffe du bist ein für alle mal zufrieden mit meiner mit meiner Arbeit Sitz der Burz hier wieder in seiner Lieblingsecke nein tut er nicht Burz Burz schläft ich hab Burz noch nie schlafen sehen ihr sollt den Leuten in Harlons Wacht helfen wie sieht's aus ja habe ich mich gekümmert Trolle meint ihr also die von den Irrlichtern angelockt wurden da habt ihr ja ganz großes Pech tja hier ist eure Bezahlung ich bedauere aber ich habe keine weiteren Aufträge für euch ich denke nicht dass Assan etwas hat das war recht gute Arbeit für einen Teufel wie euch Dankeschön ihr habt jeden Auftrag erfüllt den wir euch gaben das war gute Arbeit hiermit werdet ihr befördert zum Kriegsfürst der Kämpfergilde damit habt ihr einen höheren Rang als ich ich fürchte ich kann nichts mehr für euch tun vielleicht möchtet ihr aber mit einem alten Freund von euch sprechen Gerüchten zufolge sucht Orain nach euch von mir habt ihr es allerdings nicht gute Arbeit und viel Glück so ich bin der Champion der Fighters Guild Informationen Orain das ist der der aus der Kämpfergelde verstoßen wurde falls ihr euch von gerade noch erinnert und der Burz hat uns da was hat uns da was gesteckt der hat uns da was gesteckt war Kriegsfürst jetzt eigentlich schon das höchste ist das alles andere jetzt optional oh wir haben über die Hälfte der Folge Mensch ne da kommt noch was Champion ist noch nicht Master ok wollte nur eben wissen ob das optional war aber war es nicht wie auch immer mich jetzt der Typ befördern möchte der äh aus der Kämpfergelde verstoßen wurde aber gut wir reden mal mit ihm ne hallo war war mir ein vergnügen mit euch zu sprechen also dies sind natürlich keine offiziellen verpflichtungen man wird euch sogar wahrscheinlich aus der gilde werfen sollte wir Lena erfahren dass ihr hier seid ich wurde schon hinausgeworfen das heißt aber nicht dass ich erledigt bin ich habe vor die dunkelforstrotte zu erledigen und dabei brauche ich eure Hilfe alles klar wir schlagen die dunkelforstrotte jetzt ein für allemal kaputt um sie zur strecke zu bringen brauche ich mehr informationen laut meiner quellen wollen sie sich ausbreiten und haben ein lager in der waldwiesen nebelhöhle aufgeschlagen geht dorthin und schnappt euch ajum kajin das ist einer ihrer anführer bringt ihn hierher zu mir ich möchte etwas zeit mit ihm verbringen wir haben dinge zu besprechen ok und ajum kajin er ist für diese expansion verantwortlich ich weiß dass er ein hochrangiges mitglied der gruppe ist ein agonischer magier wenn ich richtig informiert bin ein agonischer magier holt ihn her ja ich kümmer mich die waldwiesen nebelhöhle ist am arsch der welt und am schnellsten vom bockbier quell hin so dann mal los bockbier quell und rüber wald waldwiesen nebelhöhle und hier in der nähe ist ein oder war ein oblivion tor da sehen wir schon das ist für uns gut zu exporten akrobatisch wieder rauf ist akrobatisch aber dass akrobatik immer noch nicht auf 100 ist ey also 140 heißt quasi 90 90 erst irgendwer will hier was mit mir aber ich will nicht mit ihm erst mal gucken wie wir hier hochkommen könnte nämlich etwas komplizierter werden shit mal gucken was meine Katzen Skills so können meine Katzen Skills kommen hier echt nicht hoch oh wow meine Katzen Skills kommen hier nicht hoch dann müssen wir das ganze so machen okay irgendwas will kämpfen aber es funktioniert einfach nicht Roman dankeschön für die Antwort dankeschön für den 42 schlisten so Waldwiesen Nebelhöhle wo ist denn da der Eingang hier dann darf er jetzt nicht töten ne und der Fackel schon wieder aus hallo Dunkelforst okay das sind einfach nur irgendwas naja weil wenn ich sterbe ist ja hier Feierabend töte im übrigen Gegner jetzt selbst wenn ich gar nichts mache holy crap brustharnisch des unbesiegten 9300 Gold Lebensenergie 30 Punkte wow wenn ich jetzt schwere Rüstung tragen würde ne würde ich jetzt gerade eben in diesem Moment sagen GG ey tue ich aber nicht aber GG what a day to be alive naja wir haben wir haben doch jetzt den Ring bekommen der 8% Schaden reflektiert das heißt über Zeit würde ich so oder so gewinnen witzig oder so der Herr Kollege wo treibt er sich rum was ist das ich hab einen Namen reiß dich mal zusammen da sind zwei das ist definitiv kein Magier aber er hat Brandpfeile du bist tot du kannst gar nicht mehr reden Quarzstiefel unter Wasser laufen an selbst wow weich geglüter brustharnisch das ist literally dasselbe was wir gerade gefunden haben nur in leichter Rüstung und nicht in schwer Lebensenergie 30 Punkte festigen holy crap okay das ist wow und der Bogen ist auch noch sick okay jetzt haben wir gerade ziemlich crazy Sachen gefunden dass ich jetzt auch definitiv den Ork brustharnisch erstmal wegschmeiße denn der ist nämlich gerade im Vergleich Öl stirb und rip so die Jungs sind mega ausgestattet 30 Punkte festigen für Initiativ festigen Intelligenz und Geschicklichkeit ich glaube es ist tatsächlich Zeit die Schürze der Geschicklichkeit abzudanken 30 Lebenspunkte ist mega und die 8 Geschicklichkeit brauche ich nicht und die 8 Intelligenz brauche ich ebenfalls nicht da ich sowieso so gut wie gar nicht mehr zauber also von dem her ist es eigentlich egal weil der Vergleich ist das Ding hat 12 Rüstung und das Ding hat 1 das heißt jetzt kriege ich auch mal deutlich weniger Schaden wenn Trolle und Co auf mich einschlagen quasi eure Anwesenheit hier wird nicht geduldet auch irgendwas spezielles Reitkolben des Winters will ich nur kurz lesen will ich gar nicht mitnehmen 23 20 Eisschaden kannst du wieder haben voll ins Gesicht geschmissen wer ist da der schwarze Mann was ist los werdet hey hey stirre du stinkende Hauskatze schaffte mich schon wieder als Hauskatze ey sowas kann ich hier nicht leiden ne und noch ein Brusthanisch des Unbesiegten what the fuck Waffenschmied festigen an sich selbst feder 105 feder 105 punkte an selbst was sind denn hier für krasse sachen am weg am start die haben ja übelst krasses zeug ohne witz das ist eine richtig krasse Sache am bein das wird natürlich niemals meine Akrobatik ersetzen aber vielleicht im zweifel 200 punkte war die kitte ey das ist schon sick no joke seelenfalle ist natürlich auch nice muss jetzt aber leider was abgeben und in dem fall wird es das sein hier ist was los ich sag es euch dass die hier alles bunkern trank der absorption reparatur hämmer ja gib doch mal her jetzt für die höhle könnte ich jetzt sogar die stiefel anziehen dann könnte ich nämlich deutlich mehr mitnehmen das ist richtig aber so wichtig ist es mir dann auch nicht sollte der chef jetzt hier nicht mal langsam kommen hallo ihr kommt jetzt mit mir schön schön ich komme mit euch meine wachen sind tot ihr habt gewonnen vorläufig okay ich muss den jetzt hoffentlich nicht wirklich wohin bringen oder der Weg ist elendig weit ja ich suche eigentlich nur noch ein bisschen nach ich hoffe der folgt mir brav nach fackeln aber das passt schon nicht dass er sich jetzt hier gleich die geilen Sachen krallt und mich hinter rücks ab abmurkst weit hier ist ja gar nix das töten und den Kopf mitnehmen ja und wie kommen wir dann an die information dann ist glaube ich vorbei ist nicht so diesmal dass die idee bestimmt der ist schnell der agonia ist sympathisch fällt auch nicht runter damit kann man arbeiten athlete ditsche wieder rauf ah der hat ein gutes Tempo muss er auch haben wenn ich ihn jetzt wirklich zu Fuß weiterbringen muss ja wenn ich ihn zu Fuß nach Koroll bringen muss müssen wir sowieso Gas geben gehen jetzt hier schön auf den Weg und ab geht's ist er da er ist da ich speichere mal bevor er mir wirklich noch irgendwo drauf geht diesmal nicht aus dass das nicht passieren könnte so ich kann noch schneller laufen kannst du auch noch schneller laufen hallo Yashi mag alle bis auf die hoch elfen ich verstehe das nee du kannst die nicht porten mit mit verloren das wäre ja das die die Aufgabe des follow uns ja wäre ja keine Aufgabe die fackel mal ablegen man es geht ja eh also dadurch dass er recht schnell ist muss einfach rückwärts laufen auch wenn ich rückwärts wahnsinnig schnell bin die lebensenergie haben wir jetzt eigentlich nice hier bin ich mich im kreis drehen ich bin mir nicht sicher ich meine es kommt drauf an mit wem du dich portest mit einem gefährten per se meine ich geht's aber ich meine nicht mit so jemandem wie ihnen aber wir können es ja gerne noch for science machen ja ich denke auch dass wir uns richtig entschieden haben war wirklich toll ok es funktioniert scheinbar doch dann haben wir jetzt nicht viel Zeit verloren aber ich bin mir sicher dass es nicht mit jedem begleiter geht da bin ich mir ganz 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 sicher wir haben nämlich auch während dieses projekts hier schon garantiert einmal port das klar geht porten nicht immer zum beispiel mit dem einen typen den wir von bruma begleiten mussten der hat sich nicht mit geportet Wir brauchen seine Informationen. Nun geht und sagt ihm, er soll sich setzen. Sollte er Anstalten machen, aufzustehen, bringe ich ihn noch eigenhändig um. Ne, 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 nicht töten. Was wollt ihr? Ist jetzt Folterzeit? Tut euer Schlimmstes! Setzt euch! Schön! Ihr macht mir keine Angst! Schlagt mich! Foltert mich! Ich werde euch nichts sagen! Darüber reden wir jetzt. So, Kollege. Äh... In Ordnung. Guck mal. Ob wir ihn irgendwie zum Lachen bringen können. Das ist nicht komisch. Einverstanden. Ich hab... Erzählt nicht solchen... Erzählt nicht solchen Unfug. Was immer ihr wünscht. Verzeih. Hört auf! Ihr macht mir Angst! Aha! Ja! Gute Arbeit! Ich mach ihm also Angst! Ja! Oh! Ihr... Wirklich? Ihr... Verzeiht! Gut! Einverstanden! Ich habe keine Wahl! Richtig! Das ist nicht komisch! Keine Wahl! Ich wünschte, ich könnte... Was? Erzählt nicht solchen Unfug. Das ist... Wir... Wirklich? Was? Ihr braucht gar nicht... Ihr seid gut! Danke! So! Ayumke-Jean scheint bereit zu sein, mir Informationen zu geben. Geht doch! Meise, danke schön für den 15. Dafür werdet ihr büßen! Och, geht, ne? Vielleicht versteht ihr. Vielleicht kann ich euch helfen. Ein bisschen. Also, wie groß ist die Dunkelforst-Rotte? Wir sind nun mehr als 100 Mann. Wir werden jeden Tag mehr. Oha! Und wer ist der Anführer der Rotte? Nein! Ich werde ihn nicht verraten! Ich werde euch nichts sagen! Verratet mir dann wenigstens das Geheimnis eurer Stärke. Ich meine, ich kenne die Stärke. Das sind deren krasse verzauberten Rüstungen. Niemals! Lieber würde ich sterben! Gar nichts! Sage ich euch! Off! Dafür werdet ihr büßen! Foltert ihn, bis er sinkt. Versucht ihn nicht zu töten. Jeder möchte wissen, was sich im Tempel wirklich zugetragen hat. Was ist mit Martin passiert? War der feurige Drache wirklich Akatosh? Ja! Bringt ihn zum Reden. Ich werde... Erzählt weiter. Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, ich gebe dir wohl noch mehr Geld. Hier! Vielen Dank für diese nette Geste. So, und jetzt erzähl mir alles, was du weißt. So, es scheint, er ist bereit, mir noch mehr zu sagen. Ich sollte nichts mehr sagen. Aber ihr habt mich so gut behandelt. Vielleicht kann ich euch trauen. Man muss... Man kann mir schon trauen. Wer ist der Anführer? Jetzt erzähl. Vergebt mir, mein Meister. Es ist Rizika. Er führt uns an. Und er wird euren Kopf bekommen. Er wird euch alle töten. Okay, und Rizika. Und was ist jetzt eure Stärke? Kein Wort mehr. Ich wähle den Tod. Lang lebe die Dunkelforstrotte. Ja, gut. An Italks. Das hat Shane schon immer gesagt. Regina hat lieber Selbstmord begangen, als das Geheimnis der Schwarzwaldrotte preiszugeben. Ich sollte mit ihm sprechen. Dunkel, Elf, Brustanisch. Feuerschaden. Damit hat er den Ring gewirkt. Und das Gold, das ich ihm gerade gegeben habe, habe ich mir wieder zurückgeholt. Lustig. Lustig. So, und jetzt ist es soweit, Leute. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommen meine Federstiefel zum Einsatz. Ich könnte jetzt mit Federstiefel und Kutte 775 tragen. Junge, Junge, ey. Richtig. Ob das der Fall ist. Kriegen wir eine Amulette der Befragung. Oh, das ist bestimmt Wortgewandtheit, ne? Nahkampf und Wortgewandtheit. Sechs Punkte, Alter. Komm, hau ab. Dann nehme ich lieber meine Handelsgeschickpunkte. Wir haben einigen. Obwohl die Informationen von dem Argonia sehr nützlich waren, brauchen wir mehr. Ich möchte, dass ihr sie unterwandert. Holt euch Informationen aus erster Hand darüber, wie sie arbeiten. Okay, und infiltrieren. Ihr müsst nach Leia Bin gehen und euch der Dunkelforstrotter anschließen. Findet das Geheimnis ihres Erfolges heraus. Ihr werdet auf euch gestellt sein. Haltet euch von mir und von all euren Brüdern aus der Kämpfergilde fern. Es wird hart werden. Aber ihr schafft das schon. Okay. Viel Glück. Na, ob das wohl so einfach funktioniert. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell nach Hause. Und diese ganzen geilen Sachen, die ich gerade gefunden habe, lagern. Alter, da waren wirklich nice Sachen bei. Die will ich nicht verkaufen. Conny, grüße dich. Alles gut bei dir. So, lass mich mal schauen. Sicher, sicher, Conny. Hauptsache gesund, ne? Das ist das Wichtigste. Das Befragungsamulett möchte ich trotzdem behalten. Weil... wir erstens noch gar keins hier drin haben. Schaden reflektieren an sich selbst. Achso, das habe ich gar nicht ausgerüstet. Das erklärt das natürlich. Scheißer Forst widerstehen. Basisring der Vergeltung, Mann. Der ist es einfach. Der Ägide. Und der Dunkelforstring. Drei Ringe erstmal auf den Boden schmeißen. Huch! Huch! Das sind schöne Ringe, die will ich behalten. Ja, wisst ihr, was diesen Fächern hier fehlt? Fehlt? Richtig, LED. Ah! So, wir haben hier ein Daedra Brustanisch. Allerdings haben wir jetzt den ultimativen Daedra Brustanisch. Nämlich den Brustanisch des Unbesiegten. Und der liest sich halt alleine auch schon ein bisschen geiler. So, schau mal an. Er hat die Magie an sich selber angewandt, ja. Ich glaube nicht, dass man das jetzt großartig erklären muss. Oder zumindest sollte man das vermutlich einfach nicht. Was hatten wir hier noch drin? Ah ja. Und was hatten wir hier drin? Irgendeinen Quatsch. Ah, der kann weg. Das kann weg. Der Helm soll tatsächlich hier liegen. bei meinem Glasset. Damit ist das Glasset vollständig, ne? Ja, gut, eine Waffe würde fehlen. Aber das ist irrelevant, weil ich eine dabei habe. Kaiserliche Drachenhandschuhe habe ich. Gift widerstehen. Ein paar mega geile Handschuhe wären mal noch nicht schlecht, ne? Ne, 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 ne. Schuhe fehlen noch. Und die habe ich hier. Damit ist das Set vollständig. So macht das Sinn. Wie geil ist das denn? Absolut schon. Absolut. Das Set ist vollständig. Mega nice quasi. Das ist ein bisschen verkackt hier. Housing gone wrong. Manchmal gar nicht so einfach. Ich wollte es halt ein bisschen drehen, ne? Ich stau mal, dass das angeht, ist so einfach. Boah. Ja, komm. Passt schon. So. Macht sie gut auf dem Boden, oder? So, Ring der Stärke bleibt. Achso, wait. Wir haben jetzt mittlerweile... Wait, 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 wait. Wir haben zwei Ringe, die Schaden reflektieren haben? Wie broken ist das denn? Stimmt, Ring der Stärke ist ja over. Wir haben zwei davon. Okay, das ist echt broken, Mann. Das ist echt broken. Crazy. Ach ja, die gute alte Schürze. Gute alte Schürze. Ah! Das zählt als größtes Gegenstand. Ja, hier ist meine Schürze, die ich auf ewig in Erinnerung halten werde. Meine Butcher, die mir den Metzger-Titel gebracht hat. So. Dann haben wir jetzt den Brussanisch, das Wappen von Koroll. Die Stiefel des Leibeigenen können wir dann ersetzen mit den Stiefeln, die hier stehen. Weil das sind einfach nur Dädra-Stiefel. Aber das hier sind ja mega Dädra-Stiefel. Wieder mit der Physik spielen, dass es kracht, ey. Ah! Ja, komm. Nein! Dann müssen sie jetzt liegen bleiben. Dann liegen die Stiefel jetzt. Das ist jetzt einfach Fakt. Zu viel Zeit kann man nicht für Housing draufgehen lassen. So, das ist das, was ich alles verkaufe. Was wollte ich hier noch behalten? Bogen des Infernors. Ja, das ist besser als der Dädterische Bogen, ey? Huch! Oh, jetzt war ich ein bisschen grob. Jetzt war ich ein bisschen grob. Das eskalatet, Quiddly. Okay. Okay, das muss reichen. Hm, das frierende Schwert muss ich immer behalten. Klingel des Leids muss ich auch behalten. Oh, das ist ein lustiges Schwert. Können wir das nicht da reintun? Können wir schon. Ja, das ist ja dieses... Eigentlich ist es so unique, dass ich es hier reinlegen könnte. Aber das Ding ist ja rappevoll. Lassen wir das mal stecken. Ja, ich glaube, damit bin ich zufrieden. Das Erste, weil ich schon mal hier bin. Sehe ich mal den ganzen Mompizzi ab. Interessant, dass die Nernwurz nicht als geklaut drinstehen, obwohl ich sie geklaut habe. Der kommt weg. Muss ich Tränke mitnehmen? Ja, kann ich actually machen. Am Boden sieht es aus wie bei mir in der Bude mit Büchern. Vermutlich sind die Bücher die bessere Wahl und nicht Rüstungen. Ah, okay. Ich denke, ich bin hier durch. Dann gehe ich jetzt nach Anvil verkaufen und danach invertieren wir die Dunkelforstrotte. Wenigstens wiegen die Questgegenstände nichts. Das ist richtig. Da hat man sich quasi Gedanken gemacht. Ist ja auch Ansicht unfair, wenn man was tragen muss. Ja? Okay, ich gönne meinem Schieb mal wieder ein paar Stunden Schlaf. Das ist nämlich immersiver. So, den schicken wir jetzt mal direkt zwei Stunden schlafen. Und das ist eine perfekte Gelegenheit, dass ich kurz pingeln gehe. So, genug geschlafen. Jetzt, äh, verkaufen und dann Progress. Ich habe gesagt, Kämpfe gilt, das soll nur zwei Stunden dauern. Wenn ich aber wieder eine halbe Stunde Housing dazwischen mache, dann wird das hier wieder nichts. Hopp, hopp. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Kriege. Ich bin sehr geschickt. Da hast du völlig recht. Eigentlich ist es auch verrückt, dass Schwert... Ganz ehrlich, ich spiele dieses Spiel schon... Wie viele Stunden? Was sagt das Speicherstand? 65? Ah, das Spielstand sagt erst 60. Ich habe aber schon deutlich mehr gestreamt. Naja, das ist ja auch... Hat ja auch was mit Laden und so zu tun. Ich habe Schwertkampf legit erst auf 87. Naja, okay, es geht. Ich dachte, es ist sogar niedriger. Bogen weg. Stahlfall weg. Deidra weg. Deidra weg. Ja, und die Handschuhe kommen. Hau ab mit dem Scheiß. Wir be-ehrten uns demnächst nochmal, ne? Es fällt mir nur auf, dass ich eine Sache noch nicht loswerden konnte. Aber ich glaube, das kann ich hier fix machen. Hallo, Wilbur. Wow, ich kann dir das nicht anbieten. Ach, Wilbur. Würde doch nur so gerne schnell nochmal Müll loswerden. Aber offensichtlich nicht hier. Na gut, dann... Geht's jetzt nach Leiaveen. Ich öffne hinterher wie schnell noch ein gebraucht... Gebrauchtladen. Ein allerlei Laden. Oh, jetzt muss ich die Dunkelforst-Rotte einfach mal infiltrieren, ey. Unangenehm. Jetzt ist es direkt wieder so spät. Meine Fresse, ey. Hat die Reise schon wieder den ganzen Tag gekostet. So, Jungens. Wie... Wie werde ich hier aufgenommen? Frag für einen Freund. Guten Tag. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Äh, ich würde ganz gerne beitreten. Ihr wollt beitreten? Hm. Noch eine Gildenratte, die das sinkende Schiff verlässt? Nun gut. Sprecht mit Jitum See. Er kümmert sich hier um die Rekrutierung. Alles klar, danke. Einen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Gehl. Wunderschön. Wunderschön ist der Tag, Gehl. Gehl. Ähm, wo ist denn der Chef hier? Ist er noch wach? Wie schön, euch zu sehen. Annen Nimmwurz. Bugak Grobol hat einige gute Bücher im südlichen Büchern. Da ist er. Was wollt ihr? Ihr braucht Arbeit? Ja, richtig. Ihr möchtet bei der Dunkelforstraute mitmachen, oder? Hm. Ihr seht stark genug aus. Irgendwie scheint mir, als hätte ich schon einmal von euch gehört. Nee. Kämpfergilde, oder nicht? In letzter Zeit viel für sie gearbeitet. Ja. Weshalb wollt ihr bei uns mitmachen? Hä, die kommen... Die kommen nicht auf die Idee, wenn ein Kämpfergilde-Typ kommt und sagt, ich will bei euch anfangen, dass da was faul ist. Ich sage jetzt einfach nur, ja, bei der Kämpfergilde gibt es keine Aufträge mehr, also brauche ich einen anderen Job. Keine Arbeit? Ha! Hier in Cyrodiil gibt es jede Menge Arbeit, die erledigt werden muss. Und die Dunkelforstrotte ist mehr als willens, sie zu tun. Ihr seht mir aber nicht stark genug aus. Ein wenig unerfahren auch. Trotzdem, vielleicht finden wir etwas Arbeit für euch. Ihr dürft mitmachen. Für den Moment. Wir machen... Da ihr so wirkt, als wolltet ihr loslegen, folgt mir zum Trainingsplatz. Wir haben eine Mission, davon könnt ihr einen Teil erledigen. Okay. Der hat eine wundervolle Büchersammlung. Ich weiß nicht, warum... Der hat eine wundervolle Büchersammlung. Guck mal, Conny, die rennen von dir. Seht euch vor. Lebt wohl. Grüße. Rana ist unsichtbar. Ist ja gar nicht gruselig. Uff. Läuft bei denen. Ja, ich werde das Gefühl nicht los, dass sie mich jetzt hier abschlachten. Weißt du, irgendwo unten im Keller. Trainingsraum. Von wegen, ey. Und hier sind schon die Plätze zum Zugucken. Ei, 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 ei. Ja, 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 da warten sie doch schon auf mich. Ebenholz. Ork. Ebenholz. Ihr habt eine Mission. Die Siedlung Stade hat uns damit beauftragt, einige Goblins in der Gegend zu erledigen. Anscheinend machen sie den Einheimischen Schwierigkeiten. Das sollte für euch vier aber kein Problem sein. Drei von euch sollten mittlerweile vorbereitet sein. Aber wie ihr schon seht, haben wir auch einen neuen Rekruten unter uns. Ich muss mit euch reden, Rekrut. Ja, ich bin doch da. Bei dieser Mission müsst ihr vorsichtig sein. Manchmal gibt es Probleme mit neuen Rekruten, weil sie unsere Methoden noch nicht so gut kennen. Nehmt dies. Es wird eure Fähigkeiten während der Schlacht verbessern. Wir benutzen es häufig. Es ist sehr, sehr praktisch. Ne, der Histsaft. Oh, okay. Was ist das? Das hier? Nun, es ist ein Geschenk aus den Sümpfen von Argonien. Histsaft. Ein Geschenk aus meinem Heimatland. Die Hists beschenken uns großzügig. Sehr großzügig. Und ihr schmuggelt die Histsäfte? Seid kein Narr. Wir sind mit einer Hist selbst zurückgekehrt. Einer schönen Hist, die die gesamte Rotte mit ihren Geschenken beglückt. Die schlauen Magier machten es möglich. Magie und Eisen. Aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Trinkt euer Geschenk und geht mit euren neuen Brüdern. Ähm, was macht diese Hist? Histsap an selbst. Los geht's, Anfänger. Trinkt aus. Dann machen wir uns auf den Weg. Los, trinkt aus. Hallo, Kev. Trinkt, trinkt. Wir müssen los. Okay. Jetzt komme ich gleich in irgendeine Art Drogenwelt. Ich sage es euch. Hallo, Gregi. Ich habe den Histsaft-Trank eingenommen. Ich beginne mich seltsam zu fühlen. Oh ja. Oh ja. Ich sage es euch. Das ist alles... Das ist alles... Los, Bewegung. Tötet die Goblins. Alle. Wir sind im Stade angekommen. Das anscheinend von Goblins überrannt wurde. Ich habe den Befall zum Angriff gegeben. Was? Wow. Auch schön. One-shot. Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Bewegt euch, damit wir nach Hause können. Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Bewegt euch, damit wir nach Hause können. Ja, okay. Ihr räumt hier auf, Neuling. Schaut in die Häuser. Bewegt euch, damit wir nach Hause können. Sind die Goblins jetzt Menschen wegen dem Zauber? Das könnte gut sein. Dass uns quasi vorgetäuscht wird, dass wir gegen Goblins kämpfen. Aber eigentlich das Menschen sind. Was erklären würde, warum sie die Kriegergelde töten, obwohl die in Stade waren wir nämlich schon mal. Deswegen frage ich mich, ob wir jetzt gerade die Menschen getötet haben, mit denen wir schon mal gesprochen haben hier. Ei, 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 ei. Ich kann nicht mit dem Goblin reden. Der Goblin greift mich aber auch nicht an. Ich kann den Goblin schieben. Das liegt bestimmt daran, dass ich unter dem Hisssaft mit Goblins sehe. Ich befürchte, ich muss ihn töten. Deswegen sind das auch alles One-Shots. Puh, das ist ganz schön grausam. Das ist actually, wenn wir mal das ganz nüchtern betrachten, ganz schön grausam. Ich will nur noch, dass irgendein Goblin hinter einer Bar steht. Das ist harter Tobak. Puh, das hat man echt ein super mulmiges Gefühl. Die gucken auch mal nur noch zu hier. Die Goblins, die Stadion überfallen haben, wurden besiegt. Und jetzt liegen hier Menschen, nicht wahr? Hä? Jetzt bin ich wieder bei ihm? Oh, Plott-Twist, erster Böse. Was ist passiert? Das wollte ich euch sowieso fragen. Ihr wurdet bewusstlos auf der Straße in Leia-Win aufgefunden. Einige eure Gildenbrüder haben euch gefunden und zu mir gebracht. Gut zu sehen, dass einige von ihnen so denken wie wir. Was ist dort draußen passiert? Naja, ich hab Hisssaft getrunken. Sie verwenden Hisssaft? Und sie behaupten, sie hätten einen Baum nach Sirodil gebracht? Erstaunlich. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen der Saft auf andere Rassen als die Agonia haben könnte. Es überrascht mich nicht, dass man euch in diesem Zustand gefunden hat. Ich denke, diese Männer vertragen mittlerweile viel von dem Zeug. Ich mache mir Sorgen um Stader. Ich will, dass ihr euch zurückbegebt dorthin. Vergewissert euch, dass die Rotte die Einwohner nicht vertrieben hat. Haltet euch versteckt. Ja, und so finden wir jetzt raus, dass wir die Menschen dort getötet haben. Erstaunlich und verrückt. Ich werde mir das genauer anschauen. Okay, nee, dann ist mit ihm noch alles gut. Ich mache mir Sorgen um diese Leute. Die Dunkelforstrotte geht über Leichen. Seht euch dort um. Sehr unkonventionelle Methoden, ey. Boah, da wird einem ganz wohl mich. Richtig grausamer Shit, der da abgeht. Richtig grausamer Shit, der da abgeht. Ja, alle Menschen tot. Marie. Eduard. Jolie. Biné. Sogar Schafe haben wir getötet. Und Marcel hat überlebt. Das kann alles nicht wahr sein. Das ist schrecklich. Meine arme Bien. Arme, süße Bien. Welches Monster würde so etwas tun? Wie konnte das passieren? Was ist hier passiert? Ich wünschte, ich wüsste es. Sie sind alle tot. Alle. Sogar meine arme, süße Bien. Ihr, ihr seid derjenige, der ihr geholfen hat, oder? Ihr habt ihr geholfen, meine Schulden zu begleichen. Ich habe von euch gehört. Sie hat niemandem je etwas getan. Wer könnte das getan haben? Welches Monster würde so etwas tun? Das waren nicht die Goblins. Das müssen Banditen gewesen sein. Aber weshalb? Wir haben nichts. Bitte geht. Ich muss unsere Toten begraben. Ja, könnt ihr euch noch an Biene erinnern, die wir immer Biene genannt haben, obwohl sie Bien heißt. Der wir das Geld gezahlt haben, anstatt die Rüstung zu holen. Der hat die alle jetzt hier rausgeholt und zusammengelegt, ne? Ja. Dank. Brutaler Dialog, so mitten ins Gesicht, ne? Ja, das ist harter Tobak. Ja, das haben wir geschickte Finger. Was habt ihr euch eingebrockt? Boah, das tut richtig weh. Mit, vor allem mit Biene, mit der du schon eine Questline hattest. Mhm. Nun, was habt ihr in Stade gefunden? Nein, die ganze Stadt. Ich nehme an, ihr seid ziemlich enttäuscht von euch selbst. Das tut mir leid, aber es war der Histsaft, nicht ihr. Wir wissen nun, welche Gefahr diese Gruppe bedeutet und das vielleicht sogar besser, als sie es selbst wissen. Wir müssen nun entschlossen vorgehen. Also Leute, es wird Zeit, dass wir die verdammte Dunkelforstrotte ausrotten, weil das geht ja so nicht. Ich verstehe, was ich zu tun habe. Der Histsbaum muss zerstört werden. Los geht's. Dieser Baum ist die Wurzel all unserer Probleme. Er ist eine Missgeburt der Natur und muss zerstört werden. Solange die Dunkelforstrotte den Saft verwenden kann, sind wir alle in Gefahr. Ich fürchte, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Ihr müsst einen Weg finden, den Histsbaum zu zerstören. Ich nehme allerdings an, dass Risa Kain gut bewahren ist. Erwartet eine unfreundliche Begrüßung, wenn ihr bei ihrer Halle angelangt. Ich werde sie alle töten. Er ist ein Krieger, ein schlachterprobter Söldner, der schon überall in Tamriel gedient hat. Er hält seinen wertvollen Baum sicherlich gut unter Verschluss. Ihr müsst den Schlüssel finden. Alles klar, Chef. Bringt es zu Ende. Ich bringe es zu Ende, ja. Genau das werden wir tun. Wir bringen es zu Ende. Wie geht es euch? Nicht gut. Nicht gut, ehrlich gesagt. Ich habe gerade eine Menge unschuldiger Leute und meine Freundin Biene getötet. Mehrere Zeiten sind angebrochen. Ja, Slayer mein Gott, Sony kann sich das ja leisten, wegen ihrer Exclusives. Ihr gehört nicht länger zu uns. Spion der Kämpfergilde. Verräter. Das ist das Ende. Das ist das Ende. So. Gehl. Gehl, kein Entkommen, Gehl. Kein Entkommen. Jo, wie viele Pfeile er hat. Jo, wie viele krasse Pfeile er besitzt. Gönnung. Quarz, Brusthannisch, herkömmlichen Waffen widerstehen. Schon geiler Scheiß, ne? Fackelpfeil. Was ist derart für Sachen, Alter? Auf dem Blutkeller oder so'n Scheiß. Ach, die Unsichtbare. Wo ist sie? Da. Da, Hrana. Kristalliert der Brusthannisch 30% Kamelie an sich selbst. Der macht drin. Ja, wir müssen oben rein. Wir müssen oben rein. Ja, ne, ist klar. So, was gibt's ganz oben hier noch? Ah, Rix, ja. Rix Raum. Verstehe. Können wir da rein. Hey, ne, 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 Wurz. So, wo ist er? Alles gestörte Monster, aber die haben echt geile Ausrüstung. Man muss es, man muss es sagen, ne? Die haben wirklich absolut geilen Scheiß. Sieht so aus, als würde da was liegen. Und jetzt ist es weg. Alles klar, okay. Aber wenn er gar nicht da ist. Hey, da ist er ja. Ne, ne, ne. Weiß nicht, wo er auch einmal herkommt. Aber er muss sterben. So. Oh. Das ist genau das, was ich wollte. So, deine gesamte Rüstung nehme ich ja mal noch mit. Und dann schauen wir mal, wo der Chef ist. Da ist er. Das ist der Chef. Der. Der Dunkelforst. Rotte. Der Chef ist tot. Ich habe Riesaka getötet. Ich sollte mir von seiner Leiche den Keller-Schlüssel holen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. We did it. So. Und jetzt können wir uns den Hisbaum angucken. Der Anführer ist tot. Ja, wie groß der Preisunterschied ist zwischen Laufwerk und Nicht-Laufwerk. Das werden wir, denke ich, am sechsten erfahren. Am sechsten, achten. Gucken wir mal. Wenn er sich auf Herzen bewegt, könnt ihr gerne... Wie hier ist. Dieser Baum ist zu einer Perversion der Natur geworden. Er ist von fremdartigen Maschinen umringt. Wenn ich dieses Monster zerstören will, muss ich einen Weg zur Vernichtung der Maschinen finden. Erstmal müssen wir halt Stimmen in der Luft töten. Oh, die sind unsichtbar, ne? Okay, und Sings wie Donner. Sings wie Donner ist tot. Nee, 100 ist zu viel. Vielleicht 50 oder so. Die gleiche Kurs gibt es in Alice Guns Online. Und ja, dann... Tolle Verwurstung von Sachen, die es schon gab. Nun ja. Lockeres Rohr. Weil das kann ich aufheben. Leil. Hier, und leere Hissflasche. Und natürlich zu Hause hinstellen. Oh, ein Ginkoblatt. Das ist nur Novize. Ich habe nicht mal einen Meister hier. Okay, jetzt haben wir mal wieder genügend Fackeln. Sollte reichen für heute. Grundlagen der Alchemie, hä? Nee. So, mit dem lockeren Rohr habe ich das jetzt kaputt gemacht. Als ich die Maschinen zerstörte, die um den Hissbaum herum standen, wurde auch der Hissbaum selbst zerstört. Ich sollte zurückkehren. Er brennt! Der Baum brennt, das ist vorbei. Der Hissbaum, ey, hat mir meine Biene getötet. Das Haus... Oh, Maglia? Ihr habt alles verdorben. Warum? Warum? Ich hatte Arbeit. Ich hatte ein Zuhause. Ihr habt mir alles genommen. Dafür werde ich euch töten. Oh, Maglia. Ach, was soll denn deine Frau davon halten, dass ich dich jetzt töte? Oh, was für ein trauriges Ende von diesen Quests, ey. Oh, Maglia. Ach, Maglia. Ach, Maglia. Finster. Ganz, ganz finster. Aber es ist vorbei, Freunde. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Da war eine Menge Mord am Ende, gell? In der Tat. Aber es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Habt ihr eure Aufgabe bereits erledigt? Habt ihr den üblen Baum zerstört? Ja. Gute Arbeit. Jetzt, da es den Baum nicht mehr gibt, ist die Dunkelforstrotte nicht besser als jede andere Söldnerbande. Sirodil ist dank euch wieder ein sicherer Ort. Ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Ich hoffe, es leistet euch gute Dienste. Ihr solltet nun wie Lena Danton erzählen, was passiert ist. Vielleicht versteht sie, worauf unsere Taten abzielten. Ich glaube, unsere Arbeit ist nun beendet. Ihr seid ein guter Soldat. Ihr habt mich stolz gemacht. Okay, ich habe seinen Helm bekommen. Das gehörte einem Vorfahren. Orain Bökelbad und war jahrhundertelang verloren. Man hat es erst gefunden, als Malakad fälschlicherweise annahm, meine Erblinie sei beendet. Ein Fremder aus meiner Heimat Morrowind überbrachte mir mein Erber. Darauf könnt ihr stolz sein. Vielleicht könnt ihr mir helfen, den alten Glanz des Namens meiner Familie wiederherzustellen. Vielleicht. Aber ja, das sehe ich auch so. Die Köpfergelde war an sich ziemlich meh, aber das Finale rund um die Story war tatsächlich recht gut. So, was kann denn sein Helm? Zehn Geschicklichkeit und zehn Konstitutionen. Ach du heilige Scheiße. Junge, so kann ich doch nicht rumlaufen. Ich meine, die befestigen Zehn Geschicklichkeit und Konstitutionen sind ziemlich nice, ne? Och. Ich fürchte, ich muss doch rumlaufen. Ripp. Und ich muss einmal ganz kurz... Nein! Die anderen Stiefel habe ich woanders hin getan. Nein! Äh... Dayum. Äh... Dann muss eben schnell... Oh! Ich habe vielleicht etwas zu viele Hissflaschen. Ich lasse die mal bei dir, ne? Die Hissflaschen. Aber die Ehre. So, ich muss jetzt noch eben schnell zur Chefin gehen. Zur, äh... D'Anton. Und ihr Bescheid sagen, was hier abgelaufen ist. Irgendwann ist ihre ganze Familie ja auch tot. Äh... Frau D'Anton. Ich müsste jetzt... Nicht falsch. Ich lasse mal hier mal eine Fackel. Ich will hier nix. Äh... Hallo, Frau D'Anton. Hallo, Frau D'Anton. Stehen Sie bitte auf. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Dunkelfosstrotte ausgerottet. Ihr habt... Was getan? Ich... Ich hatte keine Ahnung, dass es so weit gekommen ist. Wie habt ihr das nur alles geschafft? Ich habe es mit Oren gemacht. Oren? Er wurde rausgeschmissen. Ich sollte euch noch in diesem Augenblick hinauswerfen. Aber... Nein. Es ist nicht Orens Schuld. Ich fürchte, es ist meine. Richtig. Ich liebe die Kämpfergilde und all ihre Mitglieder vielleicht zu sehr. Ich fürchte, meine Sorge um sie hat mich blind gegenüber dem gemacht. Was um mich herum vorgeht. Wenn ihr und Oren nicht wehrt, ich mag gar nicht daran denken. Nun müssen wir darüber sprechen, was ihr getan habt. Und welche Auswirkungen das Ganze auf eine mögliche Beförderung hat. Ja, dann erzähl doch mal. Wegen eures Verhaltens erkenne ich euch hiermit den Rang eines Meisters ab. Ihr wart rücksichtslos, töricht und eine Gefahr für euch und die Gilde. Aber eure Taten waren auch mutig und nötig. Aus diesem Grund ernenne ich euch mit sofortiger Wirkung zum Meister der Kämpfergilde. Die Gilde hat mich außen vor gelassen. Ihr seid die Zukunft. Nehmt eure Verantwortung ernst. Ich wünsche euch viel Glück. Ihr müsst immer noch viele Verpflichtungen erfüllen. Und das ist es. Wir haben es geschafft. Seht euch vor. Wir sind Meister. Ja. Wenn ich jetzt auf Pflichten klicke, sagt sie, sie hat keine Aufgaben mehr für mich. Ich muss mich selber kümmern. Nur mal so am Rande. Das ist es. Die Kämpfergilde hat sein Ende gefunden. Wir sind jetzt nicht nur fahrender Ritter. Das weißen hängt es. Wir sind nicht nur Bruder des tugendhaften Blutes. Wir sind nicht nur Ritterbruder bei den Klingen. Wir sind nicht nur Ehrenritter bei den Dornenorden. Wir sind nicht nur Syrettilmeister beim Drachenorden. Wir sind nicht nur Grand Champion der Arena. Wir sind nicht nur höchstpersönlich der Graufuchs der Diebesgilde. Sondern jetzt auch noch Meister der Kämpfergilde. Herzlichen Glückwunsch. Schön. 133 Tage Ingame vergangen. 107 rum. Rum. 107 rum nehme ich im Zweifel aber auch. GG. GG. Naja, technisch gesehen sind das ja keine Stimmungsschwankungen. Sondern nur realistisch. Eigentlich musst du jemanden degradieren. Der nicht so gehandelt hat wie es sein Auftrag war. Aber dann musst du ihn natürlich auch befördern. Weil er ungefähr die Apokalypse verhindert hat. Also von dem her macht das schon irgendeine Art und Weise Sinn. Und Oren wird jetzt im Übrigen mein stellvertretender Chef. Weil ich habe ja keine Zeit mich um die Diebesgilde, um die Kämpfergilde zu kümmern. Deswegen regelt der Kollege das jetzt dann. Wollte mir irgendeinen Ort für meine ganzen Pfeile geben. Was habe ich jetzt hier reingetan? Ah ja, die Dunkelfrostdinger. Das finde ich nämlich noch ganz witzig. Was war es das eigentlich? Wollte mir... Wollte mir die hier auf den Tisch stellen. So, als Andenken an die Questreihe. Nein, stell ich mir... Nein! Wollte ich mir hier... Eine Hilfsflasche hinstellen. Die Menschen zu Goblins macht. So. Halt ab's dann. Dann war 7 a.m. Das ist ein Ticken zu früh. Kauft euch ein Pferd, um schneller vorwärts zu kommen. Der Tipp ist aber auch nur für Plebs, ey. Huch! Haben die alle noch zu? Ne, der hat auch... Die anderen leeren lassen ich bei Aurain, ja. Da werden wir wohl nie wieder hinkommen. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Äh, Waren zeigen. Ne, ich möchte dir tatsächlich was verkaufen. Erstens mal das hier. Ein exzellentes Geschäft. Äh, zum anderen... Der Quatsch. Der Quatsch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ja, ja. Nimm den ganzen Quatsch einfach an. Das klingt nach einem... Was kann ich in der Kohle mehr machen? Stimmt, die Pfeile wollten wir noch. Das ist... Mir... Irgendwo horten. Diese ganzen besonderen Pfeile. Kommt. Ähm, ich glaube es ist eine Glasrüstung. Ich habe mittlerweile eine Glasrüstung gefunden, tatsächlich. So, meine Pfeile schmeiße ich jetzt hier rein. Ach, weißt du was? Den genehmige ich mir jetzt. So. Und die ganzen besonderen Pfeile schmeiße ich da jetzt rein. Ansonsten... Basta's wieder. Äh, es ist die beste... Die beste leichte Rüstung quasi, darfst du sagen. Nur besser wäre noch, äh, halt die schwere Rüstung. Die Dead-Rüstung. Aber da wir ja keine schwere Rüstung tragen, ist das quasi so gesehen die beste Rüstung, ja. Man kann auch nach, äh, über 60 Stunden da mal so die beste Rüstung mit besitzen. Das ist, glaube ich, völlig okay. Es hat eh irrsinnig lange gedauert. Bis die endlich mal gedroppt ist. Kann ich eigentlich die zwei Rollen hier ablegen? Kann ich nicht. Eigentlich bescheuert. Eigentlich bescheuert. Weil das ja kein Quest-Gegenstand in dem Sinne ist, weil die Quest besitze ich ja nicht mehr. So, das hier ist nämlich der legendäre, ein legendärer Zauberspruch, deswegen möchte ich den da haben. Die Dragon Age-Reihe werde ich vermutlich nicht machen, Mann. Es sei denn, sie wird irgendwann mal zur Wahl stehen beim Voting und sie wird mit klarem Abstand gewinnen. Einen wunderschönen guten Abend, Rusty. So. Dann würde ich sagen, ist es eigentlich soweit? Äh, die Hist sind mit dem Gildenmeister befördert. Wait, das ist eine aktive Quest? Shit. Shit. Shit, shit, shit. Fuck, hätte ich doch nochmal mit ihr weiterreden müssen. So, blühen wir mit Heavy-Armor auch broken wie ein Skyrim? Ist eigentlich völlig egal, was du hier für eine Rüstung trägst. Äh. Crap. Hätte doch noch weiter mit ihr reden müssen. Ich dachte, das ist egal. Gut, dass ich mir gemerkt habe, wo ihr Haus war. Hoffentlich ist sie da. Wenn sie nämlich jetzt gleich nicht da ist, habe ich ein Problem. Okay. Sie steht gerade auf. Viel praktisch. Alles klar, leben Sie wohl, Frau Danton. Frau Danton. Frau Danton. Ich, äh, habe die Ehre. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem guten Freund. Überbringen ihm die Nachricht. Der wird sich wahrscheinlich freuen. Vielleicht hat er da auch versucht, einen leeren Histsaft zu trinken. Ich weiß es noch nicht. Die, die, die Histsaft-Party bei ihm. Habt ihr mit Vilena gesprochen? Wie hat sie reagiert? Viel witziger finde ich ja das Bild im Hintergrund. Er hat ein Bild von sich gezeichnet, wie er den Argonia bedroht, den wir hierhin geschleppt haben. Habt ihr mit Vilena... Hat euch zum Gildenmeister gemacht? Erstaunlich. Ihr habt es euch verdient, obwohl mit euch wahrscheinlich alles den Bach runter geht. Also... Hallo, ey. Was macht ihr mit eurem neuen Rang? Ich... Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein. Ihr seht, wie gut meine Mahnereien geworden sind. Ja, genau. Ich bin ein alter Mann. Ich habe meine Zeit abgearbeitet. Andererseits... Muss euch jemand anleiten, dafür sorgen, dass ihr die Gilde nicht in unwiederbringliches Chaos stürzt. Dafür werde ich sorgen, Gildenmeister. Kommt einfach zu mir, wenn ihr der Gilde Verpflichtungen übertragen wollt. Ich sorge dafür, dass es erledigt wird. So, jetzt ist die Quest beendet. Nun, ihr gebt den Ton an. Ihr werdet keine Aufträge ausführen. Aber der Meister erhält stets einen Prozentsatz des monatlichen Gildeneinkommens. Sucht mich monatlich auf, um mir Befehle für den jeweiligen Monat zu erteilen. Ich werde sie dann ausführen. Wenn ich nicht von euch höre, führe ich die Befehle des vergangenen Monats aus. Ihr findet euer monatliches Gehalt in der Meistertruhe im Obergeschoss. Darin befinden sich auch Dinge, die wir für euch als nützlich erachten. Hier ist der Schlüssel. Also, Gildenmeister, wie lauten eure ersten Befehle? Mir fällt ich wurscht. Das ist gut. Wir verdienen immer noch ordentlich und werben nebenbei einige neue Rekruten an. Keine schlechte Strategie. Ein größeres Einkommen bedeutet mehr Gold in unser aller Taschen. Mehr Männer heißt, dass wir wahrscheinlich hier mehr Ersatzausrüstungsgegenstände haben werden. Okay. Schön. Schönen Tag. So, damit haben wir wieder nur drei. Das ist wunderbar. Und damit hat sich alles erledigt für uns. Wir brechen auf und fangen jetzt noch direkt mit der Marke-Gilde an. Da wir erstens erst halb elf haben und zweitens ich noch mindestens die Hälfte der Marke-Gilde heute schaffen möchte. Damit wir morgen den Marke-Gilde fertig machen können und zeitgleich den DLC anfangen. Das ist der Plan. So, und wir starten, indem wir erstmal zum falschen Haus laufen. Das war schon mal keine Absicht. Ich bin schon wieder zu weit gesprungen. Ich will nämlich... Da hin. Guten Tag. Oh boy. Hallo ihr. Seid ihr hier, um der Magier-Gilde beizutreten? Tee. Die Gilde nimmt immer neue Mitglieder auf. Ihr scheint fähig genug zu sein. Möchtet ihr wirklich beitreten? Aber klar. Sehr gut. Ihr seid nun ein Schüler der Magier-Gilde. Was für eine wundervolle Gelegenheit für euch. Freue mich. Denkt jetzt bitte daran, dass ihr Empfehlungen von jeder örtlichen Gildenhalle in Syrodil braucht, bevor ihr an die geheime Universität gehen könnt. Ich möchte behaupten, dass meine Meinung wichtiger ist als so manche andere, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ihr braucht trotzdem alle, um weiterzukommen. Viel Glück. Also es ist wie bei der, ähm, wie bei der, ähm, dem Vergelt im Endeffekt. So. Also ich möchte gleich in die geheime Universität. Naja. Alle wichtigen Leute der Gilde sind dort. Deswegen will ich da ja hin. Das Magier Traven lebt hier im Turm. Es ist ein fabelhafter Ort. Ihr solltet ihn euch eines Tages wirklich einmal ansehen. Ich selbst war dort schon viele Male. Die Kaiserstadt wäre ohne einfach nicht dieselbe. Vielleicht erhaltet ihr eines Tages die Gelegenheit, alles zu sehen, wenn ihr die richtigen Leute kennt. Alles klar. Dann empfehle mich doch direkt mal für die geheime Universität. Eine Empfehlung? Von mir? Natürlich! Raminos hört natürlich gern meine Meinung, nicht wahr? Aus dieser Situation können wir beide unsere Nutzen ziehen, Schüler. Ihr tut mir einen kleinen Gefallen? Dann sende ich gern eine äußerst warme Empfehlung. Wenn ihr Jaska finden könnt, schreibe ich die Empfehlung sofort. Wo ist denn Jaska? Er ist verschwunden! Oh nein! Ich meine, wirklich verschwunden. Niemand hier hat ihn in den letzten Tagen gesehen. Wola Naro meint, dass da ein Missgeschick bei einem geschehen ist. Wenn jemand vom Rat herkäme und erführe, dass er verschwunden ist, sehe das schlecht für mich aus. Das kann ich nicht zulassen. Sprecht mit den Magiern hier und seht, was ihr herausfinden könnt. Wenn ihr Jaska wieder erscheinen lassen könnt, bekommt ihr die Empfehlung. Alles klar, Chefin. Gildenmitglieder, die Zutritt zur Universität haben, können ihre eigenen Zaubersprüche erstellen. Ganz davon abgesehen, dass sie mit den wichtigsten Leuten in der Gilde reden können. Alles klar. Kommt bitte zu mir, sobald ihr Jaska gefunden habt. Ja, ich gebe mir Mühe. Dann müssen wir nach Anvil. Anvil kennen wir wie unsere Westentasche. Es wird jetzt genauso wie bei der Kämpfer-Gilde recht viel hin und her reisen sein. Ich kann mich auch gut wie gar nicht mehr an die Magegilde erinnern. Von dem her wird das für mich nochmal ganz interessant zu spielen. Aber Hauptsache, wir töten die Totenbeschwörer, weil da bin ich nämlich voll dahinter. Hallo Schüler, wenn ihr eine Empfehlung von mir wollt, müsst ihr einfach beweisen, dass ihr leistungsfähig seid und dabei bereit, etwas zu lernen. Ja, los geht's. Ich bin bereit. Los geht's. Im Gegensatz zu den zeitverschwendenden Aufgaben, die man euch in anderen Gildenhallen vielleicht gibt, ist dies eine ernste Sache mit Konsequenzen. Seid ihr bereit? Ja. Dann erlaubt mir, euch die Aufgabe zu erklären. Der Magierrat hat mich mit der Lösung eines Problems an der Goldstraße betraut. Mehrere reisende Kaufleute wurden in letzter Zeit entlang der Goldstraße tot aufgefunden und noch mehr sind vermisst. Der Rat fordert, dass dem ein Ende bereitet wird. Ihr werdet mir dabei helfen. Weiter. Wir glauben, die Morde sind das Werk eines abtrünnigen Magiers. Kampfmagier wurden zur Herberge zum Brinakreuz geschickt, da nur ein Aufenthalt dort allen Opfern gemeinsam war. Ihr müsst nach Norden zur Herberge zum Brinakreuz reisen und mit Arielle Girard reden. Sie wird euch weitere Anweisungen geben. Okay. Erzählen wir mehr über den diebischen Magier. Pei, pei. Dankeschön für den 21. Bald sind die zwei Jahre voll. Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man gute Unterhaltung hat. Touché. Manche Magier halten sich nicht an die Prinzipien der Gilde und praktizieren jenseits ihrer Grenzen. Viele geben nicht viel auf das Leben anderer. Die Frostbeulen, die an den Opfern in diesem Fall gefunden wurden, weisen darauf hin, dass ein Magier für ihren Tod verantwortlich war. Vermutlich nicht mehr als simpler Raub. Diese Schriftrollen sollten euch genügend Schutz vor Frostmagie geben, wenn ihr diesem abtrünnigen Magier wirklich begegnen solltet. Verwendet sie mit Bedacht. Ich fand es immer ein wenig schade, dass die Quests meistens ohne Magie zu lösen sind. Schwert und Schild führen dich hier auch ans Ziel, leider. Tatsächlich ist das richtig. Aber richtig schlimm war es in Skyrim. Denn da brauchst du auch nicht einen einzigen Zauberwirken. Und hier bei Oblivion hast du wenigstens das Gefühl von Magie-Quests. In Skyrim landest du am Ende doch nur in irgendwelchen Phaedra-Dremorischen Pipapo-Dungeons und clearst die. Hier hast du wenigstens noch das Gefühl, du machst das für eine Magier-Gilde. Bei Skyrim war das noch weniger der Fall. Aber es ist richtig, man braucht halt nie Magie. Lebt wohl. Sehr schade, ne? Okay, und Sparky. Mag Sparky nicht. Leider, leider, leider hat das nie irgendwelche Auswirkungen, ne? So, Frostschale hat sie mir gegeben. 30 Sekunden, 10% Frostschutz. Oh, cool, der Magier-Gilde, der klingt nie alle mal. Achso, ich habe jetzt gerade eine ganz andere Quest. Das, was ich eigentlich hier machen soll, ist ja... Achso, ne, ich brauche jetzt erstmal ihre Empfehlung. Moment, Brina Kreuz, ja, da waren wir ja schon. Das ist halt der Vorteil, wenn man die Gilden so spät macht, dann hat man diese ganzen Orte schon erkundet. Äh, Harlow, Ariel, Jurat. Seid gegrüßt, Fremder. Was kann ich für euch tun? Karahel hat euch geschickt, nicht wahr? Geht und sprecht mit Christoph. Nehmt ein Zimmer für die Nacht. Ich treffe euch dann auf eurem Zimmer. Wenn euch jemand fragt, seid ihr ein reisender Kaufmann, nichts weiter. Sagt niemandem etwas anderes. Nein, ich fürchte, ich kenne den Weg nach Chardinal nicht. Aber ich wünsche euch eine gute Reise. Entschuldigt mich nun. Die Ariel, diese süß... Einen wunderschönen guten Tag. Alter, ist die riesig. Eineinhalb Köpfe größer, Mann. Hallo? Was wollt ihr? Keine Ahnung, du guckst mich an. Auch ihr? Naja, auch ich. Willkommen in der Herberge zum Brennachkreuz. Möchtet ihr vielleicht etwas essen? Oder vielleicht ein Bett für die Nacht? Ne, du? Ich kann euch ein paar neue Sachen... Ne, du kannst mir leider nichts beibringen. Entschuldigung. Seid in dieser Herberge willkommen. Wenn ihr ein Zimmer wollt, sprecht mit Christoph. Lebt wohl. Gedeihen sie wohl. Naja, gut. Willkommen in... Lass... Ah ja, dachte ich mir. Hier reisen viele davon durch. Na gut. Sie reisten. In letzter Zeit nicht mehr so viele seit... Naja, ihr wisst schon. Die Morde. Ich spreche nicht viel darüber. Das ist schlecht fürs Geschäft. Wie auch immer. Wollt ihr ein Bett für die Nacht? Naja. Na gut. Die Betten sind oben. Auf der Rückseite der Herberge. Schlaft gut. Okay. Entschuldigt, aber sagtet ihr gerade, ihr wärt ein fahrender Händler? Wusstet ihr, die hat Dreck am Stecken, so wie die ausschaut. Ja. Ich bin ein fahrender Händler. Macht ihr euch keine Sorgen nach all den jüngsten Morden und alledem? Ich hätte solche Angst, wenn ich das wäre. Ich habe die Herberge seit Tagen nicht verlassen, nur um sicher zu gehen. Na gut. Passt auf euch auf. Na gut. Ich will nicht wieder von einem sinnlosen Tod hören. Viel Glück. Das war ein sehr seltsames Gespräch. Wir sollten in eurem Zimmer reden, wo wir unter uns sind. Nicht hier. Ariel wird mit mir im Zimmer reden. So, so. Was ist denn überhaupt mein Zimmer? Das hier? Na komm, Ariel. Ariel, ich habe eine Fackel dabei. Hallo. Wie ausgesperrt. So, Ariel. Warum was guckst du denn da so neckisch aufs Bett? Willst du mir jetzt einen Auftrag geben oder läuft das hier anders? Ja, guck mal, wie die mir hier an Grenzen ist. Also gut, es sollte sicher sein, hier zu reden. Wenn ihr hier geschlafen habt, müsst ihr auf der Goldstraße weiterreisen, ostwärts nach Quatsch. Ich werde euch mit einem weiteren Kampfmagier folgen. Versucht nicht, mit uns zu sprechen. Vertraut uns, wir werden euch schützen. Sollte dieser feige Magier euch gegenüber treten, zögert nicht, euch mit allen Mitteln zu wehren. Wenn der Magier sich zu erkennen gegeben hat, werden wir zu euch stoßen und die Sache schnell regeln. Schlaft nun ein wenig. Ihr müsst gut ausgeruht sein. Ja, kümmere dich doch. Weißt du, 12 Uhr 30 morgens. Ja, okay, dann schlafen wir mal gemütliche 8 Stunden. Ich habe in der Nacht in der Herberge zum Brina-Kreuz verbracht. Ich muss der goldenen Straße nach Quatsch folgen und mich vor allem in Acht nehmen. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ist die schon vorgegangen? Das sind Skälen noch. There we go. So, äh, Ariel ist schon vorgegangen. Dann gucken wir uns das mal an. Quatsch ist halt. Hallo Roland, Ruliant. Wir sollten lieber nicht miteinander reden. Achso, das ist der andere Kampfmagier, der sie begleitet. Naja, los geht's. Wir wenden jetzt mal voll krass unsere Frostschale an. Ach nee, da muss ich richtig zaubern, aber meint. Hallo. Oh, hallo. Naja, jetzt war so klar, dass sie direkt am Stecken hat. Ich fürchte, eure Reise endet hier, Reisender. War so klar. Ich nehme alles, was ihr bei euch tragt. Wenn ihr tot seid, natürlich erst. Ich hoffe, das ist mehr, als die letzten paar Kerle hatten. Tee waren eine echte Enttäuschung. Das war so klar. Zu spät gezaubert. Ich muss in Anvil mit Karahil sprechen. In Anvil mit Karahil. Und sie übernimmt, dass Chameleana besiegt worden ist. Die konnte ja auch einfach gar nix. Ich nehme mir ihren Schlüssel mal, ne? Danke. Ja, ging doch alles gut, Bruder. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's, Arielle? Lebt wohl. Tschüss. Diese Gespräche. Nee, alles cool. Alles glatt. Alles glatt gelaufen. Alles glatt gegangen. So, Karahil. Okay, beleuchtet. Ja, war ein netter, ne? Ist er gefunden worden? See, see. Ich hab sie getötet. Wissen ist der Schlüssel. Schade. Eine sie, sagt ihr. Und sie ist tot? Naja. Ariel und Roliant haben getan, was getan werden musste. Keine unschuldigen Toten mehr. Zumindest jetzt nicht. Ihr habt euch wacker geschlagen. Ich werde meine Empfehlung an Raminus senden. Wenn ich auch sagen muss, ich bezweifle, dass euch das am Ende viel nutzen wird. Es würde euch überraschen, wie schnell sie die kleinen Leute vergessen. Ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Ich werde hier ausgebildet. Erzmagier Traven hatte Recht, die Totenbeschwörer zu verbannen und Beschränkungen für die Aufnahme neuer Mitglieder in die Gilde einzuführen. Er hat uns gut gedient. Ja. Sie haben getan, was sie tun mussten. Also mussten sie zuschauen, weil du OP bist. Ja, OP jetzt nicht. Aber die hat halt keine Rüstung. Was erwartest du? Achso, ja, sie ist tot. Ich wollte das nur nochmal aktualisieren, weil offensichtlich ein paar Sachen buggy sind. Ich habe gehört, ihr konntet den Fluch von Haus Benirus aufheben und Lorgren Benirus für immer vernichten. Ja. Ich danke euch für die Erfüllung des Auftrags, den ich vor langer Zeit in Angriff genommen hatte. Ach, guck an. Diese gottlose Kunst wird die Bürger von Anvil nicht länger bedrohen. Gut gemacht. Wie witzig, dass Karahil das hätte gerne mal gemacht. Auf. Lel. Lebt wohl. Ja, lebt wohl. Ihr tut ja gerade so, als würden wir uns nie wiedersehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich sie wiedersehe. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Ähm. So, jetzt kommt die Gildengeschichte hier. Nee, ich plündere ihr Haus nicht. So, Bruma. Bin wieder da. Hochelfen, ne? Sind halt auch nicht die schönsten. Habt ihr Jaska schon gefunden? Äh, nee, aber ich habe eine Empfehlung. Wenn ich Jaska wiedersehen kann, schreibe ich euch... Ach, so eine Scheiße. Sie wollte ja die Empfehlung haben. Da war ja was. Ja, gut. Hallo. Wir alle verdanken euch unser Leben. Wie ich vernommen habe, hing die Schlacht in der Schwebe. Bis ihr diese schreckliche Maschine der Daedra zerstören konntet. Ich... Boah. Daurspruch kaufen. Was ist das denn so? Daedra's beschwören? Rüstet euch besser jetzt aus, bevor es zu spät ist. Last lindern. Feder für mich selber. Darke Lebenserkennung braucht kein Mensch. Überragende Wunden. Ach, zaubern ist einfach mehr in dem Spiel. Muss ich einfach sagen, ne? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Erstklassig Arschlecken, Alter. Schau dich mal an. Was ist denn daran erstklassig? Oh, doch den ganzen Shit könnte ich schon kaufen. Nee, lass mal stecken. Wir müssen mal vorwärts kommen jetzt. Hört zu. Ich mag euch ja, aber ich will da wirklich nicht hineingeraten. Wenn Wulanaro und Jaska ihren Spaß haben wollen, gut. Ich nehme daran nicht teil. Und ich sage kein Wort mehr darüber. Sprecht sie darauf an. Hört zu. Ich... Auch ihr. So, Schlüssel mit Magelgilde geöffnet. Ach so, das ist einfach nur ein Raum. Okay, ist klar. So, mal gucken wir mal in die Wohngemächer. Hallo. Es ist mir eine Ehre, mit dem Helden der Schlacht von Bruma zu sprechen. So. Was kann ich für euch tun? Sag mal, wo Jaska ist. Ihr sucht Jaska? Na gut, ich glaube, da kann ich euch helfen. Aber ihr müsst mir erst versprechen, dass ihr etwas für mich tun werdet. Und was auch immer ihr tut, ihr dürft es Jan nicht erzählen. In Ordnung. Okay, um was geht's? Das ist die richtige Einstellung. Ihr helft mir, einen kleinen Streich zu spielen und ich helfe euch, Jaska zu finden. Okay, und ein Streich. Hey, wirklich, es wird euch gefallen. Ich bringe euch einen Aufsperrzauber bei. Ihr müsst Jans Schreibtisch öffnen und mir ihr Zauberei-Handbuch bringen. Verstanden? Ihr Zimmer ist im Obergeschoss. Sorgt dafür, dass euch niemand sieht. Wenn ihr das für mich tut, werde ich dafür sorgen, dass ihr Jaska finden könnt. Uff, das klingt nicht gut. Und warum wollen wir was von Jan klauen? Bei allem gebührenden Respekt für unsere wunderbare Anführerin. Sie könnte sich nicht mal aus einer Papiertüte herauszaubern. Es ist eine Beleidigung, dass wir hier für sie arbeiten müssen, wo sie doch nichts weiß. Sie hat es geschafft, sich bei den richtigen Leuten genügend einzuschmeicheln, um ihre Position zu halten. Und wir können wenig dagegen tun. Aber wir haben unsere Art, mit der Situation umzugehen. Meine Frage, wieso sitzt du mitten im Spiel? Spiel und Text. Naja, weil wir Ohren haben. Weil wenn ich da sitze, heult jemand rum, dass ich über mein Leben sitze. Wenn ich in der Mitte sitze, heult jemand, dass ich über den Text sitze. Also, Endeffekt, immer heult irgendwer. So. Haben wir das geklärt. Ich muss jetzt böse Dinge tun. Ich muss bei unserer Anführerin einbrechen. Das mache ich nicht freiwillig. Facecam aus. Tolle Idee. Könnte ich nebenbei was essen. Das ist ihr Schreibtisch? Sehr leicht. Okay. Dafür brauchte ich jetzt keinen Zauber. Aber ich hätte jetzt einen, wenn ich wollte. Darüber darf man heulen, Sora. Ich akzeptiere es. Habt ihr den kleinen Streich schon gespielt? Äh, ja. Wie sehr habt ihr, Schansbuch? Nun gut, ich nehme es nun an mich. Trefft mich zur zehnten Abendstunde hier in den Wohngemächer. Uff, und zehnte Abendstunde. Also in eineinhalb. Oh, Juska, da war er. Ich bin gerade gegen Juska gelaufen. Er war unsichtbar. Ich bin gerade irgendwie gegen Juska gelaufen. Ihr seht's, hi. Juska? Damn, man sieht Juska ja wirklich gar nicht. Holy shit. Doch, da ist er. Holy shit, Alter. Hat der Chameleon 100 oder was? Jesus Christ. Hey, ihr seht genau wie euer Denkmal aus. Was kann ich für euch tun? Ich hab gar kein Denkmal. Jetzt sag mir, wo... Also ich weiß, wo er ist, aber... Das war eine gute Idee, nicht wahr? Ich frage mich, wie lange sie danach suchen wird. Darauf kommt sie in Wochen nicht. Ah, in Zeiten wie diesen genieße ich wirklich, was ich tue. Alles klar, würdest du mir jetzt... Oh, ist das noch nicht 10, wahr? Alles klar. Musst du kurz 10 Sekunden warten. Oder auch länger. Seid gegrüßt, Kajit. Heiner? Gruß euch. Ich fühle mich geehrt, mit dem Meister von Cyrodiil zu sprechen. Was benötigt ihr? Jetzt sag mal, wo der Typ ist. Schönen Tag. Du musst nach 22 Uhr in den Vor... Wow, 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 wow. Nach 22 Uhr... Oh. Ist erst 8. Ups. Es ist... Auf Wiedersehen. Ups. Es ist erst 8. Na, hallo, Jen. Es tut mir leid, dass ich was geklaut habe. Seid ihr bereit, Jaska zu suchen? Ne, ich hab ihn schon gefunden, aber okay. Lull. Hallo, Jaska. Hallo. Ich habe gehört, dass ihr nach mir sucht. Scheid mir bitte nicht böse. Wir haben uns nur einen Spaß gemacht. Wir waren es einfach leid, wie Jeanne ihre Position uns gegenüber herausgekehrt hat, wo sie doch fast nichts über Magie weiß. Hin und wieder spielen wir ihr gern einen Streich. Wir dachten uns, es sei an der Zeit, einen neuen Streich auszuprobieren. Dieser wurde ohnehin allmählich langweilig. Ihr könnt ihr also sagen, dass ihr mich gefunden habt. Fantastisch. Aber was habt ihr denn gegen Jeanne, außer dass sie nicht zaubern kann? Ich werde es nie müde, neue Wege zu finden, sie zu verwirren. Außerdem können wir unsere Fähigkeiten so üben. Aber in erster Linie ist es einfach nur witzig. Naja, es war witzig. Ich sollte mir allmählich etwas Neues ausdenken. Vermutlich, Leute. Vermutlich. So, Jeanne. Euer Schritt wird... Habt ihr Jaska schon gefunden? Ja, steht genau hinter der Tür. Ihr habt ihn also gefunden? Nun ja, das ist sicher nicht schlecht. Ihr müsst mir vergeben. Ich scheine etwas verlegt zu haben. Hm, ja nun, messen wir denen keine Bedeutung bei. Ihr habt aber euren Teil des Handels erfüllt. Also erfülle ich jetzt meinen. Raminos soll meine Empfehlung erhalten. Und vergesst mich nicht, wenn ihr eure Ausbildung abgeschlossen habt. Ich bin sicher, wir können einander helfen. Ja, so siehst du aus. Willst wahrscheinlich nur meine... Schönen Tag. Willst wahrscheinlich nur meine... Meine Skills ausnutzen. So. Dann müssen wir uns noch in Schardinal eine... Eine Empfehlung holen. Weil die Mager-Gilde, da kommt halt nicht jeder Plep rein, ne? Da muss man vorher Leistung bringen. Ah, guten Abend. Jemand da? Ganz Schardinal steht in eurer Schuld, Freund. Das Oblivion-Tor ließ uns in Angst leben. Das wäre dann Falkars Verantwortung. Ah, Falkar. Wo ist er denn? Falkar schläft? Ne, Falkar schläft nicht. Falkar schläft. Wo ist Falkar? Wo ist Falkar im Keller? Hallo. Das ist nicht Falkar? Äh... Falkar? Ah, hier sind die Quartiere. LOL! Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich muss mich verarschen. Das heißt, ich muss warten, bis er geschlafen hat, oder was? Und rauskommt? Ja, moin, Alter. Kann ich hier schlafen wenigstens? Das ist unmöglich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hm, was ist denn Zauber? Hat es mir hier gerade gegeben? Auftrieb Unterwasseratmung und Feder Unterwasseratmung, hm? Ja, weil man in den Brunnen fällt und stirbt, wa? Ich kann den Zauber gar nicht nutzen Gucken wir mal, was passiert Ich hab Notfallswasser aber ja mit Unterwasser Okay, Wittcon ist tot Er hat den Ring der Bird Er hat den Ring der Bird Das ist was anderes Ich hab den Ring des Müsals gefunden Ah, okay Alles klar Hier ist noch der Nirnwurz Und that's it Na, guck mal Wir waren schnell genug Wollte der uns also in den Tod schicken, hm? Das sind bei derbei coole Quests gerade Okay, und sie säuft sich ein hinter die Binde Hat vom Kreativitätslevel, äh, Morrowind-Niveau Ich fürchte, in eurer Abwesenheit ist einiges passiert, Schüler Das kann Auswirkungen auf eure Empfehlung haben Ich war drei Minuten weg Nicht mal Er ist tot? Oh, ich habe es geahnt Ich wusste einfach, dass so etwas passiert war Falkar muss es gewusst und nichts davon gesagt Wie konnte er das zulassen? Danke, dass ihr mir Bescheid gegeben habt Es tut mir leid, dass ihr in diese Angelegenheit verwickelt wurdet Was ist denn mit dem Ring der Mühsel jetzt? Was ist denn an dem so schlimm? Ring der Bürde Hat gar keinen Effekt Ich fürchte Oh, lasst es einfach irgendwo liegen Ich glaube, es war ihm nicht besonders wichtig Ich glaube, das war nur eine Art schlechter Witz von ihm Okay, und alle in der Markegelde machen nur irgendwelche Scherze Ich gebe zu, das war ich Ich konnte die Sache nicht auf sich beruhen lassen Und nachdem ihr weg wart, um den Ring zu holen Na ja Ich kann einfach nicht mehr ertragen, wie wir alle von Falkar behandelt werden Ich habe mir Sorgen um euch gemacht Und habe mich über Witkun geärgert Also habe ich Falkar direkt konfrontiert Er war wütend, als ich ihm gesagt habe, dass ich euch geholfen hatte Und als ich drohte, ihm den Magierrat zu melden Dachte ich, er würde mich umbringen Er wurde so wütend Ich habe nicht mal all sein Gebrüll verstanden Aber er sagte, unsere Tage seien gezählt und stirnte davon Ich weiß nicht, ob er eure Empfehlung jemals geschrieben hat Ich bedauere Ich habe nicht gedacht, dass so etwas passieren könnte Vielleicht solltet ihr nachsehen, ob er eine geschrieben hat Ihr solltet in seinem Raum im Wohnbereich nachsehen Wenn ihr die Notiz seht Oder sonst etwas Ungewöhnliches Lasst es mich wissen Ich werde es gerne an den Rat senden Alles klar, machen wir es so Wiedersehen Ne, tatsächlich Er hatte schon recht Er ist nicht 150 wert Er ist nämlich gar nichts wert Sondern der Ring der Brüder wiegt 150 Deswegen hat man das hier storytechnisch so verkauft Dass der Schüler gestorben ist Weil er sollte einen Ring holen, der 150 Kilo wiegt Und als er den 150 Kilo Ring angezogen hat Wurde er nach unten gezogen Und konnte nicht mehr auftauchen Verstehst du? Deswegen hat er ihn in den Tod geschickt Weil der Typ wusste Dass wenn er das macht Und er den Ring nimmt Dann wird er sterben Weil er nicht mehr auftauchen kann Darum geht es Das war quasi Die Geschichte dieser Story Und das ist eine ziemlich gute Story Das sollte halt ein Scherz sein Halt ein Kack-Scherz Trank der Feder Welche Ironie Ui Zwei schwarze Seelenstelle Da packe ich mal zu Es gibt keine Hinweise Auf eine Empfehlung In Falcarskotieren Aber ich habe schwarze Seelenstelle gefunden Ach das findet er interessant Ich habe jetzt mittlerweile sogar vier davon Also mit den zwei Die ich gerade offensichtlich entwendet habe Was ist das? Schwarze Seelensteine? Oh Das ist schlimmer als ich dachte In Ordnung Ich nehme euch die ab Ich werde sie für meinen Bericht vor dem Rat brauchen Und Habt ihr keine Empfehlung bekommen? Sehr gut Ich werde selbst eine schreiben Und sie in meinen Bericht für den Rat aufnehmen In Anbetracht der Umstände glaube ich Dass das als mehr als ausreichend angesehen werden wird Vielen Dank Dankeschön Auch dir Auch du Den Ring der Bürde würde ich natürlich super gerne Als andenken Für diese Questreihe In meine Villa legen 150 Kilo wollen wir natürlich nicht rumtragen Aber wie sie auch schon gesagt hat Schmeiß ihn einfach irgendwo hin Wir schmeißen ihn aber nicht irgendwo hin Wir schmeißen ihn in unser In unsere Ringschatulle In unseren Schaukasten Da gehört er nämlich hin Da ist er Der 150 Kilo Ring Wunderbar Ich sollte vielleicht mal meine Handschuhe reparieren Bei Zeiten Oh mein Glas Langschwert auch Muss man eine Menge reparieren gehen Hier ist das Maria Aber offensichtlich nicht jetzt So Nächste Empfehlung Wäre In Koroll Manche sagen Dass gewisse Mitglieder der Diebesgilde Geraubte Gegenstände kaufen Oder auch Was habt ihr denn Schön Einfach schön Apropos Magiergilde Vier Gilden glaube ich Also vier Orte haben wir noch Meine ich Hallo Hallo Ich bin Casta Scribonia Die Schriftstellerin Autoren von Frauen am Rande des Wahnsinns Das klingt nach einem tollen Buch Seid gegrüßt Champion Ich stehe zu euren Diensten I love Blazing Moin moin Seht euch vor Wo ist denn eure Chefin Oder Chef Hier haben wir eine Bibliothek Vielleicht ein Pen C Hallo Das ist nicht der Chef So sieht der nicht aus Das sieht nicht aus wie ein Chef Sorry dass ich dich geweckt habe Ist da so ein Kackbuch drin Halt auf Hallo Chef Was ist los Schüler Benötigt ihr etwas Ja klar eine Empfehlung Ich fürchte ich kann euch Nicht einfach so eine schreiben Das wäre gegen alle Regeln Versteht ihr Wenn ihr vielleicht Eine Kleinigkeit Bezüglich Ea Rana Klären könntet Würdet ihr eure Loyalität Der Gilde gegenüber beweisen Und meine Empfehlung Verdienen Was denn mit Ea Rana Sie und ich Sind schon seit ewigen Zeiten Zerstritten Sie kümmert sich nicht Um die Regeln der Gilde Und sie glaubt irrtümlicherweise Dass ich meine Macht missbrauche Ich habe gesehen Dass sie in der Stadt ist Sie ist zwar noch nicht Zu mir gekommen Aber ich weiß Dass sie etwas will Ich möchte Dass ihr herausfindet Was sie will Findet heraus Was sie will Und wie wir sie loswerden können Ich will sie hier nicht sehen Sie verbreitet nur Lügen Okay Und nur Lügen Beallt euch Ja jetzt hetzt doch nicht so Ich muss erst mal rausfinden Wo sich die Tante befindet So die Mädels hätten mir schon helfen können Aber die sind gerade alle rausgestürmt Als ich reinkam Gehen nicht davon aus Dass sie wieder da sind Aber Vielleicht laufen sie ja Hier hinten noch von Nee Ich brauche euch nicht Okay Sie ist gerade nach Hause gegangen Gerade zu Hause angekommen Tut mir leid Aber da muss ich jetzt rein Ah ja Sie ist zur grauen Stute gegangen Wahrscheinlich trinkt sie sich jetzt ein Oder pennt die in der grauen Stute Nö hier ist sie Hallo Wie geht es euch Ah ja Ihr seid ein Magier der Gilde Nicht wahr Ja Anders als die anderen Ja ja Das ist gut Ja ja Da ist eine Kleinigkeit Bei der ihr mir behilflich sein könnt Nichts was den Einsatz eurer Gilde lohnen würde Versichere ich euch Am besten behalten wir es für uns in Ordnung Also Was sagt ihr? Ja klar Hervorragend Hervorragend Es ist wirklich nicht schwer Ihr müsst mir lediglich ein Buch beschaffen Das Buch heißt Finger des Berges Für euch wäre es nutzlos Ihr könntet es nicht einmal lesen Ich hingegen schon Und ich würde es auch gerne lesen Ihr findet es in einer alten Ruine namens Wolkenhöhe Sie befindet sich nördlich von Koroll Oben in den Bergen Wo genau, weiß ich leider nicht Bringt es mir sofort zurück, wenn ihr es habt Sagt Ticeos oder anderen Mitgliedern der Gilde nichts davon Ich werde euch für eure Mühe gut belohnen Alles klar Irgendwas sagt mir, dass der Lohn nicht so gut ist Aber hey Ich muss Ticeos davon Ach, ich muss es ihm echt melden Oh, okay Ich dachte, ich hole das Buch jetzt einfach Ne, tatsächlich meldet man das Ne, wir müssen sie deswegen ja nicht gleich töten Kurz Kurz ist bei der Weih nicht der Boots Hallo Ich verwechsel Kurz bleibt und lebt Äh Ein bisschen favorant hier die Marke-Gilde Aufstehen Koroll kann euretwegen wieder freier atmen Wir stehen alle in eurer Schuld Richtig Also passt auf Was hat es mit dem Finger des Berges auf sich? Was? Es existiert nicht nur? Sondern sie weiß auch, wo es ist? Also das ist inakzeptabel Das Buch muss von der Gilde sicher verwahrt werden Ich hoffe, dass ihr als Mitglied der Gilde das Richtige tun und diesen Text sicherstellen werdet Noch bevor ihr Arana dies gelingt Verstanden? Ja Ignoriert ihre Bitte Geht an den Ort, den sie beschrieben hat Und kommt mit dem Buch zurück Das ist viel wichtiger als so ein lächerlicher Strahl Solltet ihr es suchen gehen Hoffe ich doch, dass ihr es dann nur hierher bringen wolltet Ja, natürlich Hast du es geschafft, Beckus Ja Zwei Stunden Kindergarten Auf jeden Fall Ich musste vier Stunden daran arbeiten Weil mein Kindergarten ab 99% verpackt war Tja Kennen sie nie Glück Off Das ist am Arsch der Welt Immerhin haben wir einen guten Point Im Porten Off Kommt man da überhaupt hoch? Ich stimme wieder mitten in der Nacht für so eine scheiß Reise los Dass ich auch nie ja nicht sehe, wo ich hinlaufe Das sieht nach einem Weg aus Lopea 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 So, Wolkenspitze. Huch, verkohlte Überreste. Finger des Berges. Mensch. Ich habe das Buch mit dem Titel Finger des Berges gefunden. Ich muss es entweder Arena bringen oder... Äh, Tichius. Ja. Kann ich das wirklich nicht lesen? Oh ja, tatsächlich nicht. Okay. Tja. Das werden wir ja wohl kaum ihr bringen. Aber ich möchte wissen, was passiert, wenn ich es ihr bringe. Ja. Das würde ich doch zumindest gerne wissen. Tja. 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 Ah-hah. Gut, dass ich das lese. Da passiert nämlich was echt cooles. Da passiert tatsächlich was sehr cooles. Wir geben das Buch nämlich jetzt tatsächlich nicht dem Typen in der Marke-Gelde. Surprise, surprise. Das Finger des Berges Buch birgt nämlich echt coole Geheimnisse. Was habt ihr für Neuigkeiten? Was habt ihr für Neuigkeiten? Ja, weil die auch nicht jetzt. Na, wenn das nicht mein kleiner Helfer ist. Habt ihr das Buch schon für mich geholt? In der Tat. Ach, wunderbar. Gebt es mir schnell, damit ich mich an die Übersetzung machen kann. Es wird eine Weile dauern. Kommt morgen wieder. Ihr findet mich in der grauen Stute, bis ich meine Arbeit beendet habe. Stört mich jedoch nicht, bis ich fertig bin. Dies ist keine leichte Aufgabe, versteht ihr? Na klar. So, damit wir uns schon mal ausrüsten. Jetzt kommt nämlich Finger des Berges Teil 2. Diese Quest würde man nicht kriegen, weil ich das sofort Tykus gebe, by the way. Jetzt muss ich gucken. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Da habe ich kein Shit. Bin ich immer alle verkauft, ne? Dreck. Dreck. Muss ich mal eben kurz 24 Stunden pennen, währenddessen kurz Pause. Ich hoffe sehr, dass das jetzt wirklich nur 24 Ingame Stunden dauert und nicht die Pseudo 24 Stunden wie beim Fremden, was dann eigentlich sieben Tage waren. Ja, es ähm... Ich hätte gehofft, ich habe hier eine ganz gewisse Sache, aber... Habe ich leider nicht. Das heißt, es wird nicht ganz so super einfach, wie mir lieb gewesen wäre, aber... Das ist halt jetzt so. Gucken wir mal, ob wir es trotzdem einigermaßen schnell hinkriegen. Wie gesagt, man hätte die Quest schon längst abgeben können, man hätte die Empfehlung bekommen, wäre fertig gewesen. Aber... Es ist halt doch recht cool, was sich hier noch ergibt. Astasino! Wir haben quasi gerade mit dem Magier angefangen. Ja. Ich hoffe, sie ist fertig. Hallo, mein kleiner Freund. Gut. Ich habe etwas, was euch interessieren könnte. Ich habe den Großteil des Buches auswendig gelernt, aber ich habe auch eine Stelle kopiert, die euch vielleicht nutzen könnte. Es enthält Anleitungen zum Erwerb einer ganz besonderen Macht. Ihr solltet es sorgfältig lesen und dann nach Wolkenhöhe zurückbringen. Ich finde, das ist eine großzügige Belohnung für eure Hilfe. Ihr stimmt mir sicher zu. Ihr müsst nur vorsichtig sein. So, jetzt müssen wir das nämlich lesen. Also, mein lieber Helfer, der größte Teil des Textes, den ihr mir gegeben habt, übersteigt euer Verständnis bei weitem, fürchte ich. Ich habe jedoch einen Abschnitt gefunden, der von den Wachen der Kaiserlichen Garde angehängt wurde und ihre Notizen werden euch für Nutzen sein. Geht zu den Ruinen von Wolkenhöhe zurück. Dort haltet ihr Ausschau nach einem Säulensegment, das sich von einer Erscheinung her stark vom übrigen Mauerwerk unterscheidet. Die Muster auf dieser Säule wurden von den Alleiden angekerbt und die Säule ist mit beachtlicher Kraft aufgeladen. Die folgenden auf die Seitenrenner des Buches gegritzelten Notizen stammen vermutlich von denselben Männern, die die Säule von ihrem ursprünglichen Ausstellungsort entfernt haben. Die Zeichen sind an einigen Stellen verschmiert, daher ist nur das enthalten, was ich entziffern konnte. Beachtet bitte, dass dies recht gefällig klingt und trefft alle Vorsichtsmaßnahmen, die ihr für notwendig haltet. Scheint nur im Freien zu funktionieren, wo er stark auf Magie reagiert, schreckliche Macht, die dazu fähig ist, einen Mann auf der Stelle zu erschlagen, brachten den Stein an einen sicheren Ort, um ihn näher zu untersuchen. Magier der Gilde hinzugezogen, ähm, ja, um die Kraft des Steins zu bündeln. Mehrere schwerverletzte Steine schließlich darauf eingestellt, auf Schockzauber zu reagieren. Welken Stein notwendig, um des Steines Kraft nutzbar zu machen? Der Anwender muss ihn in seinen Besitz haben oder den unverzüglichen Tod riskieren. Erfolg bedeutet den Erwerb von Schockkräften, die durch kein anderen Mittel erreichbar wären. Diese Notizen und den Originalentschriften der Erleiden lässt sich entnehmen, dass unsere kaiserlichen Freunde versuchten, die magischen Kräfte der Erleiden teilweise zu beherrschen mit mäßigem Erfolg. Ich schlage vor, dass ihr euch einen Welkenstein beschafft, eine Suche in den Ruinen der Erleiden ist wahrscheinlich die schnellste Methode einzuerwerben und nach Wolkenhöhe zurückzukehren, wo ihr die Säule mit einem Schockzauber belegt. Was dann geschieht, werdet ihr vermutlich selbst begreifen können? Durch Hunger! Das ist halt ziemlich kacke, weil ich jetzt in eine Ruine erst gehen muss. Ähm... Ich weiß nicht, ob die Dinger nachspawnen, actually. Sonst muss ich in eine gehen, in der ich noch nicht war. Gucken, ob die nachspawnen. Oder ob alles Forever Lost ist. Also Gegner spawnen nach. Ach, du heilige Scheiße. Kann das auch so überleben manchmal. Interessant. Was wäre ja eigentlich schön gewesen, wenn wir jetzt einfach schnell so einen Stein finden würden. Aber wie gesagt, hier sollten alle von mir gelootet sein. Ich hatte, glaube ich, eine einzige Höhle, glaube ich. Hatten wir keine mehr gelootet, weil ich gesagt habe, es lohnt sich nicht mehr. Aber welche das jetzt war. Einfrau, grüß dich. Das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Shit. wie weit wir mittlerweile sind. 70? 50? Okay, und immer mehr Leute mit Unsichtbarkeit zaubern. Wo ist der Typ? Da hinten. Interesting. Ja, ich glaube, der kämpft immer noch mit Goblins. Ne, mit einem Spriggan und mit einem Bär. Wir haben das Leben beendet. So, das heißt, was ich machen könnte, danke Leute, danke. Ich könnte, könnte ich glaube, in Telepe. Habe ich die nicht alle gelootet? Wäre halt schon cool, die Quest richtig zu machen und nicht irgendwie auf Glück zu... Alter, wie sie sich alle unsichtbar machen. Der drischert euch. Mega nervig. Schwarzbogenbandit. Schwarzbogenbandit. Heiner? Alle Malte. Pelcher Brustharnisch. Wow. Auch nicht scheiße. Hier liegen ja mittlerweile echt nice Sachen rum. Guck mal, das waren die, die ich mal vor langer Zeit getötet habe. Da ist irgendein Dude mal nachgespawnt. Wer schreit denn da so rum? Ach, Telepe war nur das Versteck hier. Ja, never mind. Ne, da habe ich mich völlig verschätzt. Da habe ich... Scheiße. Jetzt bin ich hier schon wieder den Kampf. Da schießt wer auf... Da ist... Was zum... Wer schießt da auf mich? Da oben? Ja, ja, Dragon, das ist mir eigentlich relativ bewusst, dass ich das überleben soll. Aber es wäre halt einfach cool, wenn wir das wirklich so machen, wie es die Quest verlangt. Verlangen würde. Weil es halt irgendwie Sinn der Sache ist, aber... Bevor ich jetzt ewig rumsuche, machen wir es so. We will see. Normalerweise sollten wir es überleben, weil es ja einer der ersten Quests ist. Also von dem her... Also von dem her müssten wir mal gucken. Wir brauchen... einen Blitzzauber dafür. Ich hoffe, der geht. Ich hoffe, Schockberührung funktioniert. Nach was sollte ich ausschalten? Können wir einfach von dem Mittelteil hier? Ah, nee. Warte mal. Können wir nicht davon? Eigentlich schon. Funktioniert meine Berührung nicht? Muss es ein richtiger Schockzauber sein und nicht nur eine Berührung? Shit. Ich dachte, das wäre egal. Habe ich noch einen Blitzstab zufälligerweise irgendwo rumkriechen? Im Anwildhaus oder so? Ich habe hier irgendwo noch eine Truhe mit vielen Stäben oder hatte ich die alle verkauft? Schockschaden an Schlag. Aber ich muss ein Zauber wirken, ne? Also Schlag wird auch nicht funktionieren, oder? Ich glaube, hier nehme ich auch Schockschaden mit Blitz und so. Ich dachte, jetzt an sowas starb, aber offensichtlich besitze ich keinen mehr. Shit. im Zweifel muss ich wirklich einen Zauber kaufen. Also einen richtigen einen. Guckt gleich mal, ob es die hier in der Marke gelte einen verkaufen. Müsste. Nee, sie nicht. Ja, auch nicht. Ja. Blitzschlag macht Feuerschaden? What the fuck? So viel dazu. Ach, willst du mich verarschen? Wow. Wow. Okay. Passt auf. Nichts mit Einfamilie beibringen. Was hast du? Haltet eure Magieausrüstung immer auf. Ich kann ja mal Geld dafür ausgeben, Lull. Machst du dasselbe wie der andere? Nee. Aber auch nur Mist. Ja, auf so was bist du halt nicht vorbereitet. Müsste den den Zauber doch mindestens da kaufen können, wo die Quest herkommt. Also Koroll. Ich meine, den da sogar gelesen zu haben, aber müsste ich hundertprozentig nur mal jetzt aus Gründen das Claymore das Blitzschaden macht, würde hier auch nicht funktionieren. Ja. Eigentlich ist das sehr enttäuschend, dass diese Blitzzauber nicht funktioniert. Okay, zurück noch Koroll. Ich dachte, ich würde das schnell erledigen können, deswegen habe ich das angenommen. Jetzt zieht sie es auch wieder. Ja. Gucken wir mal. Die mir einen hier verkaufen. Oder hat die Tante, die die Quest gegeben hat, das sogar gemacht? Ja. Quasi so höchstpersönlich. Ja, die müssten alle pennen. Hat der Chef so einen Zauber? Was wollt ihr? Nee. Verkaufst du mit Zauber? Nope. Verkaufst du mit Zauber? Alter, was ist denn das für eine Magigilde? Kein Magig, der irgendwas verkauft. Alles klar. Belastend. Ich kann ja echt nur gucken, ob sie mir den selber verkauft. Wo war sie? In der Stute, oder? Ansonsten gucke ich in der Kaiserstadt, Ich habe... Naja, sie verkauft mir auch nicht. Okay. Nee, Dirk, ich glaube, das ist egal. Okay. Kaiserstadt, bei der Universität oder verkauft das einer der Händler? Darf die Universität mir überhaupt Sachen verkaufen? ist halt keiner da um die Uhrzeit. Ah, Edgar Sparzauber. I remember this. Das war der Typ im Handelsding. Ja, 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 ja. Ich glaube, der war rechts von mir, wenn ich hier lande. Tag, genau. Im Zweifel der Stabtyp. Edgar! Schönen Tag. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Serodil. Er hat Eis, er hat Feuer, er hat keinen Blitz. Was für ein Müll. Absolut unlucky. Auch ihr. Absolut unlucky. war mir du was? Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Der macht Schockschaden. Die Apotheose. Ich kann euch aber nicht sagen, ob das damit klappt. Aber hey. Ich denke mal, wir probieren es aus, oder? Wiedersehen. Eine andere Wahl haben wir gerade nicht. die Apotheose. Auf Wiedersehen. Schauen wir mal. Ja. Ach, ich bin ein Neow. Musst ihn wirklich selber wirken. Wow. Wow. Dann gucken wir mal einen Skin gerade Irgendeiner wird irgendwie so einen Scheiß Zauber verkaufen Richtig Unlucky, ich sag's euch Ich bin ganz Gipfelnebelhof, interessant Na dann schauen wir mal Hier müssen wir ja sowieso auch noch eine Empfehlung machen Können wir die gleich annehmen Hallo Danke So, können wir uns beibringen? Nein, Blitzschlag Warum heißt Blitzschlag Feuerschaden? Das ergibt keinen Sinn Hier, Funke There we go Danke Wäre Geburt Ich brauch eine Empfehlung Okay Auch ihr Adrien Findet ihr nicht, dass es seit Ertors Verschwinden hier ruhiger geworden ist? In der Tat Habt ihr gehört, dass Falca die Gilde verlassen hat? Ich glaube, Dezan hat Ich gehe davon aus, dass ihr einen guten Grund dafür habt, mich zu unterbrechen See Ich fürchte, ich habe darüber nicht viel nachgedacht Ich habe ziemlich viel zu tun, versteht ihr? Meine Forschung nimmt fast all meine Zeit in Anspruch Wenn ich da jetzt so dran denke, habe ich ein kleines Problem bezüglich Ertor Er ist einer der Gilde-Magier hier Meint ihr, ihr könnt da etwas tun? Ja Hervorragend Ich habe einfach keine Zeit, ihn schon wieder zu suchen Aber ich muss ihn nach Notizen fragen, die er ausgeliehen hat Ihr könnt ja herumfragen und sehen, ob euch jemand helfen kann Lasst mich wissen, wenn er zurück ist Dann bekommt ihr eure Empfehlung Klar Er ist, naja, er ist ein interessanter Bursche Solinus Vassinus kann euch mehr über ihn erzählen, wenn ihr das möchtet Solinus sollte hier irgendwo sein Sprecht mit ihm, wenn ihr mehr über Ertor erfahren wollt Naja, sagen wir es so Sagt Ertor, er soll zu mir kommen, wenn er zurück ist, Schüler Was ist los, Schüler? Äh Mit dem muss ich verhindern Ich habe gehört, dass Adrien euch vor eine ganz nette Aufgabe gestellt hat Ganz nett Erzähl mir mal was über Ertor Ein netter Kerl, glaube ich Aber da gab es letztes Jahr diese schreckliche Sache mit einem Skamp Damals hat Adrien ihm gesagt, dass er anderswo seine Zauberkunst ausüben müsse Anderswo sollte dabei ganz weit weg heißen Also hat er sich in der kahlen Sandbankhöhle niedergelassen Hat dort gearbeitet und ist zweimal die Woche in die Stadt gekommen In letzter Zeit ist er aber nicht mehr da gewesen Okay, und wo ist diese Kahlen Sandbankhöhle? Oh, ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wo das ist Wie schade Ja, toll, wie schade, danke Ich bin hier, um zu helfen Vielleicht weißt du das? Es ist gleich westlich von Skingrad Hier, seht ihr es auf der Karte? Dahin hat es Ertor verschlagen Nachdem Adrien ihm gesagt hat, dass er nicht mehr in der Gildenhalle praktizieren darf Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal mehr daran Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich daran erinnert Besonders daran, dass es ihre Idee war Okay Viel Glück bei der Suche nach Ertor Äh, ich erinnere sie jetzt erstmal dran, dass sie daran schuld ist Ich nehme an, ihr seid wegen dieser Empfehlung hier Ja, ja Oh, ich kann mich nicht daran erinnern, ihm gesagt zu haben, dass er dort hingehen solle Hm, tja Dann müssen wir wohl etwas unternehmen, oder? Mit wir meine ich natürlich euch Natürlich Ich habe da etwas, was euch helfen könnte Einen einfachen Feuerballzauber Falls ihr euch verteidigen müsst Ich bin dann hier, wenn ihr zurückkommt Viel Glück Ich habe doch schon einen Feuerballzauber Was soll ich damit? Schwache Feuerball Und Feuerball 6 Punkte Und 5 Punkte Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Vor allem an Ziel Das Ding macht nur Feuer schon in 5 Fuß Ach komm, hör doch auf Hör doch auf Ihr beleidigt mich doch alle schon wieder Einen Wund So, jetzt da hoch Erstmal zur Fallfelshöhle Wir machen jetzt die Quest Danach Popmann suchen Dann können wir zwei Quests gleichzeitig abgeben Das passt dann schon Rebeer Oh, ich habe noch eine Claimer Das ist ja Quatsch Ja, ist ja klar, dass wir keine OP-Zauber zum Anfang bekommen Aber das ist halt schon Ridiculous Wie schlecht So, Kale Sandbankhöhle Los geht's Okay, und Zombies Auf sowas habe ich ja wieder mächtig Bock Der hantiert also hier mit Zombies rum Leute, wir haben Ihr wisst, was ich von toten Beschwörern halte Geistesgestörter Zombie Geistesgestörter Zombie Mit Knochenmehl in der Tasche Okay Off 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 Sie kommen Okay, und drei Zombies Ohne Kopf Off Schwere Geburt Okay, und das ist gestört, dass kein Plan war es Boah, sag mal, was ist das für eine Höhle, ey Da ist er ja Sie sind alle weg Ich kann die Höhle verlassen Oh, vielen Dank Ich bin euch so dankbar Ach, so läuft das Ja, ich bin schon netter, ne Und das darf ich nicht klauen Gesund und munter in Skingrad Er konnte nicht zurück wegen den ganzen Bombies da Alles klar Dann komm mal mit Bist du schnell? Er ist nicht so schnell wie der andere, der mir heute gefolgt ist, aber okay Damit muss ich wohl leben Huch, wir sind falsch Der hat sich gar nicht eingekesselt Der wurde einfach nur von irgendwelchen geistesgestörten Zombies überfallen und Wusste nicht mehr, wohin mit sich So Gucken wir mal und hoffen wir mal, dass die Porterei hier funktioniert Naja, die sind so ein bisschen geistesgestörte ohne Kopf Also, dass die nicht weiterkommen, äh Hat er Glück gehabt, ne So, wunderbar Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung geschickt zu bewegen Ich bin sehr geschickt, ja, ja Guten Tag Einer Guck mal Wenigstens war die Quest jetzt schnell erledigt Ja, hallo Äh, hallo Adrian, ich bin zurück Ich wurde gerettet Es sieht ganz danach aus Ihr seid unverletzt, nehme ich an Nun, mein Stolz ist ein wenig verletzt Oh, verschont mich Ihr könnt von Glück sagen, dass ich mir überhaupt die Mühe gemacht habe, jemanden hinter euch herzuschicken Könntet ihr in Zukunft bitte etwas vorsichtiger sein? Äh, nun Ja, dann werde ich einfach mal meine Sachen packen und mich auf den Weg machen Danke, dass ihr jemanden geschickt habt, um mir zu helfen Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ist mir ein Vergnügen Ich habe mit Ertor gesprochen, dem es gut zu gehen scheint Gute Arbeit Ich werde mich darum kümmern, dass eure Empfehlung verschickt wird, sobald ich dazu Zeit habe Wie gesagt, ich bin ziemlich beschäftigt Ich werde mich aber irgendwann darum kümmern, das versichere ich euch Danke Was sie hier gerade am Boden machen Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Wow, sie hat Blitzeinschlager, dafür reicht meine Magie nicht aus Okay, sie hat alle Schockzauber, let's go Jo, sie hat richtig krasse Sachen Aber ich kann die alle nicht nutzen Weil ich bin ein Lobob Es ist selten So, und jetzt rüsten wir den Funken aus Und reisen nochmal zurück Und jetzt sollte eigentlich Wenn alles gut geht Das Zauber gelöst werden Oder es geht nicht ohne Stein Ja, dann geht es nicht ohne Stein Vielleicht wäre das die ganze Zeit schon gegangen Aber es geht einfach nur nicht ohne den Stein Ich sehe es kommen Es wäre schon die ganze Zeit gegangen Aber es geht halt nicht ohne den Stein Ich verändelte thinks mal Oh- NSA, die ganze Zeitagner Ja, eigentlich bringt mich nicht weiter Dragon. Scheiße, das sind nicht die Sterne, die ich brauche. Ich glaube ich muss noch eine neue Höhle finden. Ich bereue jetzt doch ein bisschen, dass wir die Quest machen. Oh. 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 Dann müssen wir jetzt eine neue holen, eine neue Hülle suchen, wo die Dinger drin hängen. Aber ich weiß nämlich nicht, was welche die eine Hülle war, die wir nicht, ob wir die Werkensteine nicht gebloodet haben. Ich guck mal, ob ich da hinkomme, wo ich denke, dass ich hin kann. Da oben will ich hin. Komm schon, Kaji, du schaffst das! Fuck. Okay, ich muss von der anderen Seite hin. Hauptsache, der folgt mir, der Wolf? Als ob. Dann eben der reguläre Weg. Lips and Tarn. Alles klar, auch nicht übersetzt worden. Das ist da, da ist einer. Das kann so einfach sein. Ich würde diesen Dungeon jetzt auch nicht machen. Ich habe eindeutig zu viel Zeit verloren. Offensichtlich geht es nur mit dem Stein. Ich wurde vom Blitz getroffen und habe Kraft von den Göttern erhalten. So, dann wäre das vor Science auch geklärt, dass ohne diesen Stein geht diese Quest nicht. So. Damit habe ich jetzt das hier dabei bekommen. Schockschaden, 200 Punkte in 10 Fuß am Ziel. Unglaublich krass, macht super viel Damage, aber dafür müsste ich Meister der Zerstörungsmagie sein. Von dem her, RIP. So. Jetzt muss ich zu ihr zurückkehren und ihr das Buch klauen. Ja. Was? Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Ja, meine Kinder. So. Ich kann jetzt hier nämlich, ja, Kobatetsch wieder rauf. Ich habe bald mein Level ab. Mehr ist zu insane. So. Dann. Sie ist jetzt nicht zu Hause. Das ist aber uns egal, denn in dieser Truhe befindet sich nun Finger des Berges. Und zwei Fackeln. Das finde ich auch ziemlich nice. So. Jetzt habe ich das Buch wieder, was ich ihr geklaut habe. Sie hat also, wir haben es quasi für uns nur übersetzen lassen. Und damit können wir die Quiz abgeben. Hallo. Wer in Koroll wohnt, kann sich nicht beklagen. Hihihi. Alles, was das ist. Hallo. Hallo. Okay und Hallo. Oh ne, in den Keller wollte ich gar nicht. Hups. Gut, dass ich im Meister dient bin, war. Was ist los, Schüler? Ja, der Schüler sucht den Meister. Aber frag mich nicht, wo der sich rumtreibt. Ich hoffe, in seinem Gemach. Äh. Ja, nee. Shit, der ist nicht hier. Dann muss er doch unten gewesen sein. Bin ich an ihm vorbeigelaufen? Hallo. Nee. Was ist los, Schüler? Naja, was soll los sein? Ich suche einen Chef. Wo ist der Chef? Wo ist er denn? Weiß ich. Zuhause? Ach nee, Quatsch. Was mache ich denn da? Die graue Stute ist eine ganz gute Herberge. Ja, ja. Die graue Stute. Da bist du riesen Fan von. Ist er vielleicht doch im Keller? Kann ich mir per Marke leider nicht anzeigen lassen. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Sonst muss ich schnell bis... Da sitzt er. Uff, in der Ecke. Ja. Ist das Buch in Sicherheit? Habt ihr es? Ja. Was? Das ist inakzeptabel. Ich habe nie gesagt, dass ihr das Buch tatsächlich an sie weitergeben solltet. Sie darf es nicht besitzen. Ihr müsst das Buch sofort zurückholen, wenn ihr jemals eine Empfehlung von mir haben wollt. Ja, ich hab's doch. Chill doch. Sollte... Habt ihr das Buch schon? Ja. Endlich. Ich werde dafür sorgen, dass das Buch sicher verwahrt wird, bis der Rat entschieden hat, was damit geschehen soll. Ich werde über euren Verstoß hinwegsehen und eine Empfehlung an die geheime Universität senden. So, dankeschön. Hallo Rucker. So, jetzt ist das erledigt. Ich war zu schnell, offensichtlich. Jetzt ist noch Bravil offen und Leia Wien, oder? Genau, Bravil und Leia Wien. Machen wir Leia Wien zuerst. Die zwei Quests machen wir noch, dann ist Feierabend vor, oder? Dann haben wir alle Empfehlungen. Dann können wir morgen den Rest der Magiergelde machen. Also nur noch die Top-Notch-Aufgaben. Seid gegrüßt. Und dann können wir mit dem DLC anfangen. Das ist, denke ich mal, sehr nice. Und am Freitag dann das Grande Final. Freitag wird mit 10. Die Dunkle Bruderschaft geht nämlich auch recht lange. Aber ist halt auch mit Abstand der geilste Scheiß. Machen wir dann auch einen kompletten Abend. Hallo. Ihr sucht Weisheit bei mir, Kind? Ah, nein. Ihr sucht Worte. Worte sind schwierig. Sie kommen und gehen. Aber die Stimmen. Sie sind so laut. Sie übertönen die Worte. Ohne mein Amulett, meinen Stein, der die Stimmen aussperrt, werden die Worte niemals kommen und bleiben. Würdet ihr eure Hände hergeben, jemandem zu helfen, um mir zu helfen, die Worte zu finden? Äh, ja? Dann sucht Agatha, Kind. Sie wird den Weg sehen und ihn euch weisen. Ich muss mich ausruhen. Die Leia wie eine Empfehlung. Was ist denn mit Agatha? Sie ist vielleicht jung, aber ihr Herz ist alt und weise. Es führt sie gut durch diese unruhigen Zeiten. Ja, von mir aus. Lebt wohl, Kind. Ja, tschüss. Die Agatha denn? Agatha, hallo. Ja? Kann ich euch irgendwie helfen, Schüler? Ja, ich suche den Stein des Seas. Ich bin überrascht, dass sie es mit euch besprochen hat. Sie wollte es vor dem Rest geheim halten. Ich sollte mit ihr darüber reden. Ja, ihr Stein des Seas ist fort. Das war das einzige, was ihre Visionen im Zorn hielt. Ohne den Stein wird sie von ihnen fast verrückt gemacht. Sie kann nicht funktionieren. Wir haben noch nicht mit den anderen gesprochen, da wir fürchten, sie würden ihre Situation nicht so leicht verstehen. Vielleicht ist es aber an der Zeit. Ich werde mich weiterhin um Daga'il kümmern. Könnt ihr mit den anderen Magiern sprechen und herausfinden, ob einer von ihnen den Stein gesehen hat? Klar, mach ich. Auf Wiedersehen. Hallo, jemand da? Servus. Strasser von der Magier-Gilde. Gelehrter und Alchemist. Und in der wenigen freien Zeit, die ihm zur Verfügung steht, auch Alchemie-Lehrer. Aber, vielleicht seid ihr ein Abenteurer. Könntet ihr mir dabei helfen, etwas für meine Kristallsammlung zu besorgen? Was habt ihr euch denn vorgestellt? Immer gerade heraus, wie? Gut. Das gefällt mir. Ich suche nach einigen Kristallen, die Garidans Tränen genannt werden. Wenn ihr diese Objekte für mich auftreiben könnt, werde ich euch großzügig für jedes einzelne davon entlohnen. Vielleicht später. Sehr gut. Wenn ihr eure Meinung ändert, ich bin hier. Ich bin nämlich keine neue Quest. Deswegen sage ich nein. Ich fürchte, ich weiß nichts darüber. Ich habe aber gehört, dass er fehlt. Kaltar hat es erst neulich erwähnt. Er schien darüber sehr aufgeregt zu sein. Fast glücklich. Seltsam. Nicht wahr? Sehr seltsam. Dankeschön für den Hinweis. Seht's wohl. Da egal. Wo ist der Kerl? Bist du das? Ja. Ist mir ein Vergnügen, Fahrt fort. Der sieht ja auch schon nicht aus, als wäre er nett. Erzählt weiter. Ja. Pocken wir mal. Meine. Das ist ziemlich gut. Ja. Wohl kaum. Der war gut. Das war dumm, weil ich mich verklickt habe. Ja, ich verstehe. Das ist. Wohl kaum. Wohl kaum. Das ist. Jetzt ist es aber gut. In Ordnung. Mit ihr müsst ihr reden, wenn ihr hier... Schau einer an. Es spricht sich also endlich herum, ja? Sie werden diese Fassade nicht viel länger aufrechterhalten können. Ja, ich weiß alles darüber. Ich habe Agatha und Dagail reden gehört. Und wisst ihr was? Ich bin froh, dass es weg ist. Warum sollten wir gezwungen sein für jemanden zu arbeiten, der nur durch ein magisches Schmuckstück seinen Verstand behält? Haben wir nicht schon genug geopfert? Sie sollte nicht mal mehr hier sein. Himmel! Ihr Vater wurde überhaupt nur geduldet, weil er immer im Hintergrund blieb. Und seht, was es ihm gebracht hat. Jahre im Dienst für das Kaiserreich und nicht mal einen Grabstein über seinem Kopf. Pah! Zumindest konnte er die Illusion geistiger Gesundheit aufrechterhalten. Ich weiß, ich rege mich darüber immer zu sehr auf. Es ärgert mich einfach, dass sie mit der Leitung der Gilde betraut ist, wo sie ganz offensichtlich nicht dafür geeignet ist. Das ist alles. Ja, der Kalter sieht nicht nett aus, ne? Was? Habe ich nicht bereits genug gesagt? Gebt es einfach auf. Wenn endlich jemand bemerkt, was hier los ist, ändert sich die Lage vielleicht. Irgendwas sagt mir, dass er dafür verantwortlich ist. Werdet schon sehen. Ja? Kalter hat uns also gehört? Ja? Das erklärt, warum er in letzter Zeit so merkwürdig war. Aber wir haben doch nie etwas über Dagails Vater gesagt. Wie kann er davon wissen? Wenn es eine Art Verbindung zwischen dem Stein des Seers und Dagails Vater gibt, so weiß ich nichts darüber. Vielleicht hilft es ihr Erinnerung auf die Sprünge, wenn ihr sie fragt? Alles klar. Lebt wohl. Ihr wollt noch mehr von mir, Kind? Es ist, wie ich es vorhersah. Ich weiß, wonach ihr fragen möchtet. Ihr möchtet Licht in die Dunkelheit bringen und Stille, wo jetzt laute Stimmen sind. Ich weiß, wohin ihr gehen müsst. Das Blut floss blau und Drachen in der Höhe. Unter gefallenen Türmen und erstellten Körpern liegt er nun und wartet darauf, gefunden zu werden. Was einst meinem Ahnen gehörte, muss jetzt mein sein, wenn ihr die Worte wollt, die ihr sucht. Ihr müsst gehen und diesen Stein finden. Wow! Okay, und Festung Blaublu ist am Arsch der Welt. Gut, dass wir die Gezeitenhülle da unten haben. Nur ein bisschen Zeit sparen. Na, mal los geht's. Sind wir auch noch ein kaputtes Oblivion-Tor gewesen? Ich glaube, das Oblivion-Tor hatten wir gesehen, aber halt nicht gemacht, weil wir haben eh schon viel zu viele gemacht. Ne, lass mal stecken. Keinen Bock mehr auf Loot hier. So geil, wie wenig Fallschaden wir nehmen ey. Der andere Chau wäre schon 18 Mal gestorben. So, das hier ist nicht das, was ich suche. Doch, ich habe die Festung Blaublu erreicht. Das Grab von Lagails Vater sollte sich im Innenbereich befinden. Das ergibt Sinn. Hier ist aber auch noch ein kaputtes Oblivion-Tor. Lass mich das auch mal fix markern. Nur schnell eben markern, danke. So, dann schauen wir mal ins Innere. Das wir nicht ewig brauchen. So, Colin, morgen geht's noch kein Canaria in den Urlaub. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. Danke für den 43. Ich bin da. Ich bin da. Ups. Okay. Ebenholz. Sehr geil eigentlich. Wann nehme ich Ebenholz mal mit? Naja, scheiß drauf. Naja, scheiß drauf. Eieieiei. Jo, okay und es sind Orcs. Heute sterbt ihr. Vor allem ihr. Sag einmal. Hallo. Wer sagt dann nein? Puh. Ich werde dir jetzt keine ehrliche Antwort darauf geben. Okay, wir müssen komplett woanders hin. Da müssen wir auch lang. Hallo. 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 Wie er sich nen Helm geholt hat. Äh, 25 oder 26. Wir können kaum noch leveln. Aber. Wie. Wie. So langsam aber sicher. Dafür haben wir so die falschen Sachen gewählt. Bin 26 und bin recht kurz vom nächsten Level ab. Aber. Es ist halt schwierig das noch zu machen. Schwertkampf ist bald fertig. Akrobatik ist fast fertig. Lechte Rüstung ist fertig. Handelsgeschick ist halt nix zum skillen. Fortgewandheit genauso. Athletik geht zu langsam. Ich würde anfangen zu schwimmen. Und Zerstörung nutze ich kaum noch. Also. Wir hätten Alchemie. Und Sicherheit. Naja. Sicherheit hätte mir auch nicht viel gebracht. Alchemie und Schleichen wäre vermutlich das besser gewesen. Um noch mehr Level zu kriegen. Ähm. Ja. Dementsprechend ist für uns relativ dicht im Schacht. Was noch weiteres Level angeht. Hi Waffle. Hallo Luthi. Was? Ach. Na. Ich bin's. Wah. Immer wieder schön. Wow. Hier sind ja richtig viele Leute. Oh. Wie immer wieder schön. Hamburg. Oh. Oh. Ja, da war wieder so eine Spinning Backfist. Oh, in zwei Wochen, Leute. Da werden auch wieder Spinning Backfists von mir verteilt. Das sag ich euch. Nee. Frau Lu, hier ist nix all along. Ganz im Gegenteil. Aber alles, alles, alles bestens. Und da weint sie. Nein, nein. Ich bin sehr brav. Ich bin sehr brav, was Rhythmus angeht. Zwei Quests noch. Einerhalb. Einerhalb, bei dir sind wir mittendrin. Geht aber auch schon wieder länger, als ich dachte. Ah, da war der Schlüssel fürs Vor. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Bam, One-Shot. Los geht's. In zwei Wochen gibt's Spinning Backfist. Das ist richtig. In zwei Wochen ist die UFC 4 release. Da schnuppern wir doch mal rein. Ach klar, der alten Zeiten wegen. Hier geht's ja gar nicht lang. Scheiße. Ach gut, dass wir den Schlüssel haben. Hier ist ja schon eine tot. Oh, shit. Irrlicht. Oh, wow, 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 wow. Wow. Nur noch zwei Fackeln? Schon wieder alles kaputt hier. Und zieh gleich mal Magiker hier. Ach, du Scheiße. Alter, meine Dolche machen ja richtig Terror, ey. So, ich habe das von Dagael benötigte Amulett gefunden. Ich sollte es sofort zu ihr zurückbringen. Wie lange das Spiel noch geht, ähm, also ich habe gesagt, äh, zwei Tage noch. Wenn ich's hinkriege, bin ich in zwei Tagen. Huch. Was ist das? Was ist das? Alter, wie er mich anguckt. Die Todesaugen, Junge. Weshalb wollte er das Amulett haben? Ich habe das andere genommen. Das hätte genug sein sollen. Ein solcher Aufwand sollte nicht erforderlich sein, nur um sie loszuwerden. Ich hätte es ja nicht auf ewig behalten. Ich hätte es zurückgegeben, sobald ich das bekommen hätte, was ich wollte. Das ist doch nicht so falsch, oder? Wenn sie mir geholfen hätte, durch eine Beförderung jenen Ort zu verlassen, und wenn sie zurückgetreten wäre, dann hätte sie es wieder erhalten. Warum musstet ihr dazwischen kommen? Warum versucht ihr alles zu zerstören? Guck ihr, wie mad er ist und wie er aussieht. Ich habe Kalta besiegt, der versucht hatte, Daga'il zu beeinflussen. Leute, wir sind das böse Gesicht, Lois. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, ich habe jetzt bald die Hälfte der Magergilde und dann brauchen wir eben diese noch. DLC. Und das war's. Und das sollte, wenn ich nicht trödel und es nicht verkacke, in zwei Tagen machbar sein. Vor allem, weil wir morgen einen voraussichtlich 12 Stunden Stream machen. Morgen geht's nämlich schon um 15 Uhr los. Also, voraussichtlich. Vielleicht auch 16 Uhr. Muss mal gucken. Deswegen geht hier auch nicht all night long heute. 24 Stunden fragen, Inc? Nein. Nein, nein. Ganz sicher nicht. Nicht normal. Ich hätte ihn nicht normal gebraucht. So. Haben wir das auch erledigt. Hallo. Hallo. Ich habe alles erledigt. Das ist ja süß. Ihr habt es gefunden. Das ist ja wunderbar. Endlich wird alles wieder normal. Bringt es ihr. Auf jeden Fall sofort. Alles klar. Auf jeden Fall sofort. Das heißt, ich muss sie wecken. Das ist sie nicht. Haha. Falsche geweckt. Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Aber bitte geh wieder schlafen. Mögen all eure Reisen sicher sein. Äh, das ist auch der falsche. Wo pennt die denn? Wahrscheinlich oben, wa? Hallo, Schüler. Äh, hallo Schüler. Hallo, Halle. Achso, wie der immer besiegt steht, anstatt dass der tot ist. Ja. Manchmal, das kommt aber auf die Quest an. Also bei vielen Quests steht auch, dass ich den Gegner getötet habe. Da ist sie. Ach nee, das ist Agatha. Ach, Entschuldigung, Agatha. Schlaf weiter. Mein Gott, wo ist sie denn jetzt? Da. Ja. Nichts hat sich geändert, Kind. Die Stimmen schreien noch immer und ich kann nicht hören. Wenn sie weggeschlossen werden könnten, könnte unsere Arbeit beginnen. Ich hab doch deinen Stein. Habt ihr es gefunden? Habt ihr die betrügerischen Hände gebunden und genommen, was mein ist? Nee. Dann gebt mir den Stein, auf das die Stimmen verstummen mögen. Ach, Kind. Ich danke euch für eure Hilfe. Jetzt, da die Stimmen verstummt sind, kommen die Worte zu mir, die ihr sucht. Ist das halt, ne? Wiedersehen. So, Bravil ist unsere nächste und, ich glaube, auch letzte Anlaufstelle. Dann sollten wir alle Empfehlungen haben, I guess. Natürlich sind die auch alle schlafen. Chef. Hallo. Hallo, Schüler. Ihr seid wegen einer Empfehlung hier, nehme ich an. Seid ihr bereit, sie euch zu verdienen? Ja. Ich fürchte, ich habe nicht die Zeit dazu, etwas Konventionelles vorzubereiten. Ich mache mir um diese Situation bezüglich Ardalin Sorgen. Vielleicht könnt ihr mir da aber helfen. Ich kann nicht direkt daran beteiligt sein, weil ich das Mädchen sonst beschämen könnte. Ich muss mich kurz mit Varunva Muri unterhalten. Und dabei werdet ihr etwas über die Macht der Illusion lernen. Ja, okay. Sag dir nichts. Ich möchte sie nicht noch mehr beschämen. Wenn das alles erledigt ist, werde ich unter vier Augen mit ihr sprechen. Alles klar. Ich verstehe das nicht. So eine lächerliche Männersache nehme ich an. Er hat Ardalin jetzt schon seit einiger Zeit täglich belästigt. Er hat sogar ihren Magierstab gestohlen. Vielleicht hält er das für witzig. Ich weiß nicht. Aber es muss aufhören. Es macht sie ganz unglücklich. Okay, was mit dem Zauberstab? Sie sind eher symbolisch als von praktischem Nutzen. Aber alle sind für ihre Besitzer von großer Bedeutung. Ihr müsst Ardalins Stab zurückholen. Nehmt diese Bezauberungsschriftrolle. Mit ihr werdet ihr Varun zugänglicher für Fragen finden. Kommt nicht ohne diesen Stab zurück. Ach Quatsch. Brauchen wir doch nicht. Was hat sie mir für einen Zauber gegeben? Bezauberung 30 Punkte für 20 Sekunden. Ich hoffe, dass sie das nicht machen muss. Schauen wir mal. Erstmal schauen, wo der Kollege überhaupt ist. Zu Hause. Na dann werde ich ihn doch mal besuchen kommen. Ich könnte schlafen. Dann müsste ich nicht alle wecken. Aber das ist ja Quatsch. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Hallo, Varun. Hallo, Freund. Was kann ich für euch tun? Nikira, danke schön für den Horst. Ähm, ich brauche bitte... Ach, bei ihm kann ich meine Geldstrafen abbezahlen? Wait, das ist ein Diebesgild-Mitglied? Amor Christoph und Skriver. Sie können alle... Lol. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will doch nur, dass sie mich mag. Dass sie dasselbe für mich empfindet, wie ich für sie. Aber das tut sie nicht. Ich versuche es immer wieder und das macht einfach keinen Unterschied. Das macht mich manchmal wütend. Okay, und wütend. Er hat ihren Zauberstab gestohlen. Und dann bringt er ihn irgendwann zurück und er sagt, hey, ich habe deinen Zauberstab. Bitte liebe mich. Lasst euch Zeit. Das könnte wohl so sein, oder? Also gut, ich gebe es zu. Ich habe ihn ihr weggenommen. Ich... Toll, ja. Ich weiß nicht, was ich mir dabei dachte. Ich versuchte, ihr zu verdeutlichen, was ich fühle. Wieder einmal. Und sie wollte mich nicht einmal anhören. Da bin ich einfach wütend geworden. Ich habe mich danach ein wenig geschämt, aber ich wusste nicht, wie ich mich entschuldigen oder ihn zurückgeben sollte. Ich wünschte, das könnte ich. Ich fürchte, ich habe ihn nicht mehr, versteht ihr? Ich... Ich habe ihn verkauft. An einen Freund von mir. Soris Arenim. Oh, du Lappen. Wer ist Soris? Er wohnt im Talosplatz, Bezirken der Kaiserstadt. Na klar. Er hat jetzt Adalins Stab. Wenn ich ihn noch hätte, würde ich ihn gern zurückgeben. Sagt Adaline, dass es mir leid tut. Ja, das kannst du ihr selber sagen. Das kannst du ihm selber sagen. Ach, ich muss die Nachricht jetzt überbringen. Ich hole den Stab nicht einfach zurück. Oh boy, okay. Aha, Luthi steht also auf Vampire. Haben wir das auch geklärt? Ei, 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 ei. Anstatt, dass ich den einfach hole. Nicht schlafen gehen. Habt ihr schon mit Baron Vamuri sprechen können? Das sollte gar... Ja, ja, ja. Er hat ihn verkauft, was? Tja, das wird ja immer schlimmer. Nun gut. Ich nehme an, er hat eine Andeutung dazu gemacht, wo der Stab jetzt ist. Nehmt dies und findet eine Lösung für die Situation. Und behaltet dies bitte für euch. Ah, nochmal drei von dem Scheiß. Wait, what? Ich hab mir jetzt ein Frostschild gegeben. Alles klar. Warum auch immer. Warum auch immer. Ich hab mir noch mehr von dem Bezauberungsdingen gegeben. Aber da der hier weg ist, war ich verwundert. Ach, da ist er hin. Okay. Oh Gott. Du musst nur richtig lesen. Es ging darum, dass er durch die Beleuchtung nur so aussah. So, wer hat denn... Wer hat den Stab jetzt gekauft hier? Kollege da drüben. So. Hallo Chef. Oh, das ist hier nicht. Ja, ich suche Soris. Hi, ich bräuchte bitte deinen Zauberstab. Gebt dir das Doppelte. Er gibt Geld dafür aus. Und ich kann jetzt zurückkaufen, indem ich ihm nur ein bisschen was von seinem Preis gebe. Ich hätte gedacht, doppelt so viel. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also von mir aus, ja klar, hier hast du eine Zonne Gold. Dann nehme ich das Geld einfach von euch. Und hier ist euer Stab. Und jetzt, da unser Geschäft abgeschlossen ist, entschuldigt mich bitte. Schönen Tag. Hey, das war viel zu einfach. Wo ist da der scheiß Haken? Ja, als ob die Quest muss doch einen Haken haben. Der ist ja total dämlich. Ich hätte doch locker das Doppelte verlangen können. Scheinbar war es tatsächlich der Richtige. Er hat nur 50 Euro so gezahlt. Boah, dann wäre das ja echt der schlechteste Verkauf aller Zeiten, Mann. Mal gucken, ob da noch was bei rumkommt. Ja, Gruße. Äh, Quatsch. Nee, die interessiert mich gar nicht. Wo ist denn der Chef? Da. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Es wird mir eine große Freude sein, dies seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Habt Dank. Ihr müsst mir nicht die Details darüber erzählen, wie ihr ihn bekommen habt. Vielleicht ist es besser, wenn ich darüber nichts weiß. Eure Taten für die Gilde rechtfertigen eine Empfehlung absolut. Ich werde sie sofort an die Universität schicken. Und als etwas persönlicheren Dank lehre ich euch diesen Zauber. Ihr werdet ihn in gewissen Umständen vielleicht nützlich finden. Ähm, ja, also das war's. Ergreifen gelernt. Berührung, also das, was wir die ganze Zeit quasi haben. Äh, da muss ich jetzt erst noch was. Da muss ich jetzt noch was nachlesen. Äh, 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 äh. Ich habe Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen in Cyrodiil erhalten. Jetzt muss ich nur noch bei der Geheimuniversität vorstellig werden und mit Raminospolus rechnen. Seid der Einzige, an den ich mich melden kann. Was haben wir zu berechnen? Ähm, wir haben uns ja jetzt gewundert, ne? Ob wir uns über, ob wir über den Tisch gehauen werden oder so. Tatsächlich, und jetzt kommt wieder ein bisschen Trivia. Äh, tatsächlich kann man die Quest auch anders lösen. Als er gesagt hat, ob wir 200 dafür bezahlen, hätten wir ja auch Nein klicken können. Wenn wir Nein geklickt hätten, dann wäre nichts passiert. Wir hätten den Stab nicht bekommen. Hätten wir aber dann den Zauber genutzt, den wir bekommen haben, weil wir ja Magiergilde sind, hätten wir den Zauber auf ihn genutzt, wäre er so bezirzt worden, dass er uns gesagt hätte, dass das Stab im Keller liegt und ich ihn nehmen kann. Ohne Geld zu bezahlen. Man sollte halt vielleicht auch das machen, was die Magiergilde von einem verlangt. Aber, die 200 Gold tun uns ja nicht weh. So, hallo, Herr Pollos. Hallo, Schüler. Ihr scheint endlich alle erforderlichen Empfehlungen zu haben. Seh. Ich habe Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen in Sirodil erhalten. Ihr habt euch gut gemacht. Ihr dürft jetzt an die Universität gehen. Dankeschön. Als vollwertiges Mitglied der Magiergilde erhebe ich euch jetzt in den Rang eines Lehrlings und verleihe euch das entsprechende Gewand. Probiert es einmal an, dann unterhalten wir uns darüber, was jetzt für euch ansteht. So, endlich. Sorcerer Apprentice incoming. So. Wir haben das Lehrlingsgewand bekommen. Festigt Willenskraft sechs Punkte. Ja, das ist natürlich ein bisschen Schmutz, ne? So, ich habe mich selber gescrammt. Und ab hier geht jetzt die Magiergilde, by the way, erst richtig los. Weil das waren jetzt nur Empfehlungen. Aber viele Empfehlungen hatten coole Quests. Also deutlich, deutlich, deutlich cooler als Kämpfergelde. Ähm, jetzt kommen ungefähr nochmal genauso viele Quests wie zur Empfehlung, um das durchzuspielen. Und eine machen wir jetzt noch. Wir fangen die jetzt an und beenden sie morgen. Endlich kommen wir zur richtigen Arbeit. Das meine ich. Ihr habt zweifellos einige der Schattenseiten der Gilde gesehen. Auch wenn wir höchste Anforderungen an unsere Magier stellen, sind sie doch nur menschlich. Jetzt werdet ihr hoffentlich erleben, dass die Gilde zwar uneins und ausgenutzt sein kann, aber auch zu wundervollen Taten in der Lage ist. Jetzt habt ihr eine Gelegenheit, bedeutendere Aufgaben zu erfüllen und in der Gilde voranzukommen. Ähm, dann gebt mir doch mal bitte eine Aufgabe. Bevor ihr mit der Arbeit für die Gilde beginnen könnt, braucht ihr noch etwas. Jeder Magier hat einen Stab. Er wird von der Gilde hergestellt und verzaubert und ist ein Statussymbol. Ihr benötigt einen solchen Stab. Ja, dann gebt mir doch den Zauberstab. Das Holz, das für die Stäbe verwendet wird, kommt aus einem Wäldchen nordöstlich der Kaiserstadt, nahe der Quellhöhle. Mehrere Magier hegen diesen Hain und sollten euch helfen können. Sprecht entweder mit Sarascha oder mit Elenta, wenn ihr dorthin kommt. Und wählt weiser. Na gut. Ihr sollt bald einen... Ja, ich freue mich auf meinen eigenen Zauberstab. Ich habe zwar mindestens 100.000 krassere, aber... ist egal. Quellhöhle waren wir schon mal, können wir wieder viel Zeit sparen. Soll ich da jetzt echt reingehen? Okay. Mein Symbol müsste eigentlich rot sein, aber es war grün. Ich habe die Quellhöhle erreicht, ich sollte mit Elenta oder Sarascha sprechen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wer was... Ähm... Sie ist tot. Ich habe Sarascha gefunden, sie ist tot. Ich sollte untersuchen, was sie wieder vorhanden ist. Was zum Teufel... Die fucking Totenbeschwörer wieder, Leute. Ich sag's euch immer wieder, die müssen alle, alle sterben. Scheiß. Scheiß Totenbeschwörer, man. Fucking hell, man. Fucking hell. Starb der Übelkeit. Na, ganz tolle Wurst. Der Dolch macht unfassbar viel Schaden. Ich bin sehr angetan. Wenn ihr es auf Ärger anlegt... Nauze. Kack Mistviecher, ey. Stromtot, Schockschaden anziehe. Tja, das wär's gewesen. Tja. Hm, das war's. Ich muss die andere Leiche noch finden, nicht wahr? Oh, da hätte ich bei ihr noch was lupen können. Okay. Irgendwas ist hier noch. Und Ripp. Ah, ne. Ich hab doch noch deutlich mehr verkehrt. Mich auch gewundert. Ich hab so viele gesammelt, ey. Na, muss ich da jetzt durch? Ich erinnere mich an diese Höhle. Ich hab da nämlich nicht mehr rausgefunden. Ich erinnere mich ganz genau an den Scheiß hier. Nein. Nein. Wo ist der Hinweis? Und wo ist die zweite Leiche vor allem? Vielleicht liegt die draußen. Oh, noch mehr von denen. Was zum... Was zum... Die stirbt aber schneller, als sie hier blinzeln kann, Mann. Warum voll... Sag einmal. Die Totenbeschwere, die mir aufgelaut haben, wurden geschlagen. Ich muss Holz, Fein, Stahl besorgen und dann zurück zu Polos gehen. Alter, Verwalter, ey. Unvollendeter Stab. Gattem. Was hier aber auch schon wieder für Sachen passieren? Da reden das Licht, das ist halt echt scheiße. Also, siehne. Das ist ja wirklich nur für Notfälle. Hallo, Polos. Ja. Ich hab Eletters Leiche nicht gefunden, aber... Alles klar, Chef. Nice, wie ich jetzt hier rein darf. Wie geht's? Servus. Hallo. Willkommen im Chironasium. Kann ich euch helfen? Ich bräuchte bitte meinen eigenen Zauberstab. Ah, ja, das ist ein großer Schritt für euch, Freund. Ob ihr es nun wisst oder nicht. Jetzt müsst ihr entscheiden, was für eine Art Stab ihr wollt. Einen, der zu euch und euren Fähigkeiten passt. Sollen wir beginnen? Ja. Das Verzaubern von Stäben kann recht schwierig sein. Nur bestimmte Zauber werden euch wirklich von Nutzen sein. Daher werde ich einige auslassen. Beginnen wir mit der Schule der Magie. Welche sagt euch am meisten zu? Zerstörung, Illusion oder Mystik? Sehr gut. Ihr habt drei Wahlmöglichkeiten für die Art von Schaden, die ihr anrichten möchtet. Feuer, Eis oder Blitzschaden. Oh, ihr könnt... In der Magie der Illusion habt ihr drei Möglichkeiten... Es gibt drei Dinge, mit denen ich den Stab verzaubern kann. Seelenfalle, Telekinese und Bannung. Der Stab verleiht euch die Fähigkeit, Objekte zu bewegen, die eigentlich außerhalb eurer Reichweite sind. Ein nützlicher und oft auch amüsanter Zauber. Ist es das, was ihr begehrt? So was möchte ich. Gut, ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Kommt morgen wieder, dann habe ich euren Stab fertig. Tipptopp. Tipptopp. So, habe ich noch irgendwas Cooles hier? Hopp, dass ich mich kümmern wollte. Ja, ich werde mal ganz kurz eine kleine Reise machen. Da wir ja eh jetzt gleich zum Ende kommen, muss ich mich quasi wieder auf morgen vorbereiten. Dann komme ich noch ins Gildenhaus, wenn ich noch einen Hut aufsetze. Freue mich. Solange ich nicht zu den Totenbischümern komme. Ja man, Telekinese ist wirklich kompletter Schwachsinn. Aber wir haben auch gefühlt von allen Sachen, die wir zur Verfügung haben, haben wir schon irgendwie... Irgendeinen Zauber oder so. Demher ist es so scheißegal. Es ist so komplett egal. Deswegen, whatever. So, was muss noch weg? Eisenpfeil, fremdes Schwert, bla bla bla. Da können wir alles verkaufen. Das will ich alles loswerden, was ich nicht brauche. Hallo. So, ich würde ganz gerne die verkaufen. Dann gehe ich schon noch mal einen raus. Ups, ne, 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 ne. Oh, machen wir sogar. Nice. Das kann ja alles bleiben hier. Den Quatsch freu nicht. Okay, warte mal. Die Urkunde der Magelgilde hole ich mir wieder. Das ist ja doch was selteneres. Gut, passt. Du, danke schön. Für deinen Sub, vielen lieben Dank, dass du deinen Prime bei mir lässt. So, jetzt lass mal nachgucken. Was hatten wir hier drin? Ah ja, so ein Quatsch. Da hatten wir ihn wieder. Da hatten wir die Siegelsteine drin. Oh Gott, hier habe ich noch mehr von den Dingern hier. Ach ja, guck mal. Hier habe ich die Totenbeschwörer-Sachen sogar drin. Haha. Wird in Fall der Fälle, wa? Ja, das packe ich da mal noch rein. Das ist der Links-Ding. Und dann passt das. Reicht. Schmeiße hier noch schnell meinen makellosen Saphir rein und den Stein hier. Einfach nur, weil ich's kann. Gucken, ob das die Vitrine jetzt überhaupt zugeht. Perfekt. Hätte mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Aber tatsächlich, ich muss hier nochmal 24 Stunden schlafen. Also, ich hab zwar schon 10 Stunden geschlafen, aber wir werden jetzt nochmal sicher gehen. Und dann passt das für heute. So, reicht. Unsere Reise geht um 46 los. Und zurück. Universität. Du hast gerade das Circle gesehen. Ja, das Ende ist unfassbar schiss. Scheiße. Unfassbar scheiße. Ende hat einen von der Idee interessanten Film her komplett verschissen. Hallo, der Film. War auch richtig mad. Hallo. Gib mir mal einen Zauberstapel. Ja, er ist fertig. Er ist in diesem Schrank dort in der Ecke. Möge er euch gute Dienste leisten. Dankeschön. Schönen Tag. Ja, ein cooler Scheiß, ja. Achso, hier kann ich Verzauberungen herstellen. Ja, das geht noch nicht. In welchem... Hier, Magerstab der Telekinese, keck weh. Lull. Was mich ja alles Gelles machen kann. Dankeschön. Einen wunderschönen... Ja, Dobi, find's auch sehr schön, dass, äh... Vor allem bei einem alten Spiel so viele uns noch interessiert, ne? Ähm, hallo Chef. Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Ich nehme die nur an, ich mache sie nicht. Gemäß den Regeln der Gilde qualifiziert ihr euch jetzt für den Rang eines Gesellen. Möget ihr euren Rang mit Würde tragen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Journey, man! Aber gib mir mal noch eine Aufgabe für morgen. Der Rat untersucht gerade, was bei der Quellhöhle geschehen ist. Ein Großteil unserer Kräfte ist dieser Aufgabe gewidmet, weswegen wir fast niemand entbehren können. Es gibt ein Buch, das damit in Zusammenhang steht und zurückgeholt werden muss. Es wurde vor kurzem an Janus Hacildur, den Grafen von Skingrad, ausgeliehen. Ich möchte, dass ihr es zurückholt. Ich weiß, dass dies keine sehr wichtige Aufgabe zu sein scheint, aber dennoch muss sie erledigt werden und ihr seid einer der wenigen, die dafür verfügbar sind. Lasst Vorsicht walten. Skingrad ist ein ungewöhnlicher Ort. Seid auf unerwartete Dinge gefasst. Naja, so ungewöhnlich ist der Ort nicht. Ich habe da meine Traumvilla stehen. Also jetzt stelle ich mal nicht so an. Kannst du mir noch mehr über den Janus sagen? Der Graf lebt zurückgezogen und es ist oft schwierig, ihn zu treffen. Hoffentlich wird euch euer Status als Repräsentant der Gilde dabei helfen. Sprecht mit dem Major Domus, wenn ihr ankommt. Alles klar. Schönen Tag. Ja, schönen Abend dir auch. Ich sage schon mal Danke, Chef. Und morgen geht es hier weiter. Morgen Nachmittag. Dann wird die komplette Magergelde durchgeballert. Dann kümmere ich mich um den DLC, den ich beider bei nicht kenne. Deswegen wird es sehr spannend für mich, da ich dort wirklich gar nichts von weiß. Und am Freitag kommt die Dunkle Bruderschaft. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen ASAP. Gerne schon am Nachmittag, wenn ihr könnt. Natürlich.